Ein paar von euch haben es schon herausgefunden und ja, es ist wahr, denn es gibt jetzt von mir einen Limitless-Kalender. Ich wollte einen undatierten Tageskalender für euch machen, denn ich selber organisiere jeden meiner Tage und da merke ich oft selbst, dass ich dabei wenig auf mich achte und in diesem Kalender steht eigentlich auch nie etwas drin, dass ich mir mal selbst was Gutes tue. Deswegen ist dieser undatierte Tageskalender auch ein Achtsamkeitskalender, der dich daran erinnert, die wichtigsten Dinge am Tag zu erledigen, aber auch mal an dich zu denken. Am 24. Oktober erscheint der undatierte Tageskalender. Wir haben jetzt ein Jahr lang daran gearbeitet, an Designs uns Gedanken gemacht zu allem. Ich bin mega happy über das Ergebnis und sage wieder Dank an alle, die mich dabei unterstützt haben. Und den könnt ihr jetzt vorbestellen. Alle Links dazu in der Beschreibung. Und ich freue mich sehr über dieses Projekt und hoffe auch, dass dieser Kalender hilft, dich zu organisieren und auch ein bisschen mehr an dich zu denken. Willkommen zurück im Kindergarten. Dieses Game soll sehr gut sein, denn es ist auf Steam äußerst positiv bewertet und wir spielen ein Kindergartenkind, welches überleben muss. Wir sollen Spaß haben und überleben und auch mein Live-Chat sagt gerade, die Oma hier unten sieht ziemlich wild aus. Deswegen, da haben wir Bock drauf. Ganz liebe Grüße aus dem Twitch-Chat. Kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv slash knuderstrich live, falls ihr Lust habt. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen, über ein Abo auch. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in das Game. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, aber es wird sicherlich interessant. Play. So, eine Empty-File nehmen wir. So, Erase. Ah, okay. Ja, wir spielen jetzt. So, let's go. Montag. So, it looks like you haven't played before. Would you like to go? Ah, okay. Ich möchte auf jeden Fall ein Tutorial, weil die wissen, dass ich noch nicht gespielt habe. Willkommen im Kindergarten. The school day is separated into five separate time intervals. Also der Tag, der Schultag ist in fünf verschiedene Teile unterteilt. Ähm, der Schulgarten, die Morgenzeit, äh, Mittagessen, Recess, das ist wahrscheinlich Ausruhen. And show and tell. Und eine Show und reden wahrscheinlich, tell, erzählen, story erzählen. Most characters want something done during the day. Try and pick one character to help each other. Also du kannst quasi denen über den Tag den Charakteren helfen, etwas während dem Tag zu schaffen. Completing a character's task all the way will unlock that character's special item. Also wenn ich quasi einem Charakter helfe bei der Aufgabe, die sie am Tag machen möchte, die zu lösen, gibt es ein spezielles Item. Special items can be reused, äh, okay, also besondere Items kann ich unendlich oft benutzen. Every day is exactly the same as the one before. Also jeder Tag ist genauso gleich wie der Tag davor. It is always, es ist immer Montag. Only special items are saved. Also nur Tage, also nur spezielle Items werden von Tag zu Tag mitgespeichert. Characters will respond differently to you depending on what items you have. Also die Charaktere werden aber auf mich anders reagieren, je nachdem was für andere Items ich habe und was für Entscheidungen ich quasi über den Tag gemacht habe. Okay, also sind wir in so einer Art Kindergarten-Loop gefangen. Okay, das ist mein Geld, the amount of money you're carrying, 2,50$ habe ich. Items, die ich habe, ein Kaugummi und eine Pille und Apples zeigen quasi, ähm, Apples represent how many actions you can take in a room. Ah, okay, also ich kann quasi 5 Dinge in den Raum machen, da sind meine Apples weg. This is some example dialogue for the tutorial. Das ist quasi ein Beispiel, wie es sein soll. Ähm, so. This response requires an item in order to be selected. This response requires 100$ to be selected. This response will use an apple. Ah, okay, also ich kann quasi entweder Geld einsetzen, um eine Antwort zu geben, eine Medikamente oder einen Apfel. In dem Fall können wir nur den Apfel machen. So. Okay, dann können wir uns hier bewegen. Interacten. Äpfel essen. Und open a planner. So, once you are out of apples, the bell will ring. Also wenn quasi die Äpfel leer sind, dann klingelt quasi die, äh, Schulklingel. If you are outside of the area, you started in the bell, the bell will ring when you have one apple left. If you can find a way to use all of your apples, use Return Keyboard or B-Controller to consume the rest of them and continue the next area. Okay. Take a look at the hints page. Some hints are unlocked already. So, gucken wir mal. Was kann ich machen? Ah, hier. Should I bring some extra money to school? Soll ich ein bisschen extra Geld mit zur Schule bringen? Ja. Oh, jetzt habe ich ja voll... 10$. Na, jetzt kann ich noch ein bisschen mehr? Mein Piggy ist empty. Darn. Okay, also ich habe keinen Piggy mehr. Das sind wahrscheinlich dann meine Special Items und das hier in der Mitte macht noch keinen Sinn. Das heißt, das ist mein Zimmer. Okay, ich bin bereit für den Kampf. So, bin ich bereit, einen anderen Tag im Kindergarten zu starten? Ja. Hm. Ich rieche Geld. Yeah. Jemand von euch trägt eine Menge Geld mit sich rum. Oh, nein. Hey, Kind. Hast du Geld dabei? Nein. Lüg mich nicht an. Ich weiß, wenn ich Geld rieche. Gib mir die Hälfte, sonst passiert was. Nein. Schau mal, Kind. Ich habe nicht die Zeit, mit dir rumzustreiten. Gib mir das Geld oder du bist tot. Nö. Mach dein eigenes Geld. Oh, don't say it. Ich habe sicher, ich sage, oh Gott, der bringt mich um. Ich bin tot. Ich bin tot. Dieser Bastard. Hm, ich rieche Geld. Hey, Kind. Trägst du Geld mit dir? Ja. Wunderbar, gib mir die Hälfte. Oder ich mache dich fertig. Ja, hier, bitteschön. Guter Junge. Ähm, now don't go. Also erzähl es bloß nicht den Lehrer, sonst gibt es Ärger. Okay, das mache ich jetzt. Ich petze jetzt. So, Mrs. Booby. Hey, Mrs. Applegate. Applegate. I have been well endowed. Äh, well excellent teaching. Buck stole my money. Sag ich jetzt. Hat er das? Interessant. Ähm, ich mache dir ein Angebot. Buck is a real, also Buck ist ein wirklicher Problemmacher. Er macht immer Probleme. Er ist sehr gewalttätig. Und ein, und auch noch sehr gefähr, äh, ist eine Gefahr für andere. Ähm, if you go over there and challenge him, I will make it worth your while. Also, wenn du rüber gehst und ihn herausforderst, dann wird es sich für dich lohnen. Äh, was passiert, wenn er mir weh tut? Ist das legal? Oder, was, 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 was springt für mich dabei raus? Ähm, ich gebe dir einen goldenen Stern. Wir lieben doch alle goldene Sterne, oder? Und was das, wenn er mir weh tut? Ähm, it will build character. Das macht dich nur stärker. Ist es legal? Vielleicht nicht. Aber, but if this is how I can start my underground kid fighting ring, then there is... Also, es ist nicht legal, aber wenn ich so anfangen kann, mein, äh, 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 Kinder... Also, die will quasi... Oh mein Gott, das ist so absurd. Einfach nur... Underground, also Untergrund-Kinder-Kampf-Ring, äh, so starten kann. Dann ist es ihr das Risiko wert. Oh, how I love a good kitty fight. Oh, ich liebe es, wenn Kinder sich schlagen. Geh rüber und push ihn und schuck sie mir ein bisschen. Wenn er dich zurück angreift, dann rufst du nach mir, okay? Und ich... Oh Gott, Hilfe, das ist aber jetzt recht gefährlich. Okay. Was willst du von mir? Geh raus. Okay. Äh, squish me won't make your dad come. Okay. Mein Dad wird kommen. Oh Gott, ich habe gesagt, dein Vater wird nicht mehr zurückkommen. Mein Vater wird zurückkommen. Er ist nur in einen Laden gegangen und hat Zigaretten geholt. Hau ab, bevor ich dir eine reinhau. Er wird, äh, niemals stolz auf dich sein. Doch, das wird er. Wenn du jetzt nicht gehst, dann bringe ich dich um. Äh, sterben würde nicht traurig sein. Fein. Du hast dafür gefragt. So, ich rufe den Lehrer. So, was ist das für ein Spiel? Bugs, wie kannst du es wagen, andere Schüler anzugreifen? Letzte... Das ist der... Das ist die letzte Verwarnung. Ich bringe dich sofort zum Office, äh, zum Rektor, sein Office. Dann kann er dich von der Schule schmeißen. Nein, bitte nicht. Er hat angefangen. Er ist ein Lügner. Er hat gesagt, mein Vater wird niemals zurückkommen. Nun, er hat recht. Er naufst du das Little Incident nieder. Und nach diesem Vorfall wirst du es auch nicht. Jetzt geh zum, äh, Rektor. Und dann wirst du quasi rausgeschmissen. Aber, aber... Raus! Geil, wir haben ihn expelled. Du verdammte Ratte. We could be friends if you didn't rat me out. Wir hätten Freunde sein können, wenn du mich nicht verraten hättest. Oh. Das heißt, wir haben auch die Option, uns mit denen anzufreunden. Okay. Okay. So. Oh. Was für ein toller Tag. Endlich bin ich den, äh, diesen degenerierten Typen los. Hier ist der goldene Stern für dich. Oh, dankeschön. So. Now you got me thinking through. Na ja, jetzt hast du mich zum Nachdenken gebracht. Jerome thinks he's so high and might because he's the principal's kid. Ah, der Typ denkt, ist quasi das Kind vom Rektor. Why don't we arrange a trip for him to visit daddy? Warum arrangieren wir nicht einen Trip, damit er seinen Vater besuchen kann? Sollten wir. Oh. That's what I... Das wollte ich hören. Komm. Und wir sehen uns am Morgen. Dann erzähle ich dir, was ich vorhabe. Bis dann. And if you still have time, you might want to get rid of Cindy too. Die Lehrerin will, dass ich alle Schüler rausmoppel. Wenn du Zeit hast, möchtest du bestimmt auch noch Cindy loswerden. You could easy get her expelled if she's false accuses... Du wirst sie sicherlich schnell loswerden, wenn du sie zu etwas Falschem beschuldigst. You bet I have talked to Monty. I'm sure you have something that could help exonerate you once she lies to get you in trouble. Ich muss mit Monty reden. Wer ist mit Monty? Hi. Meine Freundin nennt mich Nugget. Oder sie würden, wenn ich irgendwelche hätte. Nugget knows no love or friendships since Billy went missing. Also Nugget kennt keine Liebe und Freundschaften, seitdem Billy weg ist. Ich werde dein Freund sein. Soll ich sein Freund sein? Ich bin mir nicht sicher. Was ist mit Billy passiert? Billy ist vermisst. Der arme Nugget vermisst Billy. Aber Nugget kann ihm nicht helfen. Es ist zu spät. Weißt du, wo er ist? Nugget weiß es nicht. Nugget weiß... Knows... Who knows? Nugget weiß es nicht. Aber es weiß jemand. Your question upset, Paul Nugget. Deine Frage verwirrt mich. Du bist sehr aufdringlich. Worüber reden wir nochmal? Billy. Oh. Ich weiß nicht, worüber du redest. Oh Gott, ist der anstrengend. Der Rothaarige ist der. Okay, wir haben doch gerade erst über ihn geredet. Also es ist quasi so. Ich tue ja immer jeden Tag wieder erleben. Heißt also, ich muss oft mit den Leuten gar nicht mehr reden, weil ich gewisse Infos ja schon hab. Okay. No, you don't enjoy your trip. Okay. Whatever, Nugget. Oh. The principal, also der Rektor hat mich gerufen. Er möchte mich in sein Office sehen. What did you and this little weirdo... Was hast du in dieser kleine weirdo hier getan? Ich hab nur Fragen gestellt. Naja, dann viel Spaß. Der Rektor ist ein sehr ungeduldiger Mann. Fine. Aber ich möchte... Nein. Ach Mann, ich wollte doch noch mit dem anderen reden. Verdammt. So, I've been told you that you're feeling sad about... Ah. Also ich hab dir gesagt, dass du dich nicht schlecht wegen Billy fühlen musst. Oh, du weißt es bereits. Naja, ähm... It doesn't matter how I know. Es ist egal, was ich weiß. It's that I do know. Also ich weiß Bescheid, was mit Billy ist. I'm not sad about Billy. Okay. So, was ist mit Billy? Also geht's wirklich darum, Billy wird vermisst und es macht dich traurig. You're not trying to find him or anything. You're just sad he's gone. Du versuchst also nicht, ihn zu finden. Du bist nur traurig, dass er gegangen ist. Stimmt. Ah, okay. That makes this a whole lot... Es macht das um einiges leichter. So, here's what we're gonna do. Hier ist das, was wir jetzt tun werden. I'm gonna give you something and I want you to take in whenever you're feeling sad about Billy. Ich werde dir jetzt etwas geben und du wirst immer, wenn du traurig über Billy bist, es einfach anschauen und dann wird's weggehen. Oh, jetzt hab ich ein Medikament bekommen. Just said it is something I ordered for this exact reason. Also etwas, was ich bestellt habe für genau diesen Grund. Hier, nimm immer eine Pille, wenn du Billy zu sehr vermisst, okay? Das ist ja eine tolle Lösung. Wo liegt Blut? Stimmt! Oh mein Gott, ihr habt recht, da ist Blut. Er hat bestimmt Billy umgebracht und hier wurde irgendwas verschoben. Deswegen will er nicht, dass ich wegen Billy nachfrag, ne? Erzähl niemandem, dass du diese Pillen von mir hast. The hall monitor is waiting to take you back to class. Please head outside. Also quasi Security bringt mich zurück zur Klasse. Oh mein Gott, der Teppich. This rug seems a little out of place. Oh Gott, dieser Teppich sieht ein bisschen komisch aus. Ignore the rug. Ach, ich kann es nicht machen. Ich kann nichts machen noch hier. Oh mein Gott. Da ist etwas drin. Im Mülleimer. Take the card. Okay, ich habe eine Karte. Oh mein Gott, der hat den 100% ermordet. Der tötet uns alle. Wir suchen mal noch ein bisschen. Also hier kann ich leider noch nichts machen. Ich kann noch nichts machen. Okay. Was haben wir? Hier sind die Waffen. Okay, also der Principal hat, glaube ich, einen Schüler ermordet. Willkommen zurück. Ich hoffe, alles ist gut gewesen beim Rektor. Ja, alles gut. Sag mal. Hat dir der, ähm, der Rektor irgendwas gegeben? Er hat mir Pillen gegeben. Nein. Soll ich es ihr sagen, dass er mir Pillen gegeben hat, oder soll ich nichts sagen? Oh, das ist schwer. Ich vertraue ihr nicht. Okay, ich sage nichts. Nein. Ach, schade. Okay. Nun. Well, there's still some morning time. Es ist immer noch ein bisschen Morgenzeit übrig. Geh los und spiel. Okay, mit wem sollte ich denn reden? Mit ihm, ne? So. Was? You wanna be, möchtest du mein Morgen, mein Morgenfreund sein? I ain't got time for, ich habe keine Zeit für diesen Nonsense. So, unless you're buying or selling something, get lost. Also, wenn du nichts kaufst oder etwas verkaufst, dann hau ab. Ich möchte etwas kaufen. Ich möchte etwas verkaufen. Okay, ich möchte etwas kaufen. Okay. Here's what's for sale. Okay. Oh, screwdriver, cigarettes. Okay, ein screwdriver vielleicht. Okay. Got this sucker off the janitor for a steal. Oh, hab ich gar nicht das Geld. Ähm, it's weird that he's willing to sell me the tool provided by the school, but I ain't complaining. Also, irgendjemand hat ihm quasi, ähm, das jetzt verkauft. Und er, ja, ne, 100 Dollar hab ich leider nicht. Okay. Äh, was ist ein Jo-Oh? Äh, don't know what it is about the things, but Jerome's love him. Also, Jerome liebt dieses Jo-Jo. Aber ich kann es nicht kaufen. Okay, ist alles zu teuer. Oh, sorry. Okay, dann ist es der Falsche. Vielleicht kann ich mit dem reden. Dude. You know you're not cool enough. Ah, dude, du weißt, dass du nicht cool genug bist, um mit mir zu reden. Lass mich alleine. Besides, Monty's gonna hook me up with a sweet Jo-Jo. Ah, okay. Der Monty ist doch der. Der hat quasi sein Jo-Jo ihm geklaut. Oder ihm gegeben. Okay. Kann man die Pillen tauschen? Das ist ein Dollar. Warte, lass mal kurz gucken. Was ist das? Das ist ein Dollar. I want to buy something. Jo-Jo. Ach, ein Dollar. Ich hab's verlesen. Ja, dann. Let's go. Okay, ich möchte das auch noch kaufen. Yes. Und ich möchte noch was kaufen. Zigaretten. Wie teuer sind die? Äh, auch ein Dollar. Okay, gut. Dankeschön. Nichts. Kann ich ihm jetzt das Jo-Jo geben? Dude. Ja, you mean this Jo-Jo. Ah, ich geb ihm das zurück. Oh, komm schon. He told me he was gonna save that for me. Ah, er hat mir doch gesagt, dass er es für mich aufheben wird. Du kannst es bekommen, wenn du mein Freund bist. Du hast einen Deal. And since we're gonna be friends, I think you should be something to help me out. Ah, okay. Und seitdem wir Freunde sind, solltest du mir bei etwas helfen. Unsere erste Task. Ist Janitor nicht, äh, Hausmeister? Ach, ein Dollar. Okay. Also, du kennst doch diesen alten, gruseligen Hausmeister. Er hat meinen Laserpointer um heute Morgen geklaut. Er sagt, dass es nicht gut ist für meine Augen. Ich brauche es zurück. Wenn du bereit bist, werde ich dir etwas geben. Einen Hall, ah, einen Flurpass. Dann kann ich den quasi benutzen. Und dann ignoriert mich dieser Aufseher. Once you are past him, head to the janitor's closet. My laser should be in there somewhere. Okay, ich kann das machen. Okay, super. It should be in a box somewhere. Just grab it. Okay, es sollte irgendwo in a box sein. Lass mich wissen, wenn du es geschafft hast. I don't be able to distract the teacher. Ich werde es nicht in der Lage sein, den Lehrer lange abzuhalten. Ähm, don't talk. Rede mit niemandem auf deinem Weg. Okay, let's go. Und linke sie ab. Dude, you wait too long. You can forget about it now. Thanks for nothing. Was? Warum? Was? Dude, you wait too long. You can forget about it. Hä, aber warum? Shit. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Hey! Don't snoop around the things. Okay. No, 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 no. Du kannst nicht die Klasse verlassen. Ich muss aber aufs Klo. Ich weiß nicht. Kannst du? Darf ich vielleicht das Bad bitte benutzen? Natürlich. No. Jetzt, wo du richtig gefragt hast. Hier ist der Badezimmerpass. Dankeschön. So, komm bald zurück. Oh, das ist ja voll übel. Hey, man, you hit the bell. Go back to class. Ähm, okay, das ist wahrscheinlich der Aufseher. Ich muss aber aufs Klo. Oh, du bist schon zurück. Gerade rechtzeitig zum Mittagessen. Lass uns zur Cafeteria gehen. Hä, ich habe ja gar keine Möglichkeit, irgendwas zu tun. Mein Gott, was ist da hinten los? Läuft ja irgendwo eine imaginäre Zeit? You're nowhere near cool enough. Du bist nicht cool genug, um mit uns zu sitzen. Ich will nicht bei dir sitzen. Okay, das ist ja furchtbar einfach nur. Was mit ihr? Sorry, 3D. Dieser Spot ist hier, ist das reserviert für meinen Boyfriend. Sitz wo anderes. Du hässliche Lilly. Ah, mit der hässlichen Lilly soll ich sitzen. Hässliche Lilly? Ja, die hässliche Lilly. Hey. Möchtest du mir einen kleinen Gefallen tun? Ja, was? Wenn ich dir dieses Stück Kaugummi gebe, würdest du es in ihre Haare machen? Oh nein. Es wird sich auf jeden Fall für dich auszahlen. Bonus Points. If you can do it and come back to me before lunch is over. Oh Gott. Ich mach's jetzt mal. Aber... Oh, es ist sie abgehauen. Shit. Ich mach's jetzt mal, aber nur, weil ich... Hey, stop. Du kannst hier nicht raus. Okay, okay, kacke. Also sie ist jetzt abgehauen. Das ist ja Garbage. I'm not gonna... Ich kann da nicht drin rumwühlen. Okay, jetzt muss ich aber irgendwie rauskommen. Oh, das ist ganz schön kompliziert. How you doing? Wie geht's dir, Kleiner? Möchtest du etwas Leckeres? Hm. Hast du etwas anderes? Hm, naja. Das Menü ist sehr strikt. Ähm. What with... Also es hat mit den neuen Gesundheitsregulierungen zu tun. Ich hab eine Schokolade. Okay. Aber die ist sehr teuer. Okay, dann ist egal. Was sagt er mir? Biskuit Balls. Biskuit Balls. Mein eigenes Rezept. Probier's mal. Was ist denn in ihm drin? Was auch immer. Ein Biskuit. Äh, what's ever in a biscuit. In a little something extra. Und was ist das little something extra? Er sagt, es ist was in dem Biskuit drin ist. Und auch irgendwas Besonderes. Ach, komm schon. Probier's doch einfach. Wie viel kosten sie? Ähm. Ein... Der Bucket Piece. Okay, ich probier's mal. There you go. Okay. Muss ich ja irgendwie raus. Niemand sitzt neben den Armen Nucket. So. Okay, die ist weg. Not yet. Okay, shit. Ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Wie komme ich raus? Weiß es jemand? Hm. Verdammt. Hilf mir, bro. Okay. If you figured out, be seeing me around. Slop is no good. And I don't think anyone is brave enough to try a biscuit from a janitor. Also niemand ist mutig genug, um den Biskuit, den ich geholt hab, zu probieren. Dummer alter Mann. Der kann nicht mal richtig buchstabieren. Ja, ich möchte etwas kaufen. Ähm. Salat. Oder... McClop's Silly Meal. Oh, das hätte ich gerne mal. Oh, 2,50 Euro. Das kann mir nicht leisten. Shit. Kann ich ihm was verkaufen? Ich weiß halt gar nicht. Die alte Frage, ob du darfst. Ah, okay. Kann ich das machen? Okay. Gut. Äh. Kann ich das überhaupt machen? Warum ist es so teuer? Ich kann die Schokolade... Nee, ich kann... Wo ist denn die alte? Kann niemanden fragen, ob ich aufs Klo darf? Leider. Hm. Darf leider nicht. Muss ich vielleicht das Essen essen? Also ich weiß nicht, wie hier weiterkommen tatsächlich. Hat jemand auch aufgegessen? Die ist weg. Hm. Nee, die Frau oben lässt mich nicht. Ah, jetzt. Ah, kann ich ins Bathroom gehen? Okay. Oh, ich bin nicht erlaubt, dich irgendwo hinzugehen zu lassen, während dem Essen. Aber vielleicht könnte ich... Es machen, wenn du... Me a little something... Ah, vielleicht kannst du mir einen Gefallen tun. Dann würde ich es mir mal überlegen. Was denn? Well, I seem to have misplaced my glasses. Ah, okay. Sie hat ihre Brille verlegt. These old eyes can't read the menu without them. Also diese alten Augen können das Menü nicht ohne Brille lesen. See if you can find a pair lying around and I'll let you out. Okay. Ist da noch etwas, was ich tun kann? Well, that mupe little girl has been playing me to let her out. I don't see why you can't get the same deal. Ah, okay. Puh, da müsste ich aber eigentlich... Ah, okay. Das Mädchen, der wir den Kaugummi in die Haare packen sollten, ist jetzt abgehauen. Okay. Das heißt, wir können vielleicht für den gleichen Deal machen, aber ich habe nicht genug Geld. Na, verdammt. Jetzt hätte ich wieder Geld gebraucht. Wo sind die Glases? Kann ich ihm kurz was verkaufen? Ich möchte dir etwas verkaufen. What do you got? Never mind. Aber wieso kann ich ihn nichts verkaufen? Dann muss ich die Brille finden. Weiß jemand, wo die ist? Vielleicht ist die hier drin? Oder hat sie sie vielleicht? Oder hat er sie vielleicht? Oder er? Kann ich die Sachen auch irgendwie essen? So, Restart Day. Hints. Hinweise. This is the hint page. You don't need any special items to complete Jerome, Cindy or the teacher's mission. Bugs. Okay. Here. You need to get rid of Bugs in the Schoolyard. Start the day with extra money. Ach so, da steht es ja im Prinzip, ne? Aber ich würde gerne mal die Options. Back. Tutorial. Wo kann ich denn nochmal meine Menü öffnen? Ah, was mache ich denn da? Verdammt. Oh nein, ich habe es nicht geschafft. Oh Gott, der erste Tag ist so lost. Okay. Not that easy. Ich weiß nicht, woher ich das Geld gerade kriege. Äh, was kann ich für dich tun? Was kann ich denn kaufen? Monstermon-Karte. Nee. Ich will nichts. So, kann ich jetzt den Kaugummi in die Haare packen? Ich weiß, dass er es getan hat. Ich weiß nicht, warum, aber er hat es getan. Ja, guck, sie sagt, der, äh, sie sagt, dass der Rektor ihn getötet hat. Ich mache jetzt mal den Gamm rein. Machst du Witze? Warum hast du das getan? Weil ich musste. Weil ich musste. Hau ab. I don't need. Ich brauche das gerade nicht in meinem Leben. Oh, so ein Arschloch bin ich. Hahaha, tolle Arbeit. Hier ist das Geld. Das war jeden Penny wert. Das war lustig. Wir sollten es wieder tun. Okay. Ich muss leider gerade alle Missionen machen. Einfach, weil ich dachte, ich kriege ein paar. Oh, die Arme. Lass mich alleine. Okay. Okay, was macht denn der hier eigentlich krankes? Der Nugget. Behold, the Nugget Cave. It is very deep and very dark. What secret does it hold? Do you want to find out? Also er sagt quasi, das Loch ist sehr tief und dunkel. Ob ich herausfinden möchte, was sich darin befindet? Ja, aber sicher doch. Oh Gott. Nein, ich bin tot. Okay. Okay, okay. Okay, also wir können immer wieder den Tag restarten. Da ich nur Kohle von der krieg, finde ich das gar nicht mal so attractive. Lerv mich nicht. Ich versuche gerade etwas herauszufinden. Was herauszufinden? Es ist ein Rätsel. Über dieses dumme Entending. Apparently if you shake them in the right order, wenn du sie in die richtigen Reihenfolge schüttelst, passiert etwas. Go try the duck that's further south. Then two blue before red. After return to the first duck, then glue. Then blue. Get it wrong and you're dead. Okay, what? Also go try the duck that's further south. Nie ohne. Also die gelbe. Then two blue before red. Dann muss ich zum blauen gehen. After return to the first, then the blue. Also ich muss zu gelb, blau, gelb, blau. Wenn es falsch ist, ist es good luck. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Oder? Was... Kann ich das Rätsel noch mal hören? Also go try the duck that's further south. Zweimal. Ah, okay. Also. Oh mein Gott, bin ich erschrocken. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar, das Game. Okay, 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 okay. Ich will es jetzt schaffen. Also. Also. Okay, also zweimal zu gelben. So, und dann. Blau. Und dann gelb. Und dann nochmal blau. Can I hear it again? Also zweimal zu duck. Then to blue before red. Ach so. Dann zweimal blau. Vor der roten. Then return to the first duck, then blue. Dann gelb. Oh Gott. Also. Zweimal. Zwei. Rot. Oh Gott. Okay, nochmal. So, warte. Was willst du jetzt? So, ich glaube, dass es auch jedes Mal anders ist, oder? So. Go twice, the duck that's furthest south. Then to blue before red. After return to the first duck, then blue. So, gelb, gelb, blau, blau, rot, gelb, blau. So, also. Nochmal. Gelb. Gelb. Blau. Blau. Rot. Gelb. Blau. Yeah. Ich kann nicht glauben, dass du es gelöst hast. Ich muss es nächstes Mal schneller rausfinden. Okay, nice. Das können wir mit der Karte machen. Was kann ich für dich tun? Hm. Nichts. Okay. Geh weg. Wie auch immer, Cindy. Also, ich tue das jetzt mal in die Haare. Auch wenn ich mich richtig schlecht fühle. Aber ich glaube, dass ich das tun muss. So, und dann gibt sie mir das Geld. Und dann rede ich mal mit dem. Das werde ich definitiv nicht tun. Nein. Trust me, you will love it. Äh, nein, ich werde nicht. No one has ever... Niemand hat mich je geliebt. I'm not... Ich werde nicht gehen. Punkt. Okay. Du wirst gehen. Eines Tages. Geh weg vom Nugget. Okay. So, sagt die Lehrerin. Spiel mit den anderen. Okay. Gibt aber nichts zu spielen. Äh, was kann ich denn nochmal hier kaufen? Monstercard. Oh, die kostet 15. Kann ich nicht. Okay, kann ich nicht. Aber wie kann ich denn meine Items... Ähm... ...nochmal aufrufen? Das geht doch irgendwo, oder? Was mache ich denn eigentlich hier? Ach so, damit verkaufe ich meine Äpfel. Meine Choices. Das ist die Statue vom Rektor. Da ist so ein rotes Licht in den Augen. Creepy. Ja, weil der uns beobachtet. Kann ich hier irgendwie spielen oder so? Nee, ich kann hier gar nichts machen. Okay. Hier geht nichts. Nö. Da muss ich, glaube ich, warten, bis der Tag einfach rum ist. Aber kann ich die hier unten irgendwie auswählen? Nee. Hm. Ja, ja, die Augen sind auf jeden Fall Kameras. Okay. Der ist da. Da ist eine Monsterkarte drin. Cool. Da hat noch eine eingesammelt. Wofür sind die denn? Die Karten. Vielleicht finde ich ja hier noch was im Haufen. Okay. Hier findet man auch Dinge. Den Jungen kann ich leider nicht die Zigaretten verkaufen. Nee. Ich weiß gar nicht, wie ich die Objekte auswählen kann. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich verkaufe die jetzt einfach. Dann geht der Tag weiter. Das ist die Klingel. Lasst uns zurück. Also wenn nichts geht, soll man die einfach verkaufen. Ich hoffe, jeder hatte... Was ist ein Recess? Eine tolle... Es ist eine Erholung. Let's all get ready for the show. Oder eine Probe. Lass uns alle bereit machen für die Show. Show and tell. Why don't you go first? What did you bring? Select an item. Boah, eigentlich wäre die... Die Pillen wären jetzt krass, wenn ich die zeige. Ah, eine Pause. Soll ich mal die Pillen zeigen? Ah, Recess Pause. Ah, okay. Oder vielleicht doch lieber eine Karte. Oder die Zigaretten. Nee, ich war tot, als ich ins Loch gegangen bin. Ich zeige mal das. Eine Monstermond-Karte. Ach, komm schon. Du musst mehr kreativ sein als das. Also, wer kommt als nächstes? Okay, das hat sie nicht beeindruckt. Nun ja, Children, Kinder. Das hat Spaß gemacht. Ah, show and tell. Zeigen und erzählen. Oh, da ist die Klingel. Ähm, ich hoffe, dass ihr alle einen tollen Tag hattet. Wir sehen uns morgen. Hey, das ist so eine kranke Kacke hier. Echt wirklich. Ich würde niemals in die... Ah, die Arme mit den Kaugummi in den Haaren. Das ist schrecklich. Tag completed. So, das habe ich neu. Nice. Montag. Again. Ey, das Spiel ist witzig. Okay, ach, guck mal. Da habe ich jetzt meine Karten collected. Ich nehme mal kein Geld mit. Weil der Typ wird mich ja wieder ausrauben. Ja. Kindergarten, let's go. Hm. Guck mal, weil ich jetzt nicht viel Geld dabei habe, lässt er mich in Ruhe. Der meint ja, wir können Freunde sein. Weg mit dir, Kind. Ich bin beschäftigt. Mit ihm sollten wir doch reden. Hm, ich bin Monty. Wenn du etwas brauchst, rede mit mir. What are I can get it for you for the right price? Ah, ich kann dir alles für den richtigen Preis geben. What I need and what I sell changes through. Ah, was ich brauche, was ich verkaufe, verändert sich den ganzen Tag über. Was kann man jetzt kaufen? Jojo, Zigaretten, Voice Recorder, Screwdriver. Okay, ein Voice Recorder. Da muss man auch irgendwas aufnehmen. Okay, gerade nichts, danke. Okay, mit dem kann ich auch reden hier. How? Wie geht's dir, Sunny? Beachte mich, alten Hausmeister, gar nicht. Ich kehre hier nur rum. Okay, das ist ein Mob. Ah ja, so ist es. Also du mobst also den Gehweg. Ja, I'm mobbing your blood off if you don't skedaddle. Ich werde dein Blatt aufwischen, wenn du nicht weggehst. Was ist skedaddle? Wirst du mich umbringen? Warum tötet der mich? Er hat gesagt, wenn ich nicht gehe, bringt er mich um. Das ist so furchtbar. Holy moly, rede ich mit dem besser gar nicht. Stop talking to the janitor. Okay, das ist ein Mob. Skedaddle. Ich möchte nicht skedaddled werden. Ich bin ein Mann, der sein Wort hält. Nein, ist mir wieder tot. Okay, okay, okay. Weiß nicht, die Lehrerin macht gar nichts. Also mit dem reden wir jetzt nicht. Hi, meine Freundin nennt mich Nugget. Okay. Was ist mit Bill passiert? Ist Bill dein Freund? Was hast du im Angebot? Ich habe eine Freundschaft. Perhaps, das ist vielleicht alles, was Nugget braucht. You may have Nuggets Nugget. Vielleicht hast du Nuggets Nugget. It signifies our friendships. Oh, thanks. Ah, ich habe Nugget. Do not consume the Nugget of friendship. Ich soll den Nugget nicht essen. For with its digestion. So too is our friendship discussed. Ah, wenn ich es esse, dann ist unsere Freundschaft auch beendet. Ich werde nicht. Gut. Nuggets sieht dich später. Bis später. Wir reden jetzt nicht mehr. Tschüss. Okay, also gut. Wir haben den Nugget. Oh, hey. Ich bin Lily. I'm probably heard about what... Ich habe... Ah. Du hast vielleicht gehört, was mit meinem Bruder passiert ist. Ach, die ist die Schwester von Billy. Nein, habe ich nicht. Hast du nicht? Es war doch überall in den News. Er ist verschwunden vor ein paar Tagen. Das tut mir sehr leid zu hören. Danke. That makes you one of the... Das macht dich von einer von den wenigen, dem es wirklich interessiert. It's hard to trust. Es ist sehr schwer, irgendjemandem zu trauen. Cindy has been trying to put gum in my hair. Cindy hat versucht, Kaugummi in meine Haare zu machen. Warum? Ich weiß auch nicht. But if I wear you, I'd stay... Wenn ich du wäre, würde ich von ihr wegbleiben. Sie ist wirklich sehr gemein. Dankeschön. Für den Tipp. Okay. Die Arme. Okay. I wouldn't be... Okay. Sehr gut. Haben wir. Reden wir mal mit der. Sagt die. Hey there, cutie. Ich bin Cindy. Möchtest... Wanna be my boyfriend? Je, ob ich ihren Freund werden will. Was ist mit dem Bug? I'm so... Through with Bugs. Ich bin so durch mit Bugs. Was ist mit Bugs passiert? Wir haben mal Schluss gemacht. Er war sehr eifersüchtig. He will probably be mad if he sees... Er wird wahrscheinlich böse sein, wenn er mich mit jemand anderem sieht. I'd be smart to get rid of him before we started dating. Ich war schlau genug, von ihm wegzukommen, bevor wir uns gedatet haben. Okay. Nee, ich habe kein Interesse. Oh mein Gott. Ich kann ihr Freund werden. Mal gucken, ob ich bei ihm irgendwas kaufen kann. So, Voice Recorder. Die Zigarette ist ein Screwdriver. Ich weiß halt noch gar nicht, was ich... Also Jojo kann ich dem einen geben. Das können wir mal probieren, dass ich das Jojo kauf und versuche, die Aufgabe von ihm zu erledigen. Die Zigaretten weiß ich nicht, für wen die sind. Vielleicht für den Hausmeister oder die Lehrerin. Mit Voice Recorder muss ich irgendwas aufnehmen. Und mit Screwdriver wahrscheinlich irgendwas öffnen. Das heißt, ich würde jetzt mal das Jojo kaufen. So. Hey. So. Ja. Deal. Okay. Äh, habe ich was zu verkaufen? Nee, nichts. Okay. Dann habe ich nichts. Im Moment. Okay. Dann rede ich mal mit ihr. Ich bin Miss Applegate. Genau. I have been well endowed with excellent teaching. Also ich wurde, ich habe quasi exzellente Lehrkraft, Lehrer, Lehrer oder beziehungsweise sie ist sehr hoch qualifiziert als Lehrerin. Okay. Dann esse ich mal meine Äpfel und gehe weiter, oder? Voice Recorder vielleicht das Gespräch mit dem Direktor. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Shit. So, gucken wir mal. I want to buy something. Voice Recorder. 2,50. Ah, Mist. No deal. Warte, ich muss kurz den... Oh, shit. Das reicht nicht mehr. Oh, no. Das reicht, glaube ich, nicht mehr. Nee, leider nicht. Okay, Children. Gehen wir in den Tag rein. Okay. Guten Morgen, Kinder. Es ist Zeit, dass ihr eure Morgenfreunde wählt. Okay. Or you can be... Oder du kannst traurig, erbärmlich oder alleine sein. Okay. Find deinen Partner. So, okay. Ich frage den mal. Hier, dein Jojo. So, okay. You can have it. Okay, wenn du mein Buddy bist. So. Okay, jetzt machen wir das gleich. Das habe ich nicht verstanden. I can do that. Okay, awesome. I should be in a... Es sollte in irgendeiner Box sein. Just grab it and go. Don't linger there too much. Okay, got it. So. Just let me know when you're ready. I'll give you the pass. Okay. Soll das jetzt hier in der Box drin sein, was ich ihm holen muss? Oder draußen im Flur? Weiß es jemand? Mit Nugget. Ja, ich weiß. Ich muss noch... I'm ready. Go distract her. Give me a minute. Okay. Okay, let's go. So, sehr gut. Wir haben es geschafft. Shit. Was mache ich jetzt? Mann, du Sack. Nicht so schnell. I'm gonna need to see your... Ah, hier mein Pass. Ah, okay. Ein Principal Pass. Ja, okay. Dann wie auch immer. Ach, guck mal. Da kann ich dann das rausholen. So, hier muss ich rein, oder? Weiß es nicht. Oh Gott. Oh mein Gott, was? Ist das ein... Was spielen wir? It's a bucket that's catching the blood from the finger at the table. Da ist ein Eimer und der fängt das Ding da... Der fängt das Blut von dem Körper da. This would be a truly real thing to dump in someone's death. Take the bucket. Ich nehme mal den Dugget. So. Oh Gott, ist ja furchtbar. Wer ist denn das? Hier, da sind die Monsterkarten. Take the note. Take the monster card. Take the money. The note. Okay. I'll take the note. But I can't read it because I'm in kindergarten. Oh Mann. Oh Boomer. Okay, okay, okay. Shit. Ich kann nichts mehr nehmen, oder? Okay, take the money. Oh shit. Oh shit. Oh, sorry. Sorry. Sorry, wird dich nicht retten. Es tut mir wirklich leid. Mir auch. Aber nicht wirklich. Warum? Was tut dir leid? Nein, nein. Der bringt mich oben. Okay, wir dürfen nur eine Sache nehmen. Oh, verdammt. Oh Gott, ey. Restart the room. Okay, wir machen es nochmal. So. War das überhaupt der richtige Raum? Leute? Okay, Distractor. So. Hier ist mein Pass. Lenkt mich nicht ab. So, weil da ist er out. Da muss ich rein, oder? Ich weiß nicht, wo ich rein muss. Ich gehe jetzt mal hier nochmal rein. Ich will nochmal. Ich finde das interessant hier. Ich nehme nochmal den Bucket. Also, der Hausmeister hat jemanden. Ah, stolen stuff. Da. Okay. Ignore. This box is too high to reach. I need to find a way to get it down before I can look inside. Shit, was kann ich denn hier holen? Ich brauche irgendwas, um hochzukommen. Oh, my life be like. Okay, dann nehmen wir mal die Note. Okay, ich muss jetzt raus hier ganz schnell. So. Hey, man. Du hast doch die Klingel gehört. Dann zurück zum Klassenzimmer. Okay, hey. Hast du es geholt, oder was? Okay, Kinder. Ihr habt die Klingel gehört. Lasst uns jetzt zur Cafeteria gehen. Wir reden beim Lunch. Oh, je. Hey, Kid. Wir drüben. Oh, je. Schlag mich nicht. Hast du es geholt? Ich konnte es nicht holen. Oh, Mann. Das ist echt eine Schande. Looks like I'm just gonna have to deal with whatever punishment I get from this. You can keep the pass. I will see you around. Okay, cool. Danke. Okay, gut. Er muss mit der... Ich habe den Pass. Das ist gut. Das heißt, ich könnte theoretisch ihr jetzt folgen. Sie geht ja irgendwo hin jetzt gleich. Bitte sitz nicht bei mir. Ich möchte mit niemandem reden. Ich möchte meinen Bruder finden. Heißt es also jetzt, wenn ich das jetzt mache mit dem Kaugummi, dass die jetzt weg geht und dann kann ich ihr hinterher rennen, ne? Hm. Hey, stopp. Okay. So, dann muss ich mit ihr reden. Kann ich bitte ins Badezimmer gehen? Okay. Oder gib mir den Deal. Yes. Okay, geil. So, ich gehe jetzt mal. Wo kann ich... Was kann ich mit dem Eimer machen? Geh weg. Ich möchte keine... Äh... Keine Probleme haben. I'll get in trouble if the Principal hears you. Ich werde Probleme bekommen, wenn der Principal dich hört. Okay, dann... Okay. Ich brauche hier noch irgendwas. Keep out. Das ist the door of the channel. Is the closest lock. Walk away. Hier ist die Toilette. Mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Hä? Du... Du solltest hier nicht drin sein. Ich werde dich zum Rektor holen. Das... Das geht nicht. Nun ja. Ich habe keine Zigaretten mehr, wenn du welche hättest. Ich habe den Hall Pass. Netter Versuch. Aber den gibt es nicht beim Essen. Ah, okay. Ich brauche den Zigaretten. Okay. Made. Großer Fehler, Mann. Sieht aus, als müssen wir dich zum Rektor bringen. Okay, aber wir checken es langsam. You just... Äh... You can't just be running. Also du kannst hier nicht einfach rumrennen. Du solltest... Äh... Es besser wissen. Es tut mir leid. Mir auch. Mir auch. Wofür bist du... Oh mein Gott! Ja, dann ist doch wohl klar, was mit Billy passiert ist, oder nicht? Hey, Kid. Hier drüben. Oh mein Gott. Shit. Okay. Okay, okay. Also lasst mal kurz überlegen. Was muss ich machen? Mit Nugget. Nugget, du bist mein Freund. Niemand sitzt mit den armen Nugget. Nugget hat keine Freunde. Okay. So. Das heißt, wir müssen mal kurz überlegen. Was mache ich mit dem Eimer? Ich brauche jetzt eigentlich die Zigaretten, ne? Aber wenn ich die Zigaretten habe... Salad... Miss Gops Meal. Ne, ich kann jetzt die Zigaretten nicht kaufen mehr, ne? Kann ich was verkaufen? Ah, mein Haulpass. Ja. Der bringt mir gerade eh nichts. So. Und jetzt möchte ich etwas kaufen. Und zwar den Salat. Oh, was bringt der denn, der Salat? Oder vielleicht... Das hier. Das Miel. Okay. Okay, jetzt geht sie weg. Das heißt, sie geht so oder so. Biskuit Grosz. Du hast Biskuit falsch ausgesprochen. Was? Nein, habe ich nicht. How would you even know? Woher willst du es überhaupt wissen? Du kannst nicht mal reden. Mount Ken. Oh. Is that the Dweep with the glasses? Who I'm kidding? Of course it is. Oh mein Gott. Bringt der jetzt den um? Hey, Nerd. Oh mein Gott. Weil ich gesagt habe, dass... Der gesagt hat, er kann nicht... Nichts lesen und aussprechen und buchstabieren. Hä? Was möchtest du? Gab es am Genitor Staff? Möchtest du nicht irgendwelche Sachen, also Hausmeisterzeug an mich verkaufen? Nein. Aber ich habe einen Sarg, den ich dir kaufen will. Oh mein Gott. Lass dir das eine Lehre sein. Dass du dich über andere Leute lustig machst, wie sie Dinge aussprechen. So. So. Die Lektion wurde gelernt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist ein gutes Kind, dass du mich das hast wissen lassen. Dieses kleine Monster wird nie wieder Dinge über mich sagen. And in a school of all places is shameful the way kids is schrecklich, wie Kinder sie sind. Ist er tot? Was? Nein. Ich habe ihn... Ich habe ihn nur ein bisschen geschlagen. Er wird wieder in zwei Jahren... In ein paar Jahren oder zwei wird sie wieder gut gehen. Super. You just let the old janitor know if... Also du lässt mich bitte wissen, wenn jemand noch etwas Schlechtes über mich gesagt hat. Ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Oh, hier sind die... Ah, hier ist die Brille. Ach nice. So kriege ich die Brille. Ja. Ähm. Nee, 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 ich will... Äh, kann ich zum Bathroom gehen? So. Dann kann ich ihr die Brille geben. Ich habe deine Brille gefunden. Oh, wunderbar. Danke dir so sehr. Dann kannst du jetzt gehen. Ich werde dich nicht aufhalten. Okay. So. Jetzt kann ich aber von dem nichts mehr kaufen, ne? Äh, na, äh, was hast du ihm gesagt? Du solltest dich jetzt ausruhen. Okay, verdammt. Jetzt ist die Klasse rum. Geh weg, Kind. Ich möchte nicht in Probleme geraten. Okay, kann ich... Kann ich ins Zimmer hier rein? Diese Tür ist im Klassenzimmer. Es ist versperrt. Oh, verdammt. Da kann ich nicht rein. Hier kann ich eigentlich auch nicht mehr rein. Nee, ich kann eigentlich nichts machen. Also, wir müssen auf jeden Fall nächstes Mal eine Schraubenschlüssel mitnehmen. Oh! Did the slop give you the run? Sorry about that. Hope it worked itself out. All the other kids are out of... Okay, die anderen sind jetzt schon gegangen. Okay, ich muss jetzt auch gehen. Okay, was können wir noch machen? Ich weiß, dass er hat's getan. Okay, die sagt mir nix. Go away. Ich möchte hier Boyfriend sein. Mit ihm können wir noch mal reden. Hallo an alle. Get out of here, I'm busy. Du siehst aber nicht beschäftigt aus. Ich bin... Was? It's no fun being a bully man, no matter how many kids you beat up. My dad still isn't coming back. Es ist nicht lustig, der zu sein, der mobbt. Egal, wie Kinder ich verprügel. Äh, mein Vater wird nie zurückkommen. Bist ein bisschen sentimental. Ich vermisse alles an ihm. Even the way he used to drink excessively. Auch, also, selbst in... Ich habe es... Ich vermisse selbst, wie krass er gesoffen hat. Ich gehe jetzt. Okay, das ist irgendwie gruselig. Was ist mit Nugget los? Nugget. Behold the Nugget cave. Es ist dark. Nein, ich möchte dich rausfinden. Trau mir, du wirst es lieben. Nein. Aber ich habe doch jetzt eigentlich einen Nugget. Vielleicht ist das jetzt ja richtig. Ich spiele mit den anderen Kindern. Wieso kann ich niemandem das Blut zeigen, was ich hier habe? Die Musik ist so mega fröhlich. Naja, irgendwie kann ich niemandem hier das Blut zeigen, was ich habe. Und der eine ist jetzt tot. Vielleicht bringt ja springend doch was. Weil ich habe ja einen Nugget jetzt. Nee. I'm dead. Puh, gar nicht so einfach. Mit denen kann ich allen nicht reden. Blut zeigen bei... Oh ja, bei Show & Talk kann ich das Blut zeigen. Guter Punkt. Sehr guter Punkt. Dann starten wir mal den Tag. Let's go. Guter Punkt. So, ich hoffe, jeder von euch hatte eine tolle Pause. Okay. Oder die Note kann ich ja auch machen. So. Das ist ja widerlich. Warum würdest du so etwas mit ins Klassenzimmer bringen? Bring es weg. I have half a mind to send you to the print. Oh nein. Sie möchte mich zum Rektor bringen. But I have this sinking feeling you got that from a janitor's closet. Ich würde dich gerne zum Rektor bringen, aber ich habe den Verdacht, dass du dieses Blut, diesen Eimer voll mit Blut aus dem Raum vom Hausmeister hast. I don't feel like filling out... Ich habe keine Lust, äh... Papierkram zu machen. Deswegen lassen wir das mal. Hehe. That would look really good on Lily. Das würde sehr gut an Lily aussehen. Das kann ich Lily mit dem Blut ihres Bruders wahrscheinlich überschütten. Nein, würde es nicht. Hör auf damit. Jemand anders? Irgendjemand anders? Bitte, zeigt uns, was ihr heute mitgebracht habt. Nun, Kinder. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Oh, da ist die Klingel. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Tag. Okay. Okay. Stay complete. Nothing new unlocked. Monday. Zweites Mal. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt und kaufen uns... Wir kaufen uns jetzt die Zigaretten. Und... Yo, yo. Und Screwdriver will ich gern haben. Und ich hätte gerne die Zigaretten. So, understood. I want to buy something. Nothing. Und dann würde ich gerne das einmal verkaufen und würde gerne noch einmal den Flumi kaufen. I want to buy something. Und zwar das Yo-Yo. Yes. So. Oh, den... Okay, gut. Okay. Dann können wir nämlich jetzt... Das ist der Kindergarten in Neukölln. Guten Morgen. Ich finde jetzt einen Partner. So, dann nehme ich den. Hier dein Yo-Yo. Okay. So, dann kann ich nämlich... Aber weiß jemand, wie ich an das Regal komme? Weil er möchte ja was. Ich komme ja nicht an das Regal. Weiß jemand, was ich dafür holen muss? Okay. Oh, it's distracted, ja. So, okay. Let's go. Hier, bitteschön, mein Ausweis. Sweet. Use the screwdriver. Yes, wir haben eine Karte. Kann ich vielleicht erst hier reingehen und mir irgendwas holen? Oh, da ist ja der. Oh mein Gott. Ich will nicht sterben. Die Tür geht nicht auf. Irgendwas muss da drin sein. Okay. Ih, das ist so ekelhaft. Das ist der Toilet. Die ist ja ekelhaft. Sollte jemand fragen, ob man sie... Ah, ich will aber nicht zu dem. Ich habe Angst. Hey! Hör auf, hier rumzuschnüffeln. Okay, sorry. Das ist ein Waschbecken. Okay. Gibt es hier noch irgendwas Feines? Hey. Geh weg. Okay. Hehe. Was machst du, Junge? Was ist in diesen... Ich will den gar nicht fragen. Was ist in diesen Tüten? The toilet, da drüben. Die Toilette muss gereinigt werden. Ja, ich weiß. Was glaubst du, mit wem du es zu tun hast? Wirst du es säubern? Nein. Wenn ich nicht tue... I get paid by the hour. Ich werde pro Stunde bezahlt. Nicht pro Toilette. Benutzt einfach eine andere. Oh, die anderen sind alle besetzt. Na gut, dann werde ich es machen. Dummes Kind. Okay, kann ich das jetzt... Das ist eine extrem blutige, ekelhafte Tasche. Also, Tüte. The parts in it are too big. Iiii. Should I take it? The parts in it are too big to carry, except for a served finger. Ich nehme den Finger. Iiii. Ich habe einen Finger geholt. Oh shit. Hey, so. So, es ist jetzt gesaubert. Du solltest jetzt aufs Klo. Oh man. Was mache ich mit dem Finger? Hast du es bekommen? Oh, Kinder. Wir müssen jetzt... Oh Gott, das ist so eine kranke Scheiße. Ne, wirschee. Jetzt habe ich aber nicht... Ich wollte eigentlich noch den Zettel holen, das die Lehrerin vorliest. Okay, kann ich irgendwann den Finger geben? Hey, Kind, hier drüben. Wo hast du denn her? Ich konnte es nicht schaffen. Okay, dankeschön. Okay, kann ich vielleicht... Oder kann ich ihr vielleicht den Finger geben? So. Oder vielleicht kann ich es ihm geben? Oder ihr? Actually, I'm not hungry. Ich könnte ansonsten auch nochmal raus und dann dem Typen die Zigaretten geben und in der Toilette vielleicht weiter rumzuschnüffeln. Wisst ihr, was ich meine? So, kann ich ins Bathroom. Das lässt sie mich ja nicht. Ne. Okay, ich muss mir halt die Glases holen. Wie konnte ich den denn petzen, dass der hier gelästert hat? Ah, genau, jetzt. Weil dann lasse ich den mal kurz umbringen. So, dann tötet der den jetzt nämlich. Und dann kann ich nämlich raus. Okay. What do you want? Got some genital stuff. Okay. So, der bringt den jetzt um. Genau, und der Toilette umschnüffel läuft. So, okay. Ist der tot? Nein, okay. So, dann kann ich nämlich ihr. Die geht jetzt. Dann kann ich ihr jetzt nämlich... Die Toilette geben. Äh, die Brille und dann kann ich zur Toilette. So, nice. Dann vielleicht sagt sie ja jetzt was zum Finger. Nee. Da kann ich auch nicht rein. Aber hier kann ich jetzt rein. So, dann gebe ich ihnen die Zigaretten. So, unless what? Hier, nimm die Zigaretten. Danke dir. Dann mach, was du auch immer machen wolltest. Wir sehen uns, kleiner Mann. Okay, das Blut ist jetzt weg. Irgendwas muss ich hier doch noch tun. Dankeschön, dass du mir das gegeben hast. Aber ich kann ja nichts machen, ne? Was bringt mir das dann, auf die Toilette zu gehen? Muss ich irgendwas machen? Mit vielleicht einem Finger irgendwo reinstopfen? Hat er nichts gebracht jetzt hier? Muss doch irgendwas geben. Also, es gibt jetzt mehrere Ansätze. Ich kann jetzt entweder mal hier in den Keep-out-Raum gehen. Gucken, ob ich irgendwie... Kann ich da rein? Sie redet auch nicht mit mir. Hm. Vielleicht kann ich mit ihm noch irgendwie reden. No way, a worm like you. So ein Wurm wie du wird nicht mit mir sitzen. Okay, dann werde ich es nicht tun. Wie gemein die alle sind. Das ist ja voll furchtbar. Dann kaufen wir... Oh, was soll ich mit Nugget? Nugget. Ich habe einen Finger für dich. Ne, lass mich. Ich gucke mal, ob das passiert, wenn ich das Essen kaufe. So, enjoy it. Okay. Essen. Kannst du es irgendetwas geben? Der vielleicht? Ne. Niemand will es essen. Hm. Hm. Hier spielen. Du bist immer noch so jung und dünn. Sie sagt auch nichts zu mir. Dass ich aber auch nicht den Finger zeige. Was kann ich denn mit den Fingern machen? Da muss ich mir so irgendwas machen können. Hm. Also hier kann man meistens nichts machen. Ich kann jetzt höchstens ihr den Finger zeigen. Oh, ist das ein unechter Finger? Ich nehme mal an, dass er unecht ist. Dann kann ich wenigstens heute rechtzeitig nach Hause gehen. Sehr gut. Wer ist der Nächste? Die ignorieren das einfach alles, ne? Ah, das ist so schwer. Also ich brauche irgendwas, irgendeine Erhöhung, um den Laserpointer zu holen. Das brauche ich. Und ich bräuchte mehr Geld, um den Voice Recorder zu holen. Problem ist, ab einer gewissen Anzahl Kohle nimmt der Typ mir das Geld weg. Wir müssen mal die Hinweise durchlesen. Oh, das wollte ich gar nicht. So, Hints. So, the lunch lady will let you out of the cafeteria, if you give her Monty's glasses. So, if you go to the restroom with cigarettes during lunch, the hall monitor will take you to the principal's office. Genau. If you run out of time in the janitor's closet, he will appear and kill you. You need to get rid of bugs in the schoolyards. The bucket of blood on the floor of the janitor's closet is perfect for what Cindy is planning. The lily should be eliminated after Bugs and Monty by knocking on the principal's door. Get rid of Jerome during morning time by giving him a yo-yo and then giving the teacher a hall pass. Start the day by getting robbed by Bugs. You need to have cigarettes by the time. You got to get to the laser pointer in the bathroom. Ah, okay. Brauche ich die dann doch? Du hast mit dem Finger, glaube ich, nicht ganz verstanden gehabt. Wieso? Was war denn da? Was hatten die gesagt? You need a special item from Cindy before you can start Nuggets mission. Okay, das heißt, wir müssen erst, also wir müssen auch quasi Charaktere unterschiedlich durchspielen. Ich kann auch das Geld nehmen uns der Lehrerin sagen, das stimmt. Das haben wir ja eigentlich jetzt durch hier, ne? Jetzt kommt nämlich sie. Also ich glaube, das haben wir durch. Jetzt kommt sie dran. You need to get rid of Bugs in the schoolyard. Probieren wir mal sie und probieren wir mal mit ihr zusammen zu kommen. So. Dann soll sie mal... Sure. So. Das habe ich... That's what I like. Das wollte ich hören. Was habe ich denn mit dem Finger falsch verstanden? And we told you, wir sind das absolut süßeste Paar in der Schule. First, als erstes musst du etwas tun. Was denn? Siehst du das Mädchen da drüben? Lily. Sie ist die hässlichste von allen und das schrecklichste Mädchen, die du jemals treffen wirst. Ich möchte, dass du ihr den Kaugummi in die Haare packst. Äh, okay. Am Morgen dann. Ja, habe ich. Wahrscheinlich ist sie einfach nur eifersüchtig auf die, ne? Schrecklich. Ah, yay. Das ist gar nicht... Das wird so toll. Sie wird endlich das bekommen, was sie verlangt, verdient hat. Genauso wie ihr Bruder. Sit for dumping me. Ah, ihr Bruder, der mich hat sitzen lassen. Okay. Das heißt, sie liebt quasi den Bruder von ihr, der ja, glaube ich, tot ist. Ja. Und sie ist eifersüchtig. Come find me morning time after you've done. Okay. Was ist mit dem Bruder passiert? Hast du es nicht gehört? Er ist vermisst. His disappearance totally stole the thunder from my dog. Biscuits got missing. I guess everyone just cares more about him they do about me. Ah, sie ist mit dem Hund ist quasi, ist er verschwunden. Dein Hund ist auch weg? Ja. I brought her in for show and tell. Ah, sie hat quasi den Hund mitgebracht bei der Klasse, wo man Dinge zeigt und erzählt. Aber der Rektor hat gesagt, Hunde sind hier nicht erlaubt. Also hat er sie genommen. Apparently, sie ist zum Glück entkommen von seinem, äh, von dem, von dem Raum, von dem Closet. Und sie haben sie nicht mehr gefunden. Maybe, vielleicht kann ich sie finden. Hm. Interessant. Ähm, ich vermisse Biscuit. Die Frage ist, liebe ich Biscuit mehr, als ich Lilly hasse? Ich glaube, du liebst Biscuit mehr. Hm, nein. Ich hasse Lilly definitiv mehr. Voll die Unangenehme. Man sollte eigentlich sich mit dem, mit eigenen Fingern melden und nicht mit abgetrennten Fingern im Unterricht. Ach so, okay, so hat sie das gemeint. Ich habe mich quasi, ah, wegen dem Finger. Da hat sie gesagt, man sollte sich mit dem eigenen Finger melden, nicht mit abgetrennten. Sorry. Ja, Lilly is actually a disfaisable person and her existence bothers me. Don't worry about Biscuit. Just put that gum in her hair. Okay, die hasst einfach nur die Lilly so extrem. Aber das sieht wahrscheinlich die Rektorin, ne? Äh, oh, hey, ich bin Lilly. Ähm, I have probably, du hast möglicherweise meinen Bruder gehört. Nee, habe ich nicht. Oh, hast du nicht? Er ist verschwunden. Oh, das tut mir sehr leid. Ähm, okay. It's hard to trust anyone. Cindy has been trying to put gum in my hair. Ja, ich weiß. Sie hat dir das gegeben? Wow. She can't even do her own dirty work. Ach, krass. Ich habe sie jetzt gepetzt. Sie kann nicht mehr ihre eigene schmutzige Arbeit machen. I'm ugly enough with having gum. Ich bin also hässlich genug, wenn ich Kaugummi in meinen Haaren habe. Dankeschön, dass du es nicht getan hast. Du bist nicht hässlich. Oh, danke. I guess Cindy has been getting to me lately. I appreciate the compliment. You're nice. Ich, äh, finde es sehr nett, dass du mir das Kompliment gemacht hast. Danke. I'm not really looking to be friends right now. Ich schaue jetzt wirklich gerade nicht nach Freunden, aber ich vertraue dir. Ah, okay. Wir sehen uns. Oh, das ist gut. Sie vertraut mir. Okay, shit. Jetzt hasst die mich aber, ne? Oh, je, oh, je, oh, je. Jetzt habe ich es verkackt. Oh, was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt nochmal das Jojo kaufen, um rauszukommen? Vielleicht? Okay, probieren wir es mal. Boah, es ist so viel zu kombinieren. That's crazy. Guten Morgen, Kinder. Es ist Zeit, eure Freunde Partner zu finden. Okay, ich rede mal mit ihr. Oh, hey. Ich bin froh, dass wir uns heute Morgen schon geredet haben. But I'm not really looking for. Okay, sie sucht nach niemandem. Okay, was ist mit ihr? So, worauf wartest du? Mach hier den Kaugummi in die Haare. Ich habe ihr bereits gesagt, was wir versuchen zu tun. Oh, Mann. Warum hast du das getan? Wie auch immer. I guess you don't have what it... Ich glaube, dass du es nicht das hast, was es braucht, um ein Freund zu sein. Wir machen Schluss. Okay, dann mache ich das mal jetzt mit ihm, oder? Kann das sein, dass wenn ich sie ablenke, die Lehrerin, dass ich mir hier was aus der Box holen kann? Und was ist das? Kann das sein? Und was ist das hier? Soll ich das mal probieren? Wenn er distractet, dass ich mir hier was raushol? Vielleicht das Messer? Probier's mal. Okay. Wir probieren mal, ob das hier geht. Das ist Jerome's Chubby. Das ist ein strange device. Take the device. Okay, jetzt habe ich ihm aber nicht geholfen. Komm hier rüber, Kind. Du hast verkackt. No way. She's gonna put up with another distraction. I'm screwed. Give my pass back. Fine. Okay. Now get out of here. Okay, gut. Also wir haben jetzt aber irgendwas eingesammelt. Was ist denn das Device? Boah, das ist so ein megagroßes Game. Ich komme überhaupt nicht klar. So, dann Nugget. Sind wir jetzt Freunde, oder? Nugget. What? Genau. Nugget does not wish to spend morning time with you. Nugget möchte nicht mit dir Zeit verbringen. Nugget ist sehr beschäftigt. Warum ist Nugget beschäftigt? Du bist neugierig. Was Nugget macht. Interessant. Perhaps you could. Vielleicht kannst du Nugget noch von Nutzen sein. Vielleicht. Nugget is in need of a magnifying glass. Ah, shit. Wir hätten die Lupe holen sollen. Nugget braucht eine Lupe. Do this for Nugget before the next bell rings and you will be rewarded. Ah, shit. Ja, das hätte ich gebraucht. Hm. Okay. Okay, okay. Kann ich mit ihr irgendwie reden? Okay. Ich habe aber keine Freunde. Niemand will mit mir befreundet sein. Was denkst du eigentlich? Glaubst du, du wirst mein Morning Buddy sein? Guter Punkt. Okay. No, 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 no. Du kannst nicht einfach die Klasse verlassen ohne Pass. Ich muss aber aufs Klo. Ah, okay. Kannst du? Kann ich bitte die Toilette benutzen? Natürlich, wenn du richtig fragst. Hier. Okay, jetzt klingelt aber gleich wieder die... So. Hier ist mein Pass. Lass mich aufs Klo. Okay, weiter darf ich nicht. Dann gehen wir mal aufs Klo. Okay, da ist wieder er. Oh, kann ich ihm das vielleicht geben? Okay. Was ist in diesen... Bags? Diese Taschen. Oh. Diese Tas... Äh, diese... Äh, Säcke. Nichts, wo du dir deinen kleinen Kopf zerbrechen musst. Und jetzt geh. Aber es blutet. Oh, ja. Äh, Blut. Sag mal. Did you know I'm required by law to stay at least one mobs length away from child in all times? Wusstest du eigentlich, dass ich mich eine Moblänge von Kindern eigentlich fernhalten muss, laut Gesetz? Äh, what's that got... Dude, was hat das mit dem Bluten zu tun? How did that judgment can pass down? Get at least one mobs length away from the janitor. Hm. How did that judgment get passed down? Wie kann man quasi dieses Gesetz brechen? Das ist eine... Also wie kommt man dazu, dass man so ein Gesetz überhaupt erlassen bekommt? Oder so eine Strafe. Das ist eine lange Geschichte. Aber es endet immer mit jemandem... On the end... Der am Ende des Mobs steht. Sounds... Rifting. Das wollte ich hören. Okay, ich geh mal lieber. So, sagen wir mal, dass er das Klo säubern muss. So. Kollege. Äh, it is, but that's a tale for another time. Also es ist, aber es ist eine Geschichte von einer anderen Zeit. I'm morbidly curious. Ich bin sehr, sehr neugierig. Hehe. Ich auch. That's what got me. Das hat mich in diesen schrecklichen Ort gebracht. Wie auch immer. I don't think it would be appropriate for me to tell someone at your age the story. Ich glaube, es wäre schlecht, wenn ich jemandem wie dir diese Geschichte erzähle. But it's okay for me to see a bloody bag in a bin. Aber es ist okay für mich, einen blutigen Sack in einem Mülle-Eimer zu sehen. Raido. You're sure a chipper young sport. Here, take this nickel and buy yourself a bar of chocolate. A nickel won't cut it. Ich sag mal Dankeschön, oder? Soll ich... Sonst bringt er mich um. Oder? Weil sonst erpresse ich ihn ja. Was meint ihr? Was soll ich machen? Hm. Nicht, dass er mich... Nicht, dass er mich umbringt. Okay, Dankeschön. Gut. Und jetzt geh. Das ist die Klingel. What are you still doing here? Okay, tschüss. Oh Gott. Oh, du bist zurück. Jetzt ist Lunchzeit. Okay. Assignment failed. Okay. Dann gucken wir mal. Ich hab doch jetzt... Ich kann mir jetzt die Chocolate Bar holen. Äh... Was gibt es noch? Äh... Warum ist es so teuer? Aber ich kann ja die Chocolate Bar nicht holen. Er hat mir doch eine versprochen. Wo ist denn mein Nickel? Ach, ich hätte ihn erpressen sollen, ne? Verdammt. Jetzt hab ich nämlich nix bekommen. Oh, shit. Oh, no. Aber was mach ich denn eigentlich jetzt mit diesem Gerät? Die hassen mich jetzt auch alle. Okay. Also ich kann mit denen... Oder kann ich ihm das vielleicht verkaufen? Nee, kann ich nicht. Das ist actually blöd. So, sie geht jetzt. Aber konnte ich nicht bei ihr die Schokolade eigentlich kaufen? Hm. Dann versuche ich mal, ob sie mich gehen lässt nochmal. Äh... Like what? Hm. Kann ich etwas anderes tun? Genau, lass mich mal aufs Klo. So. Vielleicht kann ich ja mit ihr noch irgendwas machen. Hier brauche ich wahrscheinlich einen Voice Recorder, oder? Kann das sein? Was mache ich denn mit dem blöden Gerät, was ich hier habe? Von dem... Von dem Typen. Ich skippe mal weiter. Gucken, ob ich hier irgendwas machen kann mit dem Gerät. Nee. Kann es auch niemand geben. Ich weiß auch nicht, was es ist, was ich da eingesammelt habe. Da will ich ja auch nicht rein. Hm. Vielleicht kann ich es ihm jetzt verkaufen? Nee. Was kann ich kaufen? Nur die Monster-Karte. Die habe ich ja eh schon. Kann ich ihr irgendwas geben? Nee. Dann fude ich mal alles. Go inside. Dann zeige ich es ihr mal. Einfach, um zu erfahren, was es ist. Oh, looks like one of the principles' little devices. Sieht aus, als wären das... Äh... Von dem Rektor... Irgendein Gerät. Warum hast du eins davon? Oh, ist eine Bombe gewesen. Oh mein Gott. Das war eine Bombe. Aber was hätten wir damit machen können? Ja, eigentlich gar nichts, ne? Ne, die Äpfel sind quasi Tasks, die ich am Tag machen kann. Okay, nichts unlocked. Hm. Kein Special-Item, nichts. Okay, lass mich nochmal überlegen. Ich würde jetzt mal ihre Freundin sein und der anderen die Haare mal reinpacken. So. Ja, so, wir sind jetzt Freundinnen. Was möchtest du? Ja, mache ich so. Okay. So. Ich würde parallel aber auch nochmal das Jojo kaufen. So. Und dann machen wir mal den Tag weiter. Und dann mache ich ihm mal den Kaugummi in die Haare. Oh, ich brauche niemanden. So. Warum hast du das getan? Du hast mir Kaugummi in die Haare gemacht. Ich weiß, dass Cindy wollte, dass du das tust, oder? Naja, ist mir auch egal. Lass mich alleine. So, jetzt habe ich das erledigt. Hast du es getan? Oh mein Gott. Du hast es wirklich getan. Wow. Was ist passiert? Was hat sie gesagt? Hat sie geweint? Ich wette, sie hat geweint. Sie hat geweint. Ah, ich bin so glücklich. Jetzt kannst du mein Morgenbuddy sein. As my boyfriend, you... As my partner, bekommst du die Ehre, mit meinem Haus zu spielen. Ich werde dich dort drüben treffen. Okay. Let's go. Willkommen nach daheim, Ehemann. Ich hoffe, dein Tag war nicht so hart. Weil du wirst jetzt heute Abend das Essen machen. Why... Warum muss ich Dinner machen? Ja, mein Schatz. Und danach brauche ich... Hast du schon wieder getrunken? Nein, Schatz. Ich bin nur müde. Oh, natürlich bist du. Du bist immer so müde. I'm sure you won't mind blowing into this. Ich glaube, es würde dir nichts ausmachen, hier rein zu blasen. Die hatten... Die hatten ein Ding. Ein, äh, ein, ein... Hat die ernsthaft? Ein Messgerät? I told you I'm fine. Okay, dann lasse ich mal rein. Ach, jetzt habe ich eins. You bet it is. And if you blow so much as 0,01, I'm calling you Sponsor. Okay, ich werde den Test machen. Gut. Blas. 0,32. 0,32. Du hast ja richtig gesoffen. Wie kannst du mir das antun? Du hast gesagt, du würdest nicht mehr trinken. How can you beer? Wie kannst du ein Vater sein? Wenn du nicht mehr auf dich selber aufpassen kannst. Ein Vater sein? Ich, ja. Während du im Gefängnis warst. Es ist vielleicht nicht deins. Es tut mir leid. Ich habe meine eigenen Probleme, mit denen ich klarkommen muss. Du hast mich betrogen. Ich will eine Scheidung. Wir können das durchstehen. Denkst du? Ja, denke ich. Oh, wow. Mal vom Alkoholismus abgesehen. Du bist ein wirklich toller Typ. Also, sollen wir ein Baby machen? Ah. So, was sollen wir dem Baby machen? Es behalten und zur Adoption freigeben. Wir behalten es. Oh, das ist so wunderbar, dass du das machst. Danke. Kein Problem. Wow. Oh, das war das wirklich tollste. Das war das tollste. Äh, the most fun. Ah, das war's. Ich hatte noch nie so viel Spaß, in meinem Haus zu spielen. You're going to make a splendid boyfriend. Du wirst einen wunderbaren boyfriend abgeben. Ich möchte, dass du mit mir heute Abend mein Lunch isst. So, wir sehen uns. Okay. Ich glaube, das ist easy. Weil dann ist halt jetzt die Frage, darf ich jetzt noch andere Missionen machen schon, oder? Weil die ist ja durch jetzt. Glaub ich. So. I'm ready to distract her. Let's go. So. Bam. Bam. Und die Glases, denkt dran, die Lupe müssen wir den einem Typen auch noch geben, gell? Erinnert mich dran, beim nächsten Durchgehen. Shit, jetzt ist meine Zeit schon oben. Oh no. Jetzt habe ich keine Zeit mehr. Okay. Hast du es bekommen? Oh, Kinder. Ihr habt alle die Klingel gehört. Los, jetzt wird tolles Essen gegessen. Oh shit. Hey kid, over here. Es tut mir so leid, ich habe es verkackt. Nein. Dankeschön. Okay, so. Jetzt gehen wir zu ihr. Oh hey, boyfriend. Ich habe für dich den Platz hier aufbewahrt. Äh. Go get something to eat and come sit with me. Okay. Er möchte etwas, sie möchte etwas essen. Ich wette mit euch, die will ein Salat. Oder? Kann ich irgendwas verkaufen? Den Hall Pass. Ja, why not? Ich möchte etwas kaufen. Mr. Gallop's silly meal. Meal. Ja. Okay. Oh, boyfriend. Genau. Ich habe das silly meal für dich. Oh, wunderbar. Those come with a monster moon und darn it. My stupid mother packed me something that was not vegan. She knows I'm all vegan right now. Good, that woman is insufferable. Die ist so ätzend. Also, sie ist eigentlich vegan. Ihre Mutter hat dir wieder was eingepackt, was nicht vegan ist. Oh. Hey sweetie. Would you be a darling and go to get me... Wirst du so einen Schatz und würdest mir etwas veganes bringen? Oh ja. Ähm. Wie? Ich weiß nicht genau, was du meinst. Aber hier ist ein Salat. Oh. Ein Salat. Oh. Now that I think about it, I guess, would be... Ich denke jetzt, wo ich darüber nachdenke. Das ist vegan, hä? Hm. Why do I do this by... Warum tue ich mir das eigentlich an? You are being so good to me today. Du warst heute so nett zu mir. You're probably the most well-trained boy I've ever met. Du bist der best trainierteste Junge. Oder erzogens... Also, wie sagt man, ein... Der Janitor ist ein Killer. Die sind alle Killer. Du bist ein sehr gut erzogener Junge. Ähm. I should be used you for something at... Ich sollte dich für etwas in der Pause benutzen. Hm. Ich hab keine Ahnung. Ich hab eine Idee. I'm really liking the way Lily wears that gum. But maybe we could put something else in there. Also, sie will quasi noch etwas in Lillys Haare machen. Was meinst du? Jerome was telling me how the Janitor has all sorts of gross stuff in the closet. I think we find something to give Lily. Oh Gott, das Blut, ne? Oh, you don't have to worry about that. Look what I have. Ein Key. Ja. A girl has her waist. I'm gonna head over and pay off the lunch lady. Okay, jetzt muss ich das Blut holen. Oh, that silly boy. He will be in the bathroom having a cigarette. Just don't go in there and you'll be fine. Lunch is almost over. So listen for the bell while you are in there. Okay, let's do this. Oh Gott, Hilfe. Das ist so gruselig. So, jetzt, warum kann ich nicht gehen? You're good to go. Hurry back. Okay, let's go. Oh Gott. Also, ich muss das Blut holen, oder? War das nicht das? Ja, unlock. Schnell. Take the bucket. Oh no. Oh nein, ich bin tot. Sorry, sorry. Ich tue mir wirklich sehr leid. Mir auch. Aber nicht wirklich. Was tut dir leid? Oh nein, jetzt tötet er mich. Da hatte ich ja nicht mehr genug Zeit. Wie soll ich denn das dann machen? Oh shit. Okay, warte mal. Da muss es doch irgendeine Lösung geben. Hey kid, over here. So. Das kann ich ja gar nicht schaffen, oder? Muss ich wahrscheinlich direkt den Salat geben, kann das sein? I want something to buy. Ist es jetzt der Salat? Das schaffe ich ja zeitlich gar nicht. Hm, dann verkaufe ich ihm mal den Pass. Und dann... Wie löse ich das Problem jetzt? Ich mache mal den Salat. Okay. Okay. Okay, nee, das will sie nicht. Sie will das Miel. Okay, ich habe das Miel. Hier ist der Salat. Ich glaube, ich darf den Pass nicht verkaufen, ne? Ich brauche noch einen Apfel mehr. Das ist das Problem. Ich brauche einen Apfel mehr. Das heißt, ich darf eigentlich nicht den Pass verkaufen. Das heißt, ich kann jetzt halt nur noch eine Sache nehmen. Take note. Monster card. Take the money. Also ich kann jetzt... Wenn ich das Blut nehme, dann bin ich direkt tot. So, dann kommt der rein. Ja, shit. In der Toilette war auch einer. Das passt aber auch nicht, weil dann bräuchte ich ja die Zigaretten. Hm. Das hat jetzt die Frage, ne? Ich glaube, in der Toilette war keiner. Weil da brauche ich ja wieder die Zigaretten. Das heißt, dann muss ich ja eh was kaufen. Das funktioniert nicht. Das heißt, eigentlich kann ich gar nichts machen. Aber das Problem ist, ich muss ja. Weil ich kann mir das gar nicht leisten, das Meal. Das heißt, ich kann mir das nicht leisten. Ich muss ja das hier verkaufen. Aber wenn ich nicht verkaufe, kann ich ja nicht weiterspielen. Da kann ich ihr nicht mal das Menü hier kaufen. Wenn ich jetzt den Salat kaufe, kann ich ihr nichts geben. Na, dann nimmt sie nichts an. Das heißt, ich muss erst das Meal kaufen. Sonst funktioniert das nicht. Ich muss das irgendwie verkaufen. Okay. Sonst kriegt sie das Silly Meal. Dann kriegt sie den Salat. Und dann muss ich diese Kacke machen. Ist egal, was ich nehme. Also ich kann eigentlich gar nichts mitnehmen. Weil alles, was ich nehme, ist Kacke. Also ich kann nichts machen. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir hier mehr Geld haben. Das heißt, man muss schon mit mehr Geld in den Tag starten eigentlich. Sonst bringt es nichts. Well, what did you get? Ich habe nichts geschafft. Nichts? Du hast nichts mitgenommen? Was zur Hölle? Wofür bist du überhaupt gut? Ich hoffe, du stirbst. Das war's. Das tut mir leid. Oh Gott. Das hat die einfach Schluss gemacht. Die dumme Sau. Boah, ist die anstrengend. Ich möchte was kaufen. Verkaufen. Okay, dann skippe ich den Tag. Go aside. Okay. Dann nehmen wir das. Oh my. On earth. Woher hast du denn das Blasgerät? Deine Eltern müssen mehr Verantwortung für dich übernehmen. You shouldn't have to use one. Wer sollte es keins davon verwenden? Who's next? Hoffentlich someone who doesn't need a bag checked on regular. Jemand, der hoffentlich nicht nach Alkohol getestet werden müsste. Okay, also das heißt, wir gehen jetzt mal rein mit mehr Geld. Und ich hoffe, dass die Lehrerin uns hilft, dass wir die Kohle behalten. Anders geht's nicht. Ich glaube, wir können ja sonst nichts verkaufen, oder? Guck mal nach Hinweisen. So, Hinz. You need to get rid of the bugs in the schoolyard. The bucket of blood on the floor. So, das brauche ich. Aber was meine ich hier? You need to get rid of bugs in the schoolyard. Start the day with extra money. Ach so, das heißt quasi, dass ich jetzt den Tag starten soll mit mehr Geld. Da sagt es mir eigentlich schon. Ja. Aber das nimmt mir jetzt ja der Sack direkt weg, ne? Am I ready to start the day with the kindergarten? So, jetzt kommt ja der. Hm, ich rieche Geld. Hey Kind, nimmst du Geld mit dir? So, was mache ich jetzt am besten? Nein, lüge mich nicht an. Give me this no. Okay, ich gebe es ihm jetzt mal. Jetzt gehe ich petzen. Dann kriege ich es vielleicht zurück. Aber vielleicht reicht das Geld mir jetzt auch. Müsste eigentlich, ne? Das Geld reicht mir, glaube ich, oder? Ich muss jetzt nicht zur Lehrerin gehen. Ich glaube, das reicht. So, girl. Okay, so. Pets. Ich glaube, das reicht. Muss ich noch irgendwas kaufen? Nur Salat. Fuck stole my money. Okay. What if he hurts me? Okay. Was ist für mich drin? Hm, okay. Give you a gold star. We all love gold stars, don't we? Und was ist, wenn er mir weh tut? Okay. Den brauche ich eh nicht. Da mache ich das jetzt mal so. So, okay. Let's go. Jetzt geht er mir aufs Maul. Call the teacher. So, jetzt kommt die nämlich. Und nimmt den mit. Aber mein Geld kriege ich ja trotzdem nicht. Okay. So, jetzt geht der. Der wird wahrscheinlich umgebracht, ne? Okay. Ach, guck mal. Also wir hätten, wenn ich ihn jetzt nicht verpetze, werden wir, glaube ich, Freunde. Jetzt habe ich den Stern. Okay. Vielleicht werde ich Cindy out. Deswegen will sie die Cindy loswerden, weil ihr Bruder ja gestorben ist. Talk to Monty. I'm sure there's something you could exonerate yours. Ah, okay. Ah, okay. Okay. Jojo, Zigarette, Voice Recorder. Okay. Brauche ich alles jetzt nicht. So, dann essen wir den mal. Vollstern kann ich nicht verkaufen, leider. Okay, das Geld reicht. Das ist gut. Gut. So, jetzt machen wir der mal das rein. Gum. Bam. Dann gehen wir zu ihr. Sie wird sich jetzt freuen, die Eklige. Und dann gehen wir jetzt da drüben spielen. Und dann mache ich alles wieder wie gerade, weil es gut war. Right. Go, wash up. I'm not playing with you until you wipe the blood of your face. Oh mein Gott. Okay, can I use the bathroom? Okay, oh mein Gott. So eine Ziege. Jetzt muss ich mein Gesicht waschen. So, schnell. Sink. Wash blood of. So. Okay. Mit dem rede ich jetzt nicht. Doch, der kann mir doch irgendwie einen Coin geben, ne? Aber kann ich da noch mit ihr spielen? Ich lasse es mal lieber. Okay. So. Welcome. Yes, dear. No. Wow. Ich bin nur müde. So. Ist das ein Inhalierer? Ich werde den Test machen. Ich bin ein Vater. Du hast mich betrogen. Ähm. Wir können das schaffen. Ja. Wir behalten das Kind. No problem. So. Und das fand sie jetzt ganz toll. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt gehen wir hier hin. Da rede ich direkt mit ihr. Okay. Was sagt die? Okay, sie will jetzt was essen. So, das heißt, ich kaufe jetzt den Salat. Das erst mal. Und dann kaufe ich den Salat. So. Dann kann ich ihr jetzt beides geben. Das Meal. Und den Salat. So, und jetzt kann ich das endlich machen. So, sehr gut. Okay, let's go, girl. Let's do this. So, jetzt nehme ich nur den Eimer. Let's go. Und mehr nicht. So, nehmen wir. Unlock the door. Jetzt nehmen wir nur den Eimer, okay? Okay. So, und dann schnell raus hier. Oh Gott. Yes. Okay, let's go. Oh Gott. So, muss ich es jetzt machen? Ich frage sie mal. So, ich habe ein Bucket mit Blut. Oh, mein Gott. Das ist perfekt. Das ist sehr ekelhaft. Wessen Blut ist es? Keine Ahnung. Wie auch immer. Ähm, ich will es gar nicht wissen. Ich auch nicht. So, du bist der Beste. Climb up there and then call her over. Okay, ich soll rüber. Oh, ich soll gemein einfach nur, ne? So furchtbar. Hey, Lily, komm mal hier rüber. Ich möchte etwas zeigen. Warum kannst du mich nicht in Ruhe lassen, Cindy? Ich habe so keine Lust mehr, dass du mich die ganze Zeit mobbst. Ach, ich mobbe dich doch nicht. Wir können Freunde sein. Komm mal rüber. Na gut. Was ist? Oh Gott, das ist so ekelhaft, was ich jetzt mache. Ich bin so ein Arschloch. Oh Gott. Ah, habt ihr gesehen? Ich kann auch ihr das Blut überkippen. Also ich kann auch... Müssen wir uns auch merken. Wir müssen uns einmal merken, dass wir Nugget die Lupe geben können. Und wir müssen uns merken, dass wir ihr das Blut rüber schütten können, okay? So. Warst du gerade... Du und dein Freund seid einfach nur schrecklich. Ich habe keine Lust mehr. Ihr habt... Ihr habt nämlich lang genug so schlecht fühlen lassen. Ach, komm schon. I think it's an improvement. Das ist doch eine Verbesserung. Du bist so gemein. Ich kann das nicht mehr. Oh Gott, es springt sie ins Loch. Goodbye, du schreckliche Welt. Oh mein Gott. Jetzt habe ich ja die Aufgabe von der Lehrerin auch... Wow. Dieses Loch ist aber tief. Glaubst du, sie ist gestorben? Wie auch immer. Ist mir egal. Your shit came down. Du solltest da oben runterkommen. Boah, ist das furchtbar. Das war so toll. Du hast mich heute so glücklich gemacht. Ich möchte, dass du diese Blume nimmst. Sie ist so schön wie ich. This way will always have a little piece of me. Ah, dieses Stück hat immer... Diese Blume hat immer ein kleines Stück. Das ist immer ein Stück von mir bei dir. Now you will have the best thing ever you show and tell. Ah, okay. Okay. Oh dear. Hat jemand Lily gesehen? Ich kann sie nirgendwo sehen. Nugget hat sie gesehen. Nugget weiß. Sei ruhig, Nugget. Du hast sie nicht gesehen. Nugget. Ich schwöre. To whatever God your mess up family believes in. If Lily fell down that hole you dug, I'm punished and pushing you in her after. Oh Gott. Ich sag dir eins. Wenn Lily in das Loch gefallen ist, das du gebuddelt hast, dann schock ich dich auch rein. Nugget will not give teacher satisfaction. Teacher will never take Nugget alive. Nugget wird der Lehrerin keine Befriedigung geben. Nugget wird niemals... Der Lehrer wird niemals Nuggets Leben lebendig bekommen. Oh nein. Das bringt er sich auch noch selber um. Das Game macht mich fertig. Wow. Das Loch ist aber tief. Ich kann nicht mal den Boden sehen. You're gonna have to get a janitor out here with the letter. Oh Gott. Okay. Also der Hausmeister muss sie da rausbekommen mit einer Leiter. Oh Mr. Hausmeister. Ich komme. Ich komme. So. Was ist das Problem? Mrs. Jigglytits. Es ist Abigail. Ich heiße Abigail. Und zwei meiner Studenten, meine Schüler sind unten im Loch. Okay. Nein. Ich möchte you to get the ones that are in. Ah. Ich möchte, dass du die Leute, die in dem Loch drin sind, rausholst. Kannst du das? Oh. Well. That's less fun. Das ist weniger spaßig. Aber ich denke, das werde ich schon schaffen. Es wird eine Weile dauern. Might be the best if you brought the ones that aren't in the hole back. Es wäre besser, wenn du die Leute, die nicht in dem Loch sind, wegbringst. Das würde sie wahrscheinlich verstören. Sehr gut. Okay, Kinder. Wir gehen jetzt in die Pause. Oh Gott, das ist so furchtbar, das Spiel. Ich hoffe, jeder hatte einen tollen Tag. Okay. Ich zeige ihr jetzt die Blume. Eine Blume? Die ist sehr langweilig. Was möchtest du darüber sagen? Es ist nicht langweilig. Ich habe sie ihm gegeben, weil er der beste Freund heute war. Vertrau mir. Es ist langweilig. You're just gonna skip you. Wir machen einfach weiter. Und der Nächste zeigt uns was Interessantes. Okay. Wer ist der Nächste? Es leben halt nur noch drei Schüler, ne? Nun, Kinder. Das war alles sehr lustig. Dann ab nach Hause. Oh Gott, das ist furchtbar. Okay. Das war so süß, dass du die Blume heute gezeigt hast. Du bist der beste Freund, den ich jemals hatte. Ich hoffe, du kannst sie für immer behalten. Wir sehen uns morgen, Freund. Okay, geil. Wir haben Cindy's Flower. Cindy's Flower. Magical Airship. Monday, sechste. Okay, wir haben die Flower. Sehr gut. Das ist die Flower, Cindy gave to me. For being a good boyfriend all day, perhaps I should show to someone, who needs a little love in their life. Okay, wir nehmen die mit. Süß. So, ist halt die Frage. Sollen wir jetzt mal das mit der Lupe machen, Leute? Wisst ihr, was ich meine? Dass wir die Lupe Nugget bringen. Das ist mit Nugget mal. Warte, 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 warte. No. Wir gucken erstmal in Hinweise. So, das haben wir jetzt alles geschafft. Das heißt, wir müssen jetzt seine Mission machen. Die Frage ist halt, wie kriege ich das aus der Kiste raus? Weiß das jemand? Weil ich würde jetzt gerne seine Mission machen. Ich weiß aber nicht, was ich dafür brauche. Hmm. What do I need? Hmm. Dann soll ich noch Geld mitnehmen? Okay, yes. Okay, so. Dann kaufe ich mal von dem drei Items. Das Jojo. Äh, Screwdriver. Das ist halt die Frage, ob ich den Voice Recorder brauche. Weil die Zigaretten brauche ich noch, ne? Ich weiß halt nicht, ob ich den Screwdriver brauche, weil ich glaube nicht. Vielleicht hilft der Typ mir, ne? Das kann sein. So, wo ist denn der eigentlich? Der ist ja gar nicht hier, mit dem ich jetzt Friendships mache. Soll ich vielleicht? Nee. Dann probieren wir es einfach mal. Wir gucken jetzt mal. So. Okay, dann probieren wir das mal. Ich gebe ihm das Jojo. Okay. Okay, gib mir eine Minute. Mal gucken, ob der noch was hat. Der hat nichts mehr. Okay, gut. Das heißt, ab jetzt muss ich... Okay, let's go. Bam. So, jetzt zeige ich dir den Pass. Jetzt halt die Frage. Was muss ich jetzt tun? Ich glaube, dass der Janitor mir irgendwas geben kann, oder? Ich rede jetzt mal mit dem. Ich glaube, dass das schon der Shit ist, oder? Dass ich mit dem reden muss. Wir probieren es einfach. Ich kann einen Tag neu starten. Was sind diesen Taschen? Sagt er mir nicht. Diese Tüten. Sie bluten. Wie bekommt man denn so eine Verurteilung? Das hört sich interessant an. Ich bin sehr neugierig. Es ist okay. Ein Nickel won't cut it. Jetzt stelle ich wahrscheinlich. Was meinst du? Ein Nickel wird das nicht begleichen. Schokolade ist viel teurer als ein Nickel. Gib mir mehr. Oder ich erzähle anderen von der blutigen Tasche. Oh, in diesem Fall. Ich will die alte Frau wissen, dass du die Chocolate willst. At the price you would have seen back in my pay day. Before the whole mob incident. What about that? Okay. So, good. Now, skilly do. Okay, das bringt mir aber nichts. Weil der hilft mir nicht. Oder muss ich ihn vielleicht da hinten hinschicken? Den Finger, der bringt mir auch nichts. Bringt der mir vielleicht? Ah, es kann sein, dass ich jetzt... Ah, ich glaube, ich weiß es. Jetzt sehe ich quasi, das geht nicht. Komm dich ran. Und jetzt sage ich ihm das vielleicht. Und sage, hey. Nee, schade. Ich dachte, ich kann ihm das sagen. Kann ich ihm vielleicht die Karte geben? Nee. Solltest du einen Pfad ganz zu machen oder dich an deine Person konzentrieren, zu wissen, was sie dir geben, was sie brauchen? Mache ich ja jetzt, aber ich verstehe nicht, wie ich hier hochkommen soll. The box is too high to reach. I need to find a way to get it down before I can look inside. Ich weiß halt leider nicht, was? Ist hier vielleicht irgendwas drin? Die Node, Monster Card. Ah, die Screw. Oh, ah, she. Ah. Take the laser, als werde ich aber sterben. Sterben. Shit, nein. Okay, okay. Okay, wir haben es. Okay, okay, okay. Easy, easy. Ja, beruhig dich, alter Mann. Okay. So, ich blute noch. So, okay, brah. Hier ist das Jojo. Let's do that shit. Okay, jetzt können wir es tun. We can do it. Got it. Let's go. So, richtiger Kinderhasser. Voll. Okay, wir wissen aber jetzt auch schon, wie wir die Schokolade kriegen. Das ist gut. Das kann ich ja auch einfach mal öffnen. Das ist ja... Das ist ja wurscht. Das kann man ja machen. So. Dann gehen wir jetzt hier hin. Machen das mal... Screw. Screw you. So. Take the laser. Let's go. Und jetzt hau ich ab. Aber ganz schnell. So. Okay. Hast du die Klingel nicht gehört? Let's go. Und? Hast du es? Okay, Kinder. Ab zum Lunch. Okay, wir sehen uns im Lunch. Hey, Kid. Hier drüben. Hast du es? Ja, hier, ich hab's. Wow, toll gemacht. I just hope the janitor... Ich hoffe nur, dass der Hausmeister es nicht bemerkt hat. Er kann... Er kann wirklich... gruselig sein. Irgendwicht one of you dead little children. Oh, wer von euch kleinen Pissern ist in meinen Raum gegangen? Oh Jesus. Hört sich so an, als hätte er es bemerkt. You better hurry up and hide that thing before he gets here. If he catches you with it, you are dead. Oh nein, ich muss es verstecken. Aber wo denn? Oh no. Ähm. The garbage can. Quick, throw it in there. Gott, Hilfe, Hilfe. Ach, okay. Äh. Hide Laser. Nun. Anyone want to step... Will jemand nach vorne treten? Nein? Okay, was ist eine Überraschung? Was ist mit dir? Du kleiner... Junior Principles. Du kleiner, äh... Rektor. Ähm. I took your laser thing. Ich hab dein Laser Ding heute Morgen genommen. Ich bin mir sicher, dass du es wieder hast. Such mich. Durchsuch mich. Ich hab's nicht. Also, hau ab. Sonst erzähl ich's meinem Papa. I tell my dad, you peed in the water fountain again. Iiii. Sonst erzähl ich meinem Vater, dass du wieder in die... Äh, in den... In den, äh, Ding gepinkelt hast. In den Springbrunnen. Ach so, das ist der Sohn vom Rektor. Ah. Okay, diese Runde hast du gewonnen. Was ist mit dir? Warst du in meinem Raum? Zeig mir deine Taschen. Hm. Okay, nichts. Ich hab immer noch ein Auge auf dich. Okay, Kinder. Lass die armen Kinder alleine. Ähm. Du suchst nur noch einen, äh... Grund. To impale a child on that mob. Du versuchst nur ein Kind wieder mit deinem Mob wegzuwischen. Und... So what if I am... I have nothing wrong with impaling... Das heißt ein Impaling. Und selbst wenn nicht. Es ist nichts falsch daran, Kinder zu impalen. Was ist ein Impaling? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Aufspießen. Just go sell your mystery meat. Okay. Geh und verkauf dein geheimes Fleisch. Oh mein Gott. Wunderbar. But Mark... Aber merkt ihr meine Worte. Someone will pay for going into my... Jemand wird dafür zahlen, dass er in meinen Raum gegangen ist. Actually, before you get started at garbage cans needs emptying. Go take care of it. Also, bevor du weiter gehst... Der Müll muss rausgebracht werden. Mach's. Okay. Oh nein. Oh nein. Jetzt nimmt er ihn mit. Verdammt. Na, das war ja schnell. There's no way... Du hast es auf gar keinen Fall in den Müll gebracht. Wirst du dich mal entspannen, Frau? I dropped it... Ah, it off in the bathroom. Ah, okay. Er hat es ins Bad gebracht. Dann hole ich es jetzt. Well, das lief nicht wie geplant. Immerhin bist du nicht tot. Was eine Erleichterung. Und was jetzt? Ich hasse es, dich zu fragen, aber du musst es auf jeden Fall holen. Der Hausmeister sagt, es ist jetzt im Badezimmer. Und was bringt mir das? I'm... No, I'm asking a lot from you. Ich weiß, ich frage dich einiges oder zu viel. But just... Aber bitte arbeite mit mir. Es wird sich auf jeden Fall für dich lohnen. Okay. Ich werde die Frau abhalten. Okay, go pair off then. Okay, okay. Okay, schnell, 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 schnell. Ich muss laufen. Okay, dann kann ich jetzt gehen. Sehr schön. Geil, dass man die bezahlen kann, ne? Jetzt geht sie auch. Nice. Okay, die Zigaretten habe ich. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein. Kann ich dem die Zigaretten geben? So. Das hatten wir schon hier. Und dann lässt er mich in Ruhe. Okay, dann kann ich mir jetzt das holen. Easy. Get the stupid laser pointer. Let's go. Und dann schnell zurück. Yay, Leute. Okay. Ab in die Klasse. Ach, guck mal. Der ist jetzt auch hier. Hey, kid. Komm mal hier rüber. Jerome briefed me on your little mission. Did you manage to get... Ah, Jerome hat mich aufgeklärt wegen deiner kleinen Mission. Hast du es geschafft, den Laserpointer zu bekommen? Ja. Gut. I don't know if you noticed. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast. Aber der Hausmeister beobachtet Jerome sehr, sehr genau. He looks like he's a bot. Es sieht aus, würde ihn umbringen. Wir müssen etwas tun. That old man has been harassing kids. Also dieser alte man beläst die Kinder seit Jahrzehnten. I think it's time we finally got even. Es ist Zeit, dass wir ihn etwas... Dass wir es ihm auch antun. So, wie sollen wir das tun? I'm gonna take the laser as collateral for my service here today. He will get it back when he pays me. Okay, and what now? Jerome gave me this. Jerome hat mir das gegeben. Ah, die Bombe. It's one of his dad's little bugs. Little thing tend to poop... To pop if they don't like what they hear. Don't worry, I deactivated it. Was soll ich damit tun? You just worry about putting it behind the janitor without seeing him. You, I'll handle the rest. Okay, ich muss es hinter ihn placen. Okay, und wann machst du das? Soll ich es hier hin machen? Ja. So, jetzt habe ich es gemacht. Did you place it? Ja. Super. Dann wird alles toll. Jetzt sprengen wir den in die Luft. Los, Jerome. Komm zurück hier. Ich habe noch Fragen an dich. Ey, dieses Spiel macht mich fertig. Jeez, dude. I told you to distract him. Ich habe gesagt, du sollst ihn ablenken, nicht in die Luft sprengen. He had it coming. Oh mein Gott. Der Hausmeister ist explodiert. Ja, ist er. Diese Ironie. Diese Ironie, dass niemand da ist, um seine Teile einzusammeln. Oh mein Gott. Können wir bitte wieder reingehen? Ja, ich denke, das wäre das Beste. Ey, Springbrunnen. Ich hoffe, jeder von euch hatte jetzt eine tolle Pause gehabt. Was wollen wir zeigen? Vielleicht meine Karte? Eine Monster-Card. Och, komm schon. Das ist langweilig. Die findet einfach alles scheiße, was wir zeigen. So. Okay. Was kriege ich jetzt von ihm? Ich muss doch noch was von ihm kriegen. Hey, gib mir. Hey. Bin beeindruckt. Ah, ich hab dir gesagt, toll, dass du das gemacht hast. Das wird sich auszahlen. Vertrau mir. Also der Monty behält jetzt quasi den Laser, bis er ihn zurückbezahlt. Aber hier, das bekomme ich jetzt. It's a mold for a key for my dad's office. You get this maid. Oh, geil. Wie können das in this, in this, in this Büro vom Vater, von dem, ähm, von dem Rektor. You couldn't just give me a key? Okay. How can I even get this maid? Monty can hook you up. Just bring it to him at the beginning of the day, and he will figure it out for you. Okay, then. Okay. This is where we part a ways, man. Pretty cool. Okay, dann muss es Monty geben. Ooh. Geil. Okay. Nice. Zahm wie die Karte. This is the mold for a key in the principal's office, that I got from Jerome. If I take it to Monty, he should be able to get it made. Also, it's quasi ein Abdruck von dem Schlüssel vom Vater. Ich glaube, jetzt muss ich aber die Lehrerin machen. Hier, ja. So, start the day by getting robbed by Bud. Get rid of Jerome's during morning time by giving him a yo-yo and then giving the teacher his hall pass. Ah. Lily should be eliminated of a box and Monty by knocking on the principal's door. Okay, probieren wir mal einfach die Lehrerin. Das heißt, wir nehmen jetzt mal Geld mit. Yes. Lass uns robben. So. Dann petzen wir mal. So. Fuck stole my money. Und was ist, wenn er mir weh tut? Ist das legal? Okay, dann lass mal... Okay. So. Let's go. Wie die einfach Gründe sucht, um ihre Kinder zu verprügeln. Dann wird der jetzt umgebracht. Oder was auch immer. Ich denke mal, dass der jetzt getötet wird. So. Ciao, Kakao. So, wunderbar. I'm finally rid of the little. Here's your gold star. Hmm. Now you have got me thinking through. Jerome thinks he's so high and mighty because he's the principal's kid. Also dieser Jerome denkt erst was besseres, weil er das Kind vom Rektor ist. We don't... Why don't we arrange a trip for him to visit daddy? Also wir sollen quasi dafür sorgen. Okay. Talk to Monty. I'm sure you have something that could help you. Genau. Jetzt muss ich mir, glaube ich, von Monty das Jojo holen. Jojo. Und ich lass mal... Ich weiß nicht, ob ich noch Zigaretten und Screwdriver brauche. Soll ich es mal einfach mitnehmen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oh, kann ich mir nicht leisten. Achso, ich kann nichts mehr machen. Okay. Okay, let's go. So. Jetzt muss ich doch, glaube ich, dem Kind hier... ...mir von denen den Pass geben lassen. So. Der gibt mir doch jetzt den Pass, oder? Got it. Give me a minute. Jetzt gebe ich das doch dem, oder? Go find morning buddy. You will be... You wanted to see me about Jerome. Ah, yes. The high and mighty Jerome. Always taking back to me because his daddy is my boss. I think this time we finally got it. How do we do it? The principal has informed me that one of his hall passes is gone missing. I bet Nugget's life that Jerome took them. Why don't you just take it? I'm not allowed. I can do that. Excellent. Just go over and get him to give it to you. Okay, so. Ich muss ihn jetzt quasi den... I'm ready to strike her. So. Jetzt gebe ich ihr den Pass. So, Kollege. So, gib mir eine... Hier. Ich habe den Pass von Jerome. Ich wusste es. Oh mein Gott. Jerome, du kleine Kakerlake. Wie bist du da... Wie hast du diese Karte bekommen? Du kannst dich einfach von deinem Vater den Flurpass klauen. Was? Du hast mich beim Lehrer verpetzt, Dude? Ja, hat er. Er ist eine gute kleine Ratte. So. Because that's what you are. Du bist... Das bist du. Meine besondere kleine Ratte. Just like Jerome is teacher, special little suspending horse. Hooligan. So wie Jerome quasi mein kleiner, wunderbarer Hooligan ist. Ach, komm schon, Bro. Ich dachte, wir sind cool. Nein, wir seid ihr nicht. Und because he's so uncool, he gets one of my special gold stars. Weil er so uncool ist, hat er einer meiner goldenen Sterne bekommen. So. Now, why don't you go to the... Als muss ich zum Vater gehen. Okay. So. Ciao. Mann. Dumme Ratte. Bringt mich in Probleme. Mein Vater wird mich töten. Oh Gott. Wahrscheinlich sogar wirklich, ne? Ah, ich bin deine kleine Pfeifel. Ja, Whistle. Whistleblower. Oh, that was... Das war so perfekt. Du bist wirklich... Äh... Natural at this. Du bist ein Naturtalent. Let's keep this kid removal train rolling. How? I have a special plan for Nugget. Just befriend the little weirdo by the time recess starts. Okay. Feel free to get any of the other kids in trouble while you are in here. You'll have to get creative. Okay. So. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir die Kinder irgendwie hier in Probleme bekommen. Nugget. Oh, normally spending morning's time alone and eats lunch. Ach, ich hätte ihm wahrscheinlich das Ding geben müssen, ne? Shit, das habe ich... Okay. Yes, do this for Nugget and we will friends. Okay. Good. Now remember the taste of the Nugget. We will dine together at lunch. Kann es sein, dass ich ihm das jetzt geben muss? Hey. Ne. Okay. Mit ihr? Soll sie auch in trouble bringen? Sorry, sweetie, but I'm spending my morning's with her boyfriend. Let's see. Okay. Sie möchte nicht mit mir reden. Was ist hier mit ihm? What do you wanna be my morning butt? Ich will gucken, ob ich was kaufen kann. Zigaretten. Ja, komm. Kann ich was verkaufen? Ne. Okay. So, kann ich vielleicht ihr irgendwas unterschieben? Unterjubeln? Oder ihm Zigaretten? Dann gibt es bestimmt Ärger. Oder kann ich hier noch irgendwas machen? Raus kann ich wahrscheinlich auch nicht, ne? Ne. Okay, never mind. Okay, aber sie lässt mich ja auch nichts nehmen, ne? Hatte ich mal eine Idee? Ich glaube, mehr kann ich nicht machen. Ich habe mich jetzt mit Nugget angefreundet. Und ich glaube, mehr kann ich nicht machen. Try and rat on as many of the other children as you can. Also ich muss quasi die richtig abkacken. Aber ich kann ja nichts nehmen hier. Ich glaube, jetzt in die Klasse bringen geht, bringt auch nichts. Okay, das ist... Okay. Ich bin noch voll mit Blut, ey. So, heißt es, dass ich die vielleicht... Vielleicht muss ich jetzt der Ugly Lily... Vielleicht den Kaugummi in die Haare machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss hier irgendwie in Trouble bringen. Sure. Was hat die Frage jetzt? Ich glaube, hier kann ich auch nicht mehr Tolles kaufen. Nugget wollte doch was. Nugget. Sure, I guess. You couldn't taste the poison. Du konntest das Gift nicht schmecken. Was? Nugget hat das Nugget vergiftet. Ich werde sterben? Vielleicht. Hängt davon ab, was du als nächstes tust. Seltsam. Normally, Bugs has thrown slop at Nugget's head by now. I got Bugs expelled this morning. Ah, normalerweise hat mir eigentlich jetzt der Bugs mich verprügelt. Bugs wurde von der Schule verwiesen. Hast du das gemacht? Oh, mein. Nugs' Revenge on Buck would have been so... Nugs' Rache an Buck wäre so toll gewesen. I guess this does not cause any potential legal trouble of Nugget down the road. Aber immerhin, so bekomme ich keine Probleme. So, about that anti... Also, nach dieser Akdote... Oh, ja. Natürlich. Silly Nugget. Silly Nugget. Das verrückte Nugget hat's fast vergessen. Äh. Hier sind wir wieder. Wouldn't want Nuggets new friend to cough up his own stomach? How much now would we? Muss ich jetzt kotzen oder was? Ah, okay. Antidote. Antidote genommen. Muss ich das jetzt nehmen? Nugget is glad to have you as a friend. Nugget mag es dich als Freund zu haben. Bitte komm wieder zur Pause. Nugget would like to show you something. Nugget möchte mir etwas zeigen. Aber was mache ich denn jetzt? Habe ich jetzt eigentlich schon einen Schlüssel? Vom Principal? Ah. Ne, habe ich nicht. Ist der Housekeeper nicht tot? Ne, ne. Der Tag startet immer neu. Das ist halt die Frage, was ich machen muss. Ich muss die ja alle irgendwie abfacken. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie raus. Ah, genau. Ich glaube, er muss den Jungen töten, oder? Weil sie will, also das Ziel der Lehrerin ist doch, alle zu töten, ne? Das heißt, dass der den jetzt töten muss. Dann bekomme ich die Brille, kann raus. Klebt er einen die Haare in die Hand. Äh, in die Haare. Und gehe vielleicht auf die Toilette, weil Nugget irgendwas will. Oder? Was meint ihr? Ich gucke mal ganz kurz, ob hier noch... Ups, shit. Ob hier noch irgendein Hinweis ist. So, talk to Nugget after Jerome has suspended. Habe ich. Genau. Also, jubelt jemand, was geklaut ist unter. Ja, das ist gar nicht so einfach. Also, ich sage jetzt mal, dass der verpetzt hat. Weil dann bringt er den ja um. Das will die ja. Aber der ist ja noch nicht tot, ne? So. Jetzt kriege ich ja die Brille. Dann kann ich vielleicht raus. Kann ich bitte aufs Klo. Und dann kriegst du deine Brille. So. Aber das bringt mir nichts, weil es ist ja die Zeit um. Das heißt, ich kann hier vielleicht noch was in die Haare packen. Das geht vielleicht noch. So. Put gum in the hair. So. Ich glaube, mehr geht auch nicht. Kann ich ihm vielleicht noch die Zigaretten geben? Hä? Vielleicht. Unless what? I do. So. Vielleicht bringt ja das doch irgendwas. Nee. Jetzt ist die Zeit rum. Oh shit. Okay. Ich bin beeindruckt von deiner Performance. Getting Bugs and Monty must have and taken some doing. You get two stars for that. Okay. Was ist mit Nugget? Hast du es geschafft? To be befriended a little more? Ja. Excellent. Siehst du das Loch da hinten? He's been digging it for... Er hat es seit einer Weile jetzt schon gebuddelt. Ich bin mir sicher, dass du ihn runterschmeißen kannst. Wow. Yes. I would be impressed if it wasn't so dangerous. Unfortunately, I have no way to prove how dangerous it is and the principle doesn't seem to care. Also ich kann... Sie kann quasi nicht sagen, wie gefährlich das Loch ist. What does this have to do with... Was hat das mit mir zu tun? Because you won't let anyone in the hole who he doesn't trust. That's why you're going down there. Oh god, ich muss da runter. He doesn't trust you? Vertraut er dir nicht? Natürlich vertraut er mir nicht. He may be... Es ist vielleicht ein hässlicher, dummer, verstörender Typ. Aber er ist... Er ist nur ein bisschen dumm. He knows I'm out to get him. Er weiß, dass ich da bin, um ihn zu kriegen. Okay, und was soll ich tun? I need you to go down into the hole and find something. It doesn't have to be much. Just anything we can use to get him in trouble. Okay, wir müssen irgendwas in dem Loch finden, was ihn in Probleme bringt. Okay, und was? Ich weiß es nicht. I just know there has to be something... Ich weiß nur, dass etwas unten sein muss. Geh einfach nur runter und finde es. Ich komme wieder zurück, wenn es getan ist. Oh Gott, Hilfe. Was soll ich denn da jetzt? Danke, dass du gekommen bist, so wie ich gefragt habe. Nugget hat eigentlich keine Freunde to show his work to, but today he does. Are you ready to enter the Nugget Cave? Ja. Ich weiß nicht, ob ich es überlebe. Excellent. But first, Nugget must... Zuerst muss Nugget etwas tun. Ah, was macht er denn? Ach so, dann lande ich, weil ich... Er hat ganz viele Nuggets reingeschmissen. So. Jetzt sind wir bereit. Why did you just... Warum hast du alle Nuggets in das Loch gestopft? So. We don't... Wir wissen nicht, wie weit... Wie weit... Wie du landen wirst. Nuggets, Nuggets... Nuggets, Nuggets sind so weich und köstlich. Also bitte geh rein. Enter the Cave. Oh mein Gott, Leute. Willkommen in der Nugget Cave. Behold, it's nuggety goodness. Please, have a look. Okay. Oh Gott, da ist der Hund. Da ist der Hund von der... Oh Gott. Oh, the little doggy. Nugget forgot that was there. Is der Tod? Yes. Oh, das ist der Hund von dieser einen da. But do not fret. Nugget did not do it. Nugget was digging it. I would probably cause... It would probably cause problems. Nugget was just digging the Nugget Cave when it fell from the sky. Nugget dares not bring it to the surface. Okay, also lass ich's mal, oder? Ah, das ist eine Karte. Die nehme ich. Was ist das hier? Ah, okay. Dann muss ich jetzt doch den Hund mitnehmen. Dann bekommt er nämlich Probleme. So, okay. Dann können wir wieder hoch. Ich glaube, mehr gibt's hier nicht. Okay, was ist denn hier? Ist ja voll absurd. Okay, Nugget. Are you enjoying your stay? Yep. I'm gonna keep looking around. Ja, aber ich bin bereit zu gehen. So, jetzt kann ich nämlich sagen, dass er den Hund getötet hat. Well, was hast du gefunden? Hier diesen... Warte mal, kann ich das auch ihr zeigen? Okay, nee. Wäre wohl ein bisschen zu pervers. So, hier den toten Hund. Oh mein Gott. Das ist... Das ist... Das ist Cindys Hund. Was? Du hast also meinen Hund gekipnappt? Oh mein Gott, sie ist tot. Cindy. Ich glaube, es war Nugget. Du hältst dein fettes, dummes Maul. Ich muss das richtigstellen. Cindy, nein. Du kannst nicht... Actually, it would be one less kid for me to do. Oh mein Gott, die hat mich umgebracht. Guter Job, Cindy. Du hast dir auf jeden Fall einen goldenen Star. Oh mein Gott, was? Da muss ich Cindy davor umbringen, oder? Aber wie kann ich denn Cindy umbringen? I'm impressed with your performance at lunch. Hä, wie löse ich denn das Problem? Ach, hätte ich den Eimer mit Blut nehmen müssen? Nee. Hä, gibt's dafür überhaupt eine Lösung? Schwierig. Ja, gerne. Ich brauch Help. Give me Help. So. Okay. Nein, ich wollte es nicht. Nein, ich wollte nicht. Nein, ich hätte gleich mit ihr reden sollen. Okay. Shit. Jetzt werde ich nochmal sterben. Okay. Ich muss es, glaube ich, nochmal machen. Das war jetzt ein Fehler. Shit. Okay. Mit ihr kann ich jetzt nicht mehr reden. Nee. Okay. Ja, töte mich. Das ist einfach voll brutal. Die Lehrerin macht nicht mehr was. So, nochmal restart. So, okay. Okay. So, gucken, ob sie jetzt mit mir redet. Nee, vielleicht hätte ich den Kaugummi, habe ich doch in die Haare gepackt. So. Okay. Ach, ich kann gar nicht Nein sagen. Ach, okay. Dann kann ich mit ihr nicht mehr reden. Brauchst den Bluteimer, oder? Dann muss ich leider... Oder wenn ich den Hund mitnehme. Okay, dann gehen wir mal hoch. Genau, den Hinz. So, was steht da? Da steht einmal. But the voice recorder before getting sent to the office with Cindy by asking her if you love is enough. Oh? Ich bin ja nicht mehr mit Cindy im Office gewesen. Get rid of the rooms during morning. Buck Monty's Lily should all be eliminated during lunch. Lily should be eliminated after Bucks and Monty knocking. Nugget can only be eliminated and recessed and only if Cindy has been... Oh je. Okay. Die müssen alle schon tot sein. Nothing yet. Ach so, ich muss ihr das geben, ne? Das geht gar nicht anders. Shit. Nee, das geht nicht. You're welcome. Okay. Okay, geht nicht. Ich muss ihr den geben und dann sterbe ich. Dann mache ich mal den Tag einfach weiter. Go inside. I hope everyone has a great access. So, ich zeige jetzt mal den Hund. Hier, der Hund. Oh mein Gott, das ist... Das ist Cindy's dog. Was? Du hattest meinen Hund die ganze Zeit. Du hast sie umgebracht. Oh mein Gott, das ist dumm. Dann zeige ich jetzt mal den Stern. Oh, you just love being. Du läufst es also, eine kleine Ratte zu sein, oder? Naja, sehr gut. Okay. Okay. Die wird mir jetzt nichts geben. Das heißt, sie müssen echt viele Leute aus dem Weg schaffen. Sonst wird das nix. Boah. Ganz schön krass. Monday, der achte Tag. Dann gehen wir jetzt hier lang. Ja, du bist bereit, den Kindergarten zu starten. So. Dann müssen wir jetzt erstmal hier das mit ihm machen. Das Cash. So, ja. Bekommst du 50. So. Right. Dann petze ich... ...erst einmal... ...dass ich mit ihm fighte. So. Okay. Ist es illegal? Ja, ich werde fighten. Okay, so. So, let's go. Äh, so. So, dann jetzt petze ich. Call teacher. Okay. Okay. Go. So, das heißt, das haben wir schon. Yes. Okay. Jetzt fragt sie uns, ob wir weiter die anderen Schüler weg mobben wollen. Dann sage ich, ja. Machen wir. Das hört sich an wie ein Plan. Das hört sich an wie ein Plan. Dann. Müssen wir den Voice Recorder nämlich holen. Äh, ich möchte den Bein, und zwar den Voice Recorder. Und der kostet 2,50 Deal. So. Und dann muss ich nämlich damit... ...mit dieser Cindy hier reden. Hey Cutie, ich bin Cindy. Möchtest du mein Boyfriend sein? Ähm. Und dann muss ich sie nämlich, dann muss ich sie nämlich aufnehmen. Äh. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt ihr Boyfriend sein muss oder nicht. Muss ich jetzt... Ah, doch, genau. Ich glaube, ich muss jetzt ihr Boyfriend sein. Hoffe ich zumindest. Okay. Ähm. Okay, so. Dann ist es nicht, meine Liebe nicht genug. Dann sagt sie, ha, 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 das ist ja süß. Nein, ist es nicht. Ähm. You're gonna... Du musst mich quasi verdienen. Du musst mir beweisen. How do I do it? Why? I'm not proving anything to you, muss ich glaube ich sagen, oder? Oder warum? Ähm. How about call... I'm the prettiest... Wie wäre es, äh, weil ich die schönste, äh, schlauste und das netteste Mädchen, wenn das du jemals getroffen hast? Sag dir das was. So, okay. Und dann sag ich, I'm sold. What do I do? Äh, you don't seem like any of those. Ich sag, sie ist keine von diesen Dingen. Excuse me. Entschuldigung. I know you did not just say that. Ich glaube, du hast das nicht zu mir gesagt, weil ich bin es. Ähm. I would have you taken out. Ich hätte dich im, äh, ausge... Also, ich wäre mit dir ausgegangen. How would you do that? I'd like to see you try. Also, ich will, dass du es versuchst, oder? Fine. You ask for it. Okay. Und was machst du? Fre... Vergew... Was? Oh, dearie me. Oh, dann... Was im Hölle ist denn hier los? Habe ich da gerade das Wort, ähm, gehört? Verge... Ja, Miss, äh, Playgate. Es war ich. Dieser Junge hat versucht, mich zu ver... Oh mein Gott. Holy shit. Was? Oh mein Gott. Das ist ja voll die Snitch, ey. Holy moly. Okay, also ich muss sagen, in dem, in diesem Falle bin ich nicht traurig, dass dieses Mädchen jetzt gleich weg wird. So, boah, das geht ja gar nicht, ey. Holy. Okay. So ein Miststück. Ach, Cindy. Äh, wir sind doch bereits... Wir haben das doch bereits schon besprochen. Boys not wanting to... Jungs wollen nicht deine Freunde sein. Heißt nicht, dass sie dich per... But as per the school policy, I have to send you both. Also, aber laut der Schulpolis... Also, den Schulregeln muss ich euch beide jetzt zum Rektor schicken. Was? Du, äh, you're pushing... Punishing... Du, du, du bestrafst mich, obwohl ich fast fair geworden bin. So, jetzt, jetzt hörst du mir mal zu, du kleiner Parasit. Ähm, du gehst jetzt sofort zum Rektor. Ende der Geschichte. Das ist unfair. Ja, ja. Erzähl es dem Rektor. Okay, jetzt müssen wir dem Rektor bestimmt unser Bann zeigen. Es tut mir leid, Bugs. Ähm, aber du musst... Du lässt mir keine andere Wahl. Oh, was? Äh, was tut ihr denn hier? Der wollte bestimmt den erschießen. Er hat mich versucht zu veranwaltigen. Oh, so Wut wunderbar. Nun dann, Bugs. Ähm, es sieht so aus, als würdest du es diesmal leicht haben. Äh, raus hier, du kleiner... Äh, you little dumpster fire. Oh, wieso wird der jetzt entlassen? Das ist doch blöd. Ich sehe dich. Heute Abend. Oh, oh, in der Pause. Pal. Okay, ihr beiden. Dann bringen wir das hinter uns. Oh Gott. Also, du beschuldigst deinen kleinen Freund, der wollte dich verge... Äh, ernsthaft, Cindy? Ja, Sir. Ähm, ich konnte ihn... Ich konnte ihn kaum, äh... Kaum gegen ihn ankommen. Okay. Dann nehme ich an. Ähm, du wirst das Ganze verneinen und sagen, du hast es nicht getan. Ist das richtig? Ja. What's rape? Ja. Okay. That's what I... Das ist, was ich dachte. Naja. Well, since no one... Niemand hat den Vorfall, äh, jetzt quasi... Niemand war Zeuge vom Vorfall. Du hast auch keinen Beweis dafür. Da ist nicht viel, was ich von dir tun kann. Doch, ich habe alles, äh, aufgenommen. Du hast aufgenommen? Okay, das macht es ja noch viel einfacher. Cindy. Do you even have to listen to this? Musst du das dir anhören? Oder gibst du selber zu, dass nichts passiert ist? Aber, aber hier war's... Okay. Ähm, aber er hat angefangen. Er, äh, er sagte, ich bin gemein. Nicht gut genug. Ich denke, I'm going to enjoy not having... Ich freue mich sehr, dass ich dich nicht mehr in meiner Schule haben muss, Cindy. Ähm, I'm going to keep this record. Ich werde diese aufgenommenen Files behalten, falls deine Mutter anruft. Okay, kann ich dann zurückgehen? Nein. Now, why don't you run back on class? I think you... Okay, ich soll jetzt quasi zur Klasse zurückgehen. Okay, oh Gott, Hilfe. Oh, du bist zurück! Wo ist Cindy? Was ist deine Bestrafung? Keine, ich hatte Beweis, dass ich nichts getan habe. Oh, okay, da heißt sie ist weg. Oh, wunderbar. Ich hatte schon... Äh, ich hatte es so satt, von ihr zu hören. Ähm, du hast ja auf jeden Fall einen goldenen Stern verdient. Habe ich? Ja. Well, our little use... A ruse didn't get rid of bugs, like I'd hope. But don't worry, there's plenty of time. Okay, wir müssen den bugs wieder loswerden. Okay. Ah, yes. The high and mighty Jerome, always taking back to me, because he has... That is my boss. Okay, so müssen wir den loswerden. Gut, das machen wir jetzt. The principal has informed me, that one of his hall passes is missing. I bet Nugget life, that Jerome took them. Why don't you just take them? Okay, das hatten wir schon, kann ich nicht. Okay, so. Das heißt, so. Okay. Äh. Okay, so. Da müssen wir jetzt einmal das Jojo holen. Want to buy something? Das Jojo, so. Ja. Dann machen wir jetzt erstmal das. Ich brauche nichts anderes. Und dann gebe ich ihm das Jojo und verpetze ihn. Okay. Let's go. Yes. Why not? Hier ist das Jojo. So, okay. Dann habe ich jetzt das bekommen. Jetzt lenkt er sie gleich ab. Got it. I distract her. So, und jetzt warte ich kurz hier und gebe ihr den. So, hier bitteschön. Das hatten wir vorhin auch schon alles gemacht. Also, was wir jetzt anders gemacht haben, waren, dass wir nur die Cindy jetzt ausradiert haben. What? You ratted me on the other student? Oh ja, habe ich. Okay, dann tschüss. So, jetzt haben wir noch einen Stern bekommen und er muss weg. So leicht wird man alle los. Die Lehrerin will einfach keine Schüler mehr haben, damit sie frei hat. Okay, super. Da muss ich mich jetzt mit Nugget anfreunden. Kann ich eigentlich mit ihm auch noch reden? Oder er redet mit mir gar nicht mehr. Er hasst mich einfach nur. Ach doch. Warum zur Hölle glaubst du, dass ich mit dir Morgenbuddy sein will? Guter Point. So, jetzt reden wir mit Nugget. Nugget does not wish to spend more things with you. Nugget is very busy. Möchtest du einen Freund? Oh. Okay, Nugget gibt mir Nugget. That's it. Okay. Eat the Nugget. Dann ess ich jetzt den Nugget. Okay, dann haben wir das auch gemacht. Und dann müssen wir... Mal gucken, ob ich hier noch irgendwas kaufen muss. Cigarettes, Blue Driver, nö. Und dann kann ich, glaube ich, skippen. Dann kann ich, glaube ich, skippen, hoffe ich zumindest. Dann müssen wir jetzt dafür sorgen, dass der... Dass er verprügelt wird. So, das haben wir vorhin auch gemacht. Dass der ihn quasi umbringt. So, er hat dich schlecht behandelt. Bring ihn um. So, ein Albtraum hier, dieses... Also, dieser Kindergarten ist ja für mich der Albtraum, wenn ich dort sein müsse. So, hey, Nerd. Friss das! Boah, ist so grausig. Ja, das ist ein Horrorspiel. So. Okay, dann muss ich zu Nugget quasi reden. Okay. Is he dead? Nein. Okay, da habe ich jetzt die Brille. Sie geht raus. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu ihm hin. Sure, I guess. Jetzt gibt er mir den vergifteten Nugget. Okay. Yes. He does that every day. But today Nugget has poisoned. Okay. Das heißt, er muss jetzt den vergifteten... Den vergifteten Nugget ist also für ihn. Okay. Here's the other Nugget. Okay. I will try. Just get Bugs to eat it. So. Better hurry. Nugget thinks you have until the bell rings. Okay. I hate you. Okay. Das heißt, er muss jetzt ihm geben. No way, I won't like you. Okay, I need you to eat this. Ich muss sagen, dass er das essen soll. What? Warum? Was ist das? Ist es dein Nugget? Ja, ich kann das sehen. Warum zur Hölle sollte ich es essen? Ähm. Weil du sonst eine Sissy bist. Was? Wer denkt, du halt nicht, wer du bist? Ich bin keine Sissy. Ich werde diesen dummen Nugget nicht essen. I won't eat a stupid Nugget. Okay. Okay, das heißt, das muss ich dann machen. Nugget? Wie muss ich es denn dann geben? Hm, weiß jetzt jemand von euch? Oh, das ist schwierig. Hm. Okay, Cindy hat es gesagt. Was? Cindy denkt... Denkt doch nicht, dass ich eine Sissy bin. Naja. She won't if you eat. Sie wird es denken, wenn du den Nugget nicht isst. Okay, dann gib mir den Nugget. Ich werde es ihr zeigen. Okay, dann zeige ich es ihr. So, jetzt isst er den Nugget. Oh, dann wird der sterben jetzt, oder? Oh. Leute. Der wird sterben. Okay. Dann kann ich mir jetzt, glaube ich, das andere holen, was er wollte. Ja, it's done. Wonderful. Nugget is quite pleased. Okay. Oh, Gott. If you say, wenn du sagst, es ist wahr, Buck sollte jetzt jeden Moment sterben. Ah, da ist er ja. Super. Hier ist das Antidot, wie ich es dir versprochen habe. Take the Antidot. So, jetzt kann ich nämlich mich wieder heilen, weil er hat mich ja mit dem Nugget vergiftet. Dadurch, dass ich den vergiftet habe, kriege ich jetzt quasi das Gegengift. Nugget hofft, du fühlst dich jetzt besser. Please come see Nugget at recess. Nugget would like to show you something. Okay, also quasi in der Spielzeit dann. Great. So, talk to Nugget and say you want to his friend eat the Nugget to skip lunch. Okay, super. Okay, dann haben wir jetzt eigentlich schon fast alle getötet, ne? Gibt's ja niemanden mehr. Okay. Mhm. Genau, jetzt kriege ich doch, jetzt habe ich die Brille bekommen. Jetzt gehe ich ins Bathroom. Kann ich ins Bathroom, dann gebe ich ihr die Brille. Hier, ich habe deine Glasses gefunden. Okay, so, jetzt darf ich gehen. Und jetzt? Okay, go away. Walk away from Lily. This is the door of the principals. Oh, ich kann jetzt nocken. Oh. Oh. Was ist? Die Lunchzeit ist rum. Wer klopft hier? Was tust du? Du wirst uns beide in Probleme bringen. Oh Gott. Was tut die Kinder hier draußen? Hier sollte eine Cafeteria sein. Lily was evased. Ah, evased dropping on you. Okay, Lily. Ich war es nicht. Lily. Okay. Then. What were you? Was tust du? Also evased dropping. I knock to let you know. Ich sage, I knock to let you know, oder? Lily. Wir haben das schon bereits besprochen. Ich habe nichts mit dem Verschwinden deines Bruders zu tun, weil sie sucht nach Beweisen. Warum gehst du einfach nicht zur Seite? Ah, oh nein. Why don't you step inside my office? Oh nein. Warum kommst du nicht in mein Office und ich werde mit dir wieder darüber sprechen? Ich weiß, dass du es warst. Eines Tages werde ich es beweisen. Es nervt mich langsam. Wirklich, junge Dame. In mein Büro. Los. Oh Gott. Die ist jetzt tot. Bitte entschuldige mich für einen Moment. Oh Gott. Die sind jetzt alle tot. Okay. Danke, dass du mich darüber Bescheid wissen lassen hast. Ich bin mir sicher, dass du jetzt ein bisschen Pause brauchst. Warum gehst du nicht raus? Oh mein Gott. Du bist in Blut verschmiert. Ich sage einfach nur okay, oder? Okay. Ich frage gar nichts. Sonst werde ich auch erschossen. Oh geil. Oh mein Gott. Ich habe sogar letztens auf YouTube gesucht, ob du es schon gespielt hast. Jetzt spiele ich es. Oh Gott. Oh Gott. Well done. You got Lily, Monty and Bugs. Wunderbar. Du hast Lily, Monty und Bugs getötet. Du hast wirklich was. Ein goldenes Stern verdient. Drei Stück. Was ist mit Nugget? Hast du es geschafft, mit ihm befreundet zu sein? Ja. Excellent. Siehst du das Loch, in das er da starrt? Okay, jetzt muss ich nur noch das mit dem Hund machen. Let's go. He doesn't trust you. Nein, tut er nicht. Okay. Like what? Okay, okay. I will do. So, jetzt muss ich nämlich mit ihm reden. Und der lässt mich dann runter. Und dann mache ich das mit dem Hund. Yes. Was ist das? Jetzt bringt er die Nuggets runter. Und dann können wir das mit dem Hund machen. Wunderbar. Das ist pervers einfach nur. Wie kommt man eigentlich auf so ein Spiel? Earsdropping. Ist lauschen. Ah, sorry. Earsdropping. Ich dachte, evades. Das habe ich falsch gelesen. I'm sorry. Okay. Is it dead? Dann nehmen wir den jetzt mit. Take the dog. Dann gehen wir wieder hoch. Ah, nee, warte. So, ich nehme noch die Karte mit. Take the card. Und dann gehen wir hoch. Und dann kann ich es mit dem Hund machen. Earsdropping war schon recht. Das heißt lauschen. Ah, evades. Evadesdropping. Eisdropping. Teil 2 auf jeden Fall, wenn der so gut ist. Hier, diesen Hundekörper. Oh mein Gott, das ist der... Das ist Cindys Hund. Nugget! Was? Was ist denn los, Lady... Äh, Frau Lehrerin? Hast du Cindys Hund getötet? Was? Nein, Nugget wird... Nein, niemals würde Nugget so etwas tun. Lügt mich nicht an. Nugget lügt nicht. Nugget weiß, dass es der Hausmeister war, der den kleinen Hund getötet hat. Ich weiß, du warst es. Oh mein Gott, ist Nugget tot. Warum sollte Nugget sterben? Unten sind doch Nuggets. Oh mein, das ist aber schade. Ungeschick, unglücklich. Naja, das lief ja nicht so wie geplant. But I'm relatively pleased. Aber ich bin immer trotzdem sehr erfreut über das Ergebnis. Du hast ja einen weiteren Stern verdient. Cool. Well, would you look at that, this playground... Schau mal, dieser Playground ist komplett leer. Ich bin von allen Schülern, äh, bin ich losgeworden. Jetzt hast du 6 Sterne. Und jetzt? Ähm, jetzt gehe ich nach Hause. Kriege ich einen Reward? Oh, natürlich. Hier, dein Reward. Es ist ein Lunch Pass. Ah, you can use it anytime you want to have lunch with me. It's my way to protecting my rats for selling out their friends. Ah, okay, cool. Ich habe jetzt immer ein Lunch Paket. Well, there's no one left to teach you today. Es gibt niemand, der dich heute unterrichtet. Also, dann gehen wir. Und was ist mit mir? Schau mal, Kind. Either I can earn a gold star or you can start walking home. The choice is yours. Okay, dann laufe ich nach Hause. Gut, wir sehen uns noch morgen. Tschüss. Okay. Ich habe die Karte schon. So, wir haben es geschafft. Geil. Geil. Continue. Monday, der neunte. So, lass mal kurz gucken. Was haben wir denn noch für Hinweise? So, als nächstes kommt jetzt Nugget. Nugget. Und dann er. Und ihn haben wir auch noch nicht. Den müssen wir erst machen. Das war welcher? Der... James... Jerome... Wie hieß der nochmal? Buddy, ne? Buddy, Buddy. But, 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 but. Aber machen wir jetzt erst Buddy? Oder was machen wir jetzt als erstes? Machen wir erst Nugget. Okay. Gut. Hm. Ich weiß halt nicht. Wie können wir es denn schaffen, von dieser Piggy Bar eine gewisse Anzahl an Geld zu nehmen? Weiß das jemand? Okay. Der heißt nicht Bugs. Nicht? Okay, wir gehen jetzt mal hier lang. Probieren wir es mal. Yes. Okay. So. Dann holen wir uns... Ich möchte etwas kaufen. Und zwar das Jojo. Yes. Never mind. Not right now. So. Dann holen wir uns von ihr. Hey there, cutie. I'm Cindy. Wanna be friends? Ja. Das heißt, ich brauche von ihr jetzt... Ich muss jetzt ihren Freund sein. Und dann kriege ich nämlich den Kaugummi. Und den kann ich dann ihr geben. You probably heard I haven't. I haven't. Sorry to hear. It's hard to trust anyone. Cindy has been trying to put gum in my hair. Yeah, I know. So, dann zeige ich ihr den jetzt, oder? Sie hat sie das wirklich gegeben? Ja. Du bist nicht hässlich. Oh, danke. Danke. So, jetzt haben wir sie verpetzt. Das ist gut. Jetzt haben wir ihr den Kaugummi gegeben. Okay. Nugget. Nugget. Ich möchte dein Freund sein. Was tust du mir anbieten? Die Freundschaft. Perhaps that is all Nugget needs. Das braucht wahrscheinlich Nugget. Mehr braucht er nicht. Okay. Consume diesen Nugget nicht. Der ist unsere Freundschaft. Das ist sehr gut. Dann machen wir das nicht. Ähm. Gut. Nugget will see you later, friend. Sure. Okay. So. Okay. Wir brauchen, äh, habe ich gerade gelesen. Wir brauchen die, ähm, die Blume. Tatsächlich. Restart Day. Wir brauchen, wir müssen die Blume mitnehmen. Sonst geht es nicht weiter. Also jetzt wird's wild. Wir müssen diese Blume hier mitnehmen. So. Woher soll man denn das wissen, ey? So. Crazy, ey. Jetzt wird's wild. So. Ich möchte etwas kaufen. Ich brauche einmal das Yo-Yo. Dann möchte ich einmal mit ihr zusammen sein. Sure. Gib mir den Kaugummi. Den verraten wir jetzt ihr. I haven't. Sorry to hear. Hier der Kaugummi. Du bist nicht hässlich. So. Sure. Jetzt geben wir ihm. Äh, müssen wir jetzt sagen, I'll be your friend. Ich habe eine Blume. This was given to you by Cindy. Das hat dir die Cindy gegeben. Das ist eine schöne Liebesblume. Sie macht sich wirklich sehr viel Gedanken um dich. Äh, viel mehr als ihre anderen sieben Freunde, die sie hatte. Diesen Monat. Vielleicht, äh, perhaps you do, vielleicht weißt du, wie es ist zu lieben. Okay. Da gibt's ein Ding, das Nugget gesehen hat. Du hast vergessen, dass ihr zu sagen. Nugget hat Liebe vergessen. I do not wish to forget anymore. Take the Nugget of Friendship. Okay. Bring together the other Nugget of Friends. By excess, a recess and Nugget will relieve all. Okay, wie viele sind das? There are five total. One you already have. Come see me during morning time and Nugget will tell you how to get more. Oh, okay. Nugget also insists you hold on to the strange device. Also hier die Bombe. To the success in this task, Nugget will reveal to you what it does. Okay, and when she failed, Nugget will still reveal what it does. Okay, super. The pretty Lily also knows a great deal about the device. Also die Lily weiß auch, was man damit machen kann. Perhaps gaining her trust would benefit Nugget's friends. Also wenn ich die Lily jetzt schaffe, endlich mal die Freundschaft aufzubauen, dann ist es gut für uns. Was ich sehr gut finde. Okay, sehr nice. Okay. No more talking now. Okay, dann skippen wir mal. Okay. Go out inside. Good morning, children. Find a partner. Jetzt gehen wir mal zu ihm. Nugget's friend returns. Does he wish to continue? Also die Crest will ich machen. Ja. Nugget is pleased with your persistence. One of the Nuggets is hidden within this room. Nugget holds the other. You must find the hidden Nugget before you can get the one Nugget holds. Ach, ich sehe ihn doch, den Nugget. Der ist da hinten in der Kiste. Okay. Ah, okay. Perhaps it's a little chubbiness. Ach, okay. Dafür brauche ich das Jojo, weil das kann ich ihm geben. Und während er die ablenkt, kann ich mir das Nugget holen. Aber der wollte doch auch mal die, ähm, der wollte doch auch mal das Fernglas. Wisst ihr es noch? Beziehungsweise die Lupe. Ich muss jetzt die Lupe holen oder ein Nugget? Äh, okay. Okay. Dann probieren wir es mal. Hier, das Jojo. Du kannst es haben. Dann distracte mal. I can do that. Got it. Okay, ich bin ready. So, ich hole mir jetzt das Nugget. This is the Nugget. Take the Nugget. So. Ich habe es verkackt. Get over here, kid. Du hast es verkackt. Okay. Okay, fine. Hier ist der Pass. So, Nugget. Ich habe jetzt deinen Pass. Hast du den Nugget gefunden? Ja, wunderbar. Nugget ist beeindruckt. The trial of the Cubies is normally very difficult for Nuggets, potential friends. Was heißt denn Chubbies? Chubbies? Ist nicht Chubbies was Fleischiges? Was jetzt? Do you see the little... Siehst du das schöne Mädchen Lily da drüben? Nugget mag sie sehr. Nugget hat ihr einen... Ah, ein Poem... Also ein Poesie, etwas geschrieben. Kannst du es ihr geben? Okay. Oh, Planer. Yes. Wollte ich gar nicht öffnen. So. Okay, da muss ich ihr das jetzt geben. Okay, hier bitteschön. Oh, ich bin froh, dass wir uns heute hier... heute Morgen getroffen haben. Aber ich brauche heute kein Morgen-Buddy. Hier, ich habe das vom Nugget für dich. Oh. Ich wusste nicht, dass... Oh. Was capable of having... Ich wusste nicht, dass er solche... Dass er in der Lage ist, solche komplexen Gefühle oder Emotionen auszudrücken. Das ist wirklich eine süße Geste. Ähm, I just wish... Ich wünsche, ich könnte es lesen. Ach, schon, die können alle nicht lesen. I guess I will go... Ich werde den Lehrer fragen, ob er es für mich vorliest. Okay, mein, macht es bloß nicht. Wie peinlich. Ähm, Miss Applegate. Ja, Lilly, was ist? Nugget hat mir diesen Brief gegeben und ich frage mich... Oh, wie peinlich. Ah, God Around Children. Ah, kommt alle zusammen, Kinder. Nugget hat etwas für Lilly geschrieben. Ein Liebesbrief. Nein, nein, nein. Nugget ist der einzige, der dieses... Oh, mein Gott, wie peinlich. Only letter to read by... Es sollte nur Lilly lesen. Oh, es ist peinlich, der Arme. Nugget likes the pretty Lily. Nugget mag die schöne Lily. Er vermisst außerdem ihren Bruder Billy. Bitte nicht weiterlesen. Nugget liebt das Herr von Lilly. Nugget liebt... I, an ihrem Stuhl zu riechen. Nugget, do we need schedule another trip to the school counselor? Nugget, müssen wir einen neuen Termin bei der Schulaufsicht machen oder beim Rektor? Das ist ja wirklich sehr seltsam. Nugget denkt, sie sollten aufhören. Vielleicht nur noch ein paar weitere Zeilen. Nugget sagt aufhören! Okay, okay, du Verrückter. Wie du bist. Das ist unangenehm. Das ist wirklich peinlich. Nun ja. Das war mortifying. Please go away. Okay, das war sehr... Was heißt mortifying? Jetzt muss ich mit ihm nochmal reden. Es tut mir so leid. Ich habe den Brief ausgehändigt. Nugget noticed. Ich habe es bemerkt. Sorry, dass es so passiert ist. Das war nicht ideal. Aber hey, du hast immer den Brief gegeben. Dafür gibt es was für dich. So, komm zum Lunch. Ich werde dort sein. Okay, voll unangenehm. Oh je, okay. Ich glaube, jetzt kann ich nichts mehr machen. Sie redet auch nicht mehr mit mir. Ich glaube, ich muss auch mit keinen mehr reden, oder? Ich rede mal mit keinen mehr. Aber dann kann ich gehen. So, Lunch. Oh je. Okay. Okay. Dann gehen wir wieder zu Nugget. Ich brauche den nächsten Nugget. So. Yes. Excellent. Hast du ein paar Minuten. Was soll... Was wird passieren? Das. Das. Jedes Mal tut Bugs mir irgendetwas gegen das Gesicht schmeißen. Okay. Was möchtest du tun? Hier. Gib ihm diesen Nugget. Ach, jetzt muss ich ihn wieder vergiften. Der Nugget ist vergiftet. Okay. Möchtest du, dass ich ihn töne? Offensichtlich. Bugs ist ein Mobber. Er muss auf jeden Fall eine Lektion erteilt bekommen. So. Hier. No way. Was willst du von mir? Du sollst das hier essen. Was? Warum? Ein Nugget. Nein, ich werde es nicht essen. Okay. Weil ansonsten siehst du aus wie eine Sissy. Also wie eine Pussy. Okay. Und das sagt... Du musst dich wieder sagen, dass es Cindy ist? Oder... Was sage ich am besten? Ich sage Cindy, oder? Dann tut ihr bestimmt... Ich mag ja Cindy. Was? Cindy denkt, ich bin eine Sissy? Ja. Deswegen sollst du es essen. Na gut. Dann gib her. Ich esse es. Zeige es ihr. Okay. Jetzt hat er es gegessen, glaube ich. Dann muss ich wieder zu ihm, oder? Das Spiel ist einfach so gestört. Well. Okay. Er hat es gegessen. Wunderbar. Und jetzt ist er schon wieder tot. Oh ja. Er ist tot. Wie bekomme ich jetzt den letzten Nugget? Das Nugget... Appreciate. Nugget findet deinen Enthusiasmus... Schätzt deinen Enthusiasmus sehr wert. Der letzte Nugget unserer Freundschaft... ...can be a crier to recess. Nugget will be you, äh, sie, then. Okay. Dann sehen wir uns. Ähm, also. Was? Nuggets love letter did the opposite of the intent. Äh, mein Liebesbrief hat das Gegenteil bewirkt. Ähm. Sie fühlt sich jetzt sehr schlecht. Could Nugget, potential friend, go check on Pretty Lily for him? Okay. Ich soll quasi abchecken und mir alles okay ist. Okay. Okay. Nugget appreciates that. Voll, sie geht jetzt gar nicht raus. Hey, tut mir leid, dass ich so blöd war. Ich hab's nicht so gemeint. Ich weiß, Nugget ist seltsam, aber das war nicht okay für mich. Ähm, I want you... Ich möchte, dass du ihm diesen Donut gibst als Entschuldigung. Hier. Oh, ist das süß. Später muss ich ihm jetzt den Donut geben. Okay. Äh, okay. No more talking. The last Nugget fridge is be released. Aber was ist mit dem Donut? Muss ich's nicht ihm geben? Okay. Ich glaube, das war's dann. Dann skippen wir mal. Der ist tot und es juckt niemanden. Würde mich irgendwie schlecht fühlen. Walk away from the corpse of bugs. Ja, auf jeden Fall. Dann skippen wir mal. Okay, kiddos. Raus mit euch. Selber essen. Kann ihn gar nicht essen. So, wir reden mal mit Nugget. So. Es ist Zeit. Nuggets... Nuggets friend prepares himself to seek the final Nugget. Ja, ich will den finalen Nugget. Do you still possess the strange device Nugget gave you upon the start? Ja, ich hab das immer noch. Nugget has a simple request regarding the device. Okay, er möchte irgendwas, weil er hat mir die Bombe geschenkt. Was? Gib dieser... Gib diesen Device Nugget. Okay, jetzt hab ich's ihm gegeben. Der. Okay. Now we may speak of... Jetzt reden wir über das Device. Über die Bombe. Warum hast du es da drüben hingestellt? Das... Ach so. Das Device hört zu. It knows what Nugget says and if it does not like what it hears. Ah, es hört zu, was Nugget... Es hört zu, was Nugget sagt. Und wenn es nicht mag, was es hört, dann explodiert es. Ah. Okay. Ach so. Ist ja interessant. Okay. So, was sollen wir damit tun? We must convince it to explode, but we must do so properly. Do you see the statute of the principle over there? It watches us. Much like the device listens. Ah, wir müssen die Statue wegmachen. No silly. You're going to blow up the statue. Ich muss die Statue in die Luft jagen. Put the device behind the statue. Once you have done that, talk to the pretty Lily about poor Billy. The device does not like it when you talk about poor Billy. Ah, okay. Good luck return. When you're done. Aber ist es dann nicht so, dass ich sie in die Luft jage? Okay. Place the device. Oh Gott, Lily. Ich hoffe, du explodierst es nicht. The principle took Billy. Oh, was hast du getan? Wir werden so viel Ärger bekommen. Ich hoffe, dass du einen Plan hast. Äh, vielleicht. Oh mein Gott. Was zur Hölle habt ihr getan? Ihr habt die Statue des Rektors in die Luft gejagt. Ihr wird böse sein. Boah, wir wissen, dass ich es war. Ach so, die Maus aus dem Bild. Sorry, Leute. Tut mir leid. I'm sorry. So. Okay. Das wird jetzt wild. Was denkst du? What you think I did this? Was? Du glaubst, ich habe das getan? Es war er. Er hat die Statue in die Luft gejagt. Das könnt ihr jetzt gleich auf ihr... You can't expect... Du kannst nicht erwarten, dass ich dir glaube, Lily. Du hast den ganzen Tag damit verbracht, gestört, auf diese Statue zu schauen. Nein, das ist nicht fair. Das ist unfair. Es war auf jeden Fall... Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Zu beleid, Leni. Aber du wirst jetzt mitkommen. Zum Rektor. Oh oh. Aber... Aber ich... Geh! Okay, und du, junger Mann. Ich möchte das nicht nochmal sehen. I tell you, you like this donut. Die mag doch bestimmt den Donut, oder? Zahlen kann ich sie nicht. Oh, ihr... Das is like... Donuts? Ich bin auf einer Diät gerade, aber... Ein Donut? Okay. Du hast recht. Lass es uns tun. Okay, dann geben wir ihr den Donut. Okay. Aber was ist das jetzt mit Lily? Die wird jetzt sterben. Lily wird sterben. Du hast es wirklich toll gemacht. Nimm diesen finalen Nugget. Ich bin bereit. Excellent. But first, Nugget must... Jetzt muss Nugget noch etwas tun. Okay, muss ich jetzt wieder runter? Runter? Okay. Why do you just draw all the Nuggets? Muss ich jetzt wieder runter? Enter the cave. Und abend alle miteinander. Schön, dass ihr da seid. Okay. Was mache ich hier jetzt? Oh, da kann ich jetzt was machen. Das ist ein Gedenken an Nuggets guten Freund Billy. Ach, die Flower dahin packen. Bitte nicht die Blume hier lassen. Oh, du lässt eine schöne Blume hier. Das ist so nett von dir. Vermisst du Billy auch? Ja. He was the only one before you found the five Nuggets of friends. Nugget, Nugget can't do this anymore. Das war also sein guter Freund. Billy told Nugget many things before he went missing. Billy hat mir viele Dinge erzählt, bevor er vermisst gegangen ist. Nugget took the principal's pills. To help forget, but Nugget does not wish to forget anymore. Ach, der Principal gibt uns Tabletten. Das waren die, die er uns gegeben hat, damit wir vergessen. Ach, Nugget hat quasi Tabletten vom Rektor genommen. Aber er kann nicht vergessen. The pills have already, die Pillen haben bereits ihre Arbeit getan. Nugget does not know. Ich weiß nichts mehr über ihn. Aber Billy gave Nuggets sometimes. Sometimes that may help you know what Nugget forgot. Ach, deswegen ist er so behämmert. Was ist das? Nugget left it in his chubby. Nugget will present it to you after show and tell. Just get through the rest of the day and Nugget will find you after school. Okay, ich bin mal gespannt. That is the bell. We must depart from the Nugget cave. If I will see you again. Oh Gott. Okay, ich hoffe, jeder hatte eine schöne Pause. Dann lasst uns mal bereit machen. So. Was soll ich denn jetzt? Jetzt muss ich ja einen Nugget zeigen, ne? Oh Gott. Just show. Okay, dann zeige ich jetzt einfach eine. Ist das ein Chicken Nugget? Was zeigst du mir denn da? It is one of Nuggets Nuggets. I mean, this is one of the Nuggets friends. Oh Gott, das ist so gestört. Richtig. Ich hoffe, du weißt, was du da gerade machst. Nuggets Freund zu sein ist sehr herausfordernd. Wie auch immer. Wer ist der Nächste? Okay, jetzt habe ich die Freundschaft bewiesen. Nun Kinder, das war's. Oh, das ist die Klingel. Okay. Now we're friends. Nugget is already give you... Give to you what Billy gave to Nugget. Was ist das? Das ist eine mysteriöse Note. Nugget can read, but cannot understand the words. Okay, so what should I do with it? Okay, wir haben eine Note, eine mysteriöse. The pretty Lily is quite upset over Billys disappearance. Perhaps she would know what to do. Ah, das ist irgendeine Notiz über ihren verlorenen Bruder Billy. Wahrscheinlich bringt die uns irgendwas. Nugget is sehr froh, einen Freund zu haben. Bye. Okay, wir haben Billys Note. Ach, Billys Note. Das müssen wir dann der Schwester jetzt geben. Ah, interessant. Okay, wer fehlt denn jetzt eigentlich noch? Es fehlt. Äh, jetzt noch er. Bug. Bug. Monty. Und dann sie als Finale. Jetzt kommt einmal als nächstes... ...kommt Bugs. Bugs ist der Mobber. So, ich versuche jetzt den Durchlauf anhand der Infos zu schaffen. Ähm, weil ich cutte ja manche Durchläufe auch weg. Wenn ich jetzt fünfmal gefailt bin, muss ich nicht ins Video. Das heißt, ab dem dritten oder zweiten Versuch lasse ich mir dann ein bisschen helfen. Ähm, wir gucken jetzt mal. Also, you need a special item from the teacher before you can complete Bugs Mission. So, das bedeutet, wir müssen also schon mal das hier mitnehmen, weil das haben wir von der Lehrerin bekommen. Das ist der Lunch Pass. Den nehmen wir jetzt mit. So, dann brauchen wir als zweites... ...tell on Bugs for robbing you and say you won't help the teacher. Also, wir müssen einmal sagen, dass er uns ausgeraubt hat, aber wir werden dem Lehrer nicht helfen. Das machen wir jetzt mal. Das heißt, ich muss jetzt schon mal mehr Geld mitnehmen. Ansonsten werde ich nicht ausgeraubt. Und dann starten wir einen wunderbaren Tag im Kindergarten. Ich rieche Geld. Hey, Kind. Ich lese jetzt nicht immer wieder alles vor. Wir haben es schon 10.000... Ich glaube, 10 Mal vorgelesen, aber der Tag wiederholt sich. Ähm, hey, Kind. Äh, genau. Ich habe quasi Cash. Ich sage ihm, ja, ich habe Cash. Ja. Exzellent. Er gibt mir die Hälfte. Ich gebe ihm mal die Hälfte. Wehe, du sagst es dem Lehrer. Und dann petzen wir bei der Lehrerin. Das ist das, was wir jetzt tun sollen. Ich bin Miss Applegate. Ähm, so. Wax hat mein Geld gestohlen. Hat er? Interessant. Da möchte sie mit mir einen Deal machen. Dass er mich verprügelt, damit sie ihn zum Rektor schicken kann. Und dann sage ich, was ist, wenn es mir wehtut? Das macht dich nur stärker. Ist es legal? Wirklicherweise nicht. Und was bekomme ich? Ich gebe dir einen goldenen Stern. Jetzt sage ich, no way. Okay, dann sagt sie quasi, äh, dass es halt nicht gut ist, wenn man vom Lieblingsschüler zum schlechten Schüler wird. Die schlechten, äh, Schüler. It's not bad. It would be just dreadful. Ähm, I'm not a fan. Äh, me too. Ich bin auch kein Fan. Okay. So. Und jetzt steht aber kein weiterer Hinweis mehr drin, ne? Das habe ich jetzt alles gemacht. Hm. Sagt er vielleicht was? What do you want? Squishing me? Want me? Okay, walk away. Also mit ihm kann ich nichts machen. Hallo Freund. Nenn mich Nugget. Ähm, was ist mit Billy passiert? Das ist halt jetzt die Frage, ne? Weil, also, wenn ich jetzt sage, ich will sein Freund werden, dann fängt es ja wieder seine Mission an. Deswegen sag mal, was ist mit Billy passiert? Billy ist weg. Weißt du, wo er ist? Nugget weiß es nicht. Und wer weiß es? Deine Fragen machen mich etwas verrückt. Ich brauche jetzt meine Pillen. Billy, über den reden wir. Oh, ja. Äh, I don't know. Ich wusste nicht, worüber wir reden. We were just talking. Wir haben über ihn gesprochen. Haben wir nicht. Der Rektor hat es mir verboten, über ihn zu sprechen. Und if you press me any further... Und wenn du, ähm, wenn du mich weiter pushst, dann werde ich dem Rektor Bescheid sagen. Ich muss es wissen. Nein. Warum musst du nicht? Viel Spaß beim... Oh, jetzt schickt er mich zum Rektor. Oh, okay. Der Rektor hat mich angerufen. Er möchte dich in seinem Office sehen. Das ist... Okay. Na gut. Dann geh hin. Okay, jetzt gehen wir zum Rektor. So. Mir wurde gesagt, dass du dich traurig fühlst wegen Billy. Wer hat dir das erzählt? Oh, du weißt. Ähm, Wörter gehen schneller rum, als man denkt. Es ist egal, woher ich es weiß. Okay. Ähm, it's... That I do know. Ich weiß es einfach. Okay, und was ist damit? Also, that's all this is about. Also, darum geht's. Du vermisst also Billy und bist traurig. Ähm, du versuchst ihn also nicht zu finden oder sonst irgendwas. Richtig. Ach, puh, okay. Ist ja so klar, dass er Billy getötet hat, ne? Dieser Teppich halt wieder. Ähm, das macht Sinn. Okay, das macht das Ganze einfacher. Also, hier ist, was wir jetzt machen werden. Ähm, I'm gonna give you something. Ich geb dir etwas. Und was ist das? Die Pillen. Jetzt haben wir wieder die Pillen. Take on wherever you miss... Ich muss die quasi jetzt Billy geben und du gibst mir die Pillen. Bitte sag niemandem, dass du sie von mir hast. The hall monitor is waiting to take you back to class. Okay. Okay, so. Was gibt's jetzt noch so? Dieser ignore the rug, den muss ich immer noch ignorieren. Take the card. There are some papers. Ah, die Karte nehm ich. Gibt's sonst noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Hm. Nee. Sonst gibt's nichts. So. Okay. Seht ihr irgendwas, was ich noch nehmen kann? Ich hatte Kaugummi-Werbung. Das ist super. Okay, der Ruck, den kann ich aber nur ignorieren. Nichts Interessantes hier. Die Waffen halt einfach, ne? Schaut euch mal vor, euer Rektor hätte das. Okay, sonst finde ich hier nichts mehr. Willkommen zurück. Ich hoffe, alles lief gut für dich. Alles ist toll. Sag mal, hat der Principal dir irgendwas gegeben? Oh, das haben wir letztes Mal nicht erzählt. Soll ich das mal machen? Ich habe ja keine Ahnung, ob das jetzt die richtige Mission ist, aber wir müssen es ja eher rausfinden. Er hat mir Pillen gegeben. Oh, super. Ähm, du würdest, äh, you wouldn't mind if your lovely teacher had one now. Die würde es nichts ausmachen, wenn der ein toller Lehrer jetzt eine hätte. Okay. Ja, be my guest. Oh, guter Junge. Klub. Oh, wunderbar. Dankeschön. Jetzt, äh, hab Spaß im Rest des Abends. Oder Tags. Pst. Hey, Kind. Hey, Kind. Äh, äh, ach, cool, er redet mit mir. Das hatten wir noch nie. Ach, das ist, weil wir nicht verpetzt haben. Hm. Ich habe gehört, dass du, dass, äh, what teacher? Ich habe gehört, was der Lehrer versucht hat, mit mir zu machen. Also, dass ich ihn quasi aus, dass sie mich ausnutzt. Ähm, oh, Applegate has headed out for me. Ah, diese Lehrerin hat es schon eine Weile auf mich abgesehen. Es ist schön zu sehen, dass du dich gegen sie eingesetzt hast. Ja, gerne. Ja, it is actually a problem. Es ist eigentlich ein Problem. She's probably setting something up to get us. Sie versucht immer, irgendetwas anzustellen, damit du in Probleme bekommst. So wie gerade eben vorhin. That's how I got my first strike. So habe ich quasi meine ersten Verwarnungen bekommen. Wenn sie mich noch einmal bekommt, werde ich von der Schule verwiesen. Wäre das so schlimm? Considering the last kid to be expelled, was that missing kid Billy? Ach, okay. Der letzte, der nämlich aus der Schule geschmissen worden ist, ist das vermisste Kind Billy. Und ja, das wäre auf jeden Fall schlecht, wenn man von der Schule geschmissen wird. Okay, das merke ich mir. Das heißt, die wird ihn umbringen. Wir sollten zusammen arbeiten, bevor sie uns beide kriegt. Ich bin dabei. Schlauer Move. Nimm das. Wenn sie versucht, irgendetwas mit dir zu machen, dann hab keine Angst und benutze es. Ein Messer? Ein Messer? Ja, es ist ein Messer. Look something up. Hör mal, etwas Schlimmes passiert hier auf dieser Schule. Jeder weiß es, aber niemand redet darüber. Wie so oft, Leute. Wie so oft. Ähm, ich bin nicht, äh, I'm not about to go down without a fight. Ich bin nicht bereit, runterzugehen, ohne zu kämpfen. Okay. Guter Punkt, sag ich mal. We need to find a way to get the old Gail alone. Also, wir müssen quasi sie irgendwo hinbringen, wo sie alleine ist. I don't want any witnesses tattling. Ich hab den Lunch Pass. Jetzt muss ich ihm den geben. Wow, schau mal einer an. Du bist also das kleine Haus hier von der Lehrerin. Das macht es ja noch viel einfacher. So, after morning time is over, you're going to have a very special lunch of teacher. Also, wenn du heute Abend, also quasi nach dieser Unterrichtsklasse bist du bei ihr beim Lunch, dann hast du ein spezielles Essen mit ihr. Und dann soll ich sie einfach umbringen? Ja, genau. Warte einfach, bis sie sich umdreht und dann sticht zu. Ich werde draußen warten. Äh, will she turn, wird sie mir überhaupt den Rücken zukehren? Hm, guter Punkt. We're going to need a distraction of some sorts during your special lunch. She is. So, if you can buy something from Monty. Also, ich muss irgendwas von Monty kaufen, damit ich sie ablenken kann. Oh je, okay. Lass mal gucken. Das Spiel ist brutal, ja. Das siehst du genau richtig. I want to buy something. Was hat er denn? Got anything to... Hast du irgendetwas, womit ich die Lehrerin ablenken kann? Sorry, ich habe... I don't have anything like that at the moment. Ich habe nichts, was du meinst im Moment. Aber ich erzähle dir was. I'm pretty handy with gadgets. Ich bin sehr begabt mit Geräten. If you can find me some sort of device, I can rig it to what you need. Also, ich muss ihm ein Device geben, ein Gerät, und dann kann er es in das umwandeln, was ich möchte. Wo kann ich eines finden? Oh Gott. Im Rektor. Also, er gibt dieses Gerät, was er die Leute abhört, immer nur Leuten, die er sass findet. Und Nugget hat eins. Das heißt, sie müssen es irgendwie von Nugget jetzt kriegen. Oh Gott. Nugget does not wish to spend morning time with you. Nugget is very busy. Okay, wieso bist du denn beschäftigt? Warum bist du so neugierig? Interessant. Vielleicht, äh, you could be... Vielleicht könnte ich dich doch benutzen. Ja. Nugget braucht, äh, needs a magnificent... äh, magnifying glass. Do this for Nugget before the next bill rings. Okay. Also, wir müssen jetzt das Jojo kaufen. Und ich glaube, er meint das hier, oder? Was meint ihr? Das nenne ich mal ein cooles Pixel-Game. Ist voll geil, ne? Äh, ich glaube, wir brauchen das hier, oder? Das hier. Das ist doch das suspicious glass, wovon er redet, oder? Dieses Gerät ist also eine Bombe. Ja. Der Rektor gibt es den Kindern. Es ist so gesehen keine Bombe. Es ist ein Gerät, das sobald du den Namen des verschwundenen Kindes Billy aussprichst, sprengt es dich in die Luft. Okay, dann holen wir jetzt mal das Jojo, weil mit dem Jojo können wir die Lehrerin ablenken. So, ich möchte etwas kaufen, und zwar das Jojo. Ja. So, und dann kann ich nämlich ihm das anbieten. Dann kriegt er das Jojo. Dann sage ich, yes. Like what? What I do? Okay. I can do this. Awesome. So, jetzt lenkt er die Lehrerin ab, damit ich jetzt schnell dieses Glas bekommen kann. Also das Fernglas. Okay, ich bin ready to distract her. So, jetzt hole ich mir das. So, das sieht aus wie ein Magnificent. Magnifying Glass. Take the magnifying glass. So. Jetzt regt er sich auf und sagt, ey, du Loser. Jetzt muss ich ihm wieder seinen Hallway Pass geben. Und wir können jetzt Nugget das Glas geben. Yes. Wunderbar. Nugget ist beeindruckt. You may have this Monstermon card. Nugget is quite found of it. Ah, ich bekomme die Monstermon card. Now be gone. Nugget has important things to attend to. Okay. Aber ist es das, wovon wir geredet haben? Okay. Jetzt muss ich halt mal ihn fragen. Ich glaube, das war nicht die Aufgabe. Did you get something to cause a distraction? Oh shit. Nee, ich habe jetzt nichts, ne? Jetzt habe ich die... Du hast es... Oh nein. Ich glaube, ich habe es verkackt, oder? Oder muss ich Screwdriver? Ah shit. Habe ich es jetzt verkackt? Warte, ich gucke mal kurz in den Hinweisen nach. Hints. Hier sind einige neue Sachen. So, hier steht einmal. You can get a device that Monty needs by giving Nugget a flower before school starts. Getting sent to the principal or stealing one from the chubbies. Ach so. Ach kacke. Dann starte ich den Tag hier aber nochmal neu. Weil dann kann ich, glaube ich, das Gadget holen. Also ich kann ja quasi den Raum neu starten. So, yes. Äh, es ist so. So, jetzt kriege ich die Tabletten. Dann nehme ich noch die Karte. So, und jetzt gehe ich nochmal zurück in das Zimmer. Welcome back. Blä, blä, blä. He gave me some pills. Be my guest. Yes, so. Und dann gebe ich nämlich, ich glaube, ich gebe Nugget das Gadget, oder? Was muss ich ihm geben? Muss ich ihm den Nugget geben? Genau, dann macht er mit mir den Deal. Arm in. Gib mir das Messer. Und jetzt brauchen wir, vielleicht bist du paranoid, vielleicht bin ich. Guter Punkt. Hier der Lunch Pass. Alles gut. So, wenn sie sich umdreht, stechen wir zu. Okay, und jetzt steht doch hier der Hinweis. Also, einmal steht, you can get a device that Monty needs by giving Nugget a flower before school starts, getting sent to the principal, or stealing one from the chubbies. Dann klau ich einen. Dann muss ich das mit Nugget nicht machen, mit der Blume. Use the Lunch Pass to have lunch with the teacher after morning time. It's the way to get her alone. Okay. Das heißt, ich hole jetzt das Jojo. Ich möchte etwas kaufen. So, und dann sagt er mir das, dass ich das dann holen kann. Dann reden wir nochmal mit ihm. So, ich möchte etwas kaufen. Und zwar das Jojo. Yes. Und das war's dann. So, dann kann der mich nämlich hier nämlich jetzt ablenken. Bitte schön. Dann bin ich bereit. Cottage, I'm ready to distract her. So, und dann hole ich mir nämlich das Gadget. Ich hoffe, sie reden davon. Yes. Take the device. So. Wir sind wieder dabei. Ähm, wir haben einen Knu-Discord. An alle, die auch zuschauen. Wir haben einen Discord. Da könnt ihr gerne nachjoinen, wenn ihr wollt. Messerhandel im Kindergarten, ne? So muss es sein. Ironisch. Ironie, Leute. Now blew it. No way she's gonna put up with another distraction. Give my pass back. Okay. Er könnte sie ja eigentlich nochmal ablenken, aber egal. So, jetzt kann ich ihm das Device geben. Äh, I want to buy something. Got anything to cause a distraction. Du meinst das hier. So. Oh ja, genau das meine ich. Es kostet dich 1,50. Hab ich. Okay. Äh. Just a soldier. Solder here. Rewire the timer to pass through the Capizator. Set the receiver to the correct frequency. Most technologically to make them smart. And it's done. Also er sagt quasi, was er macht. Er hat hier ein Kabel verlegt. Jetzt macht er die Frequenz so. Und jetzt funktioniert's. Here's, äh, their remote. All you have to do is press that button. And the little dude that you gave me will pop like a firecracker. Also es wird explodieren. It's only good for one use. Ich kann's nur einmal benutzen. Easy. Okay, Kinder. Es ist Zeit zum Mittagessen. Jawohl. Ich möchte mit ihnen. I want to have lunch with you, sag ich. Ja, es soll ein Kindergarten sein. Oh, Frittle Sticks. There goes my smoke break. Oh, verdammt. Da geht meine Raucherpause dahin. Na gut. Du kannst ein besonderes Dinner mit mir haben. Excellent. Der Rest von euch geht zur Cafeteria. Oh Gott, jetzt muss ich meinen Lehren umbringen. Having special lunch with my favorite student instead of getting a smoke break is one of my favorite things about teaching. Also, ein besonderes Essen mit meinem Lieblingskindergartenkind zu haben, ist besser als eine Raucherpause. Das sind die Dinge, die ich am Lehren liebe. Hier ist mein Miss-Mack-Glob-Silly-Meal. Kannst dich auch quasi auf der Schulter klopfen. Go on. Los. Weiß. Es ist sehr lecker und sehr... Okay. Ich glaube, ich muss erst mal... Ich glaube, jetzt Activate Distraction bringt ja jetzt noch nichts, oder? Muss ich das jetzt schon machen? Wisst ihr das? Hm. Ich nehme mal einen Biss, oder? Was meint ihr? Perfekt. That takes care of the insubordinate student. Insubordinate student. What do you mean? Was meinst du? Was? Ich... Ich habe dein... Dein... Dein Essen vergiftet. Guess it's not so silly after all. I saw you talking to Bugs earlier. Oh mein Gott! Ich habe gesehen, wie du mit Bugs gesprochen hast. Bugs redet niemals mit anderen Schülern, außer er plant etwas gegen mich. Bin ich tot? Ja. Es war mir eine Ehre, dein Schüler zu sein. Aber jetzt bist du tot. Ich hasse dich. Boah! Was eine Ratte, ey. Okay. So. Jetzt mache ich dich fertig. Okay. Add Distraction. Oh, jetzt bin ich tot. Shit. Hätte ich das davor irgendwo befestigen müssen? Ich hätte es davor da befestigen müssen, wo sie war, ne? Oh mein Gott. Ich hätte es da hinpacken müssen, wo sie steht, ne? Oh nein. Ich glaube, ich muss noch von vorne anfangen. Thanks. Ja. Ich kann nicht weg. Ja. Ich muss es da hinstellen, wo sie ist. Ich muss den Tag neu starten. Ach Mann! Zehntes Mal! Diese Schweine. Okay. Aber hey, das kriegen wir hin. Ich spule das jetzt vor. Also wundert euch nicht. So. Let's go. Also. Ja. Nimm mein Geld. Take my money. And leave me alone. So. Dann. Petze ich. Frau Wobbly. Have my money geklaut. Was springt für mich raus? Ist das egal? Was ist drin für mich? Wir haben kein Deal. Lass mich in Ruhe. So. Dann müssen wir mit Nugget sprechen. Sagen wir, was mit Billy passiert ist. Müssen ihn nerven. Damit er uns nochmal zum Rektor schickt. Äh. So. Wir haben über ihn gesprochen. Ich muss es wissen. Und jetzt komme ich zum Rektor. Ich habe den Pass vergessen. Nein! Stimmt. Oh Mann. Restart Day. Danke, Leute. You see? This game needs a lot of... Äh. Concentration. So. Hätte ich doch nur nicht meinen wunderbaren Backseat Gaming Chat. So. Backseat Gaming! Macht es Backseat Gaming! Mach auf! Dit. Dit. Ich muss mir echt von der Lara sowas machen lassen. So eine... Erinnert mich dran. So einen eingesprochenen Song. Macht es Backseat Gaming. Immer wenn ich den Knopf drücke, müsst ihr mir helfen. So. Bugs hat Geld von mir. Ist egal. Lass mich in Ruhe. Niemals. Tschüss. Diese Lehrerin. Okay. Dann. Was ist mit Billy passiert? Ist eigentlich schon offensichtlich. Das Interessante in dem Spiel ist... Das Spiel macht überhaupt kein Geheimnis darum, dass Billy halt vom... Wir wissen ja schon, wer ihn umgebracht hat. Du musst es nur noch rausfinden. Äh, wer hat dir das erzählt? That's not what I do. I'm not sad about Billy. Okay, so what about it? Äh, right. Was it? Give me the pills. Okay, so. Gut. Das Blut... Wir noticen es mal, dass ich das auch einfach... Ich bin so arm und klein, gegen den ich sehe aus, als wäre ich aus seinem Arsch gekommen. So klein bin ich. Welcome back. I hope everything turned out okay with the principle. Ja, ich habe dir hier bitte schön die Pillen gegeben und du bist mein Gäst. So, jetzt musst du ein bisschen aufpassen. So, Kind. Okay. Dann lass mich mal... Auf jeden Fall am Inn. Ein Messer. Vielleicht bist du paranoid, aber besser paranoid sein als gar nicht. Hier den Lunchpass. So, dann müssen wir mit dem... Das Jojo jetzt erstmal holen. Erstmal das mit... I want to buy something. Haben wir irgendwas zum Ablenken, aber die ist einfach mal weiß. Jetzt ist der Hint... Ist unlocked. Und dann kaufen wir uns nochmal das Jojo. Bitte, wir dürfen nicht vergessen, das jetzt dann zu platzieren. So, ich gebe dir das Jojo. Ich bin ready, my friend. Okay, Distractor. Okay. Take the device. Oh, dankeschön, Baram. Ihr seid so süß. Wir wissen noch nicht, wie Billy gestorben ist, aber es war wahrscheinlich der Rektor, würde ich mal behaupten. Oder vielleicht kommt auch noch ein krasser Plot Twist raus. So, ja? Who knows? So, jetzt gebe ich ihm auf jeden Fall das hier. Und er macht mir jetzt die Bombe draus. Okay. Und jetzt muss ich doch... Ach, jetzt kann ich gar nicht mehr die Bombe... Oh nein, ich hätte es davor placen müssen, ne? Äh. Ich glaube, jetzt habe ich keine... Dann lass mich nochmal kurz den Day neu starten. Restart Room. So, okay. Okay. Ich muss... Okay, so... Oh, was? Welcome back. I hope everything is okay. More than okay. Got right ahead. Me too. Ach, krass. Jetzt ein neues Ende. Ah, nee. Aber das ist doch... Als habe ich das Device schon. Das ist halt jetzt die Frage. Ich habe ja die Pille genommen, oder? Und ich habe der Lehrerin keine Pille gegeben. Muss ich der Lehrerin eine Pille geben, oder geht es auch so? Ich bin mir gerade unsicher. Warte, vielleicht sagt er ja auch was dazu, dass ich das Device habe. Am Inn. A knife. Das gibt es hier mit das Knife. Maybe you're paranoid. Good point. So. Ich habe den Lunch Pass. Und vielleicht... Sagt er ja auch was, weil ich das Device jetzt habe. Aber nee. Das ist komisch, weil ich kann das ja nicht platzieren. Wisst ihr, wie ich das platzieren kann? Hm. Weil ich kann das hier nicht platzieren. Wenn ich mit... Wenn ich ihm das jetzt gebe... Dann komme ich ja gleich in den Tag rein. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe ja gar nicht die Möglichkeit. Ah, doch jetzt. Okay. Aber ich kann es nicht platzieren. Ach, das war, weil meine Zeit immer um war. Deswegen. Aber wie kann ich das jetzt platzieren? Ich habe ja jetzt den... Ach, ich muss wahrscheinlich mit ihm reden jetzt. So. Ich habe es. Okay. Go ahead and stick it under one of the front tables. Okay. Deswegen. So. Dann muss ich es ja hier... Ach so. In einen von denen. Aber warum nicht hier? Aber da sitzen wir doch nachher gar nicht, oder? Oh, ich weiß nicht. Da mache ich es mal hier hin. Should I replace the distraction on this table? Keine Ahnung. Ja. Ich habe noch ungelesene Hints. So. You can get a device that Monty needs by giving a nugget a flower. Jetzt haben wir es tatsächlich auch durch den Rektor bekommen. Use the lunch pass to have lunch. It's only the way to get her alone. So. Jetzt müssen wir sie in die Luft jagen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Tisch war, aber... Dann probieren wir es doch einfach mal. Okay. Vielleicht hole ich mir noch die Karte. So. Ich möchte noch was kaufen. Und zwar das Jojo. So. Ich brauche nichts mehr. Weil dann kann er sie distracten und dann hole ich mir noch die Karte, die da ist. So. Okay. 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 Es funktioniert nicht mehr. Ich möchte lunch mit ihnen haben. Excellent. So. Mal gucken, ob ich sie jetzt ablenken kann. Having special lunch with my favorite kid. Dankeschön. Ich mache jetzt die Distraction an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Ist es von hier gekommen? Jetzt kann ich sie abstechen, oder? Ich habe mir in den Arsch gestochen. Ah! Du kleiner Bastard. Ich werde... Oh mein Gott, du... Mitten in die Spleen. Ich habe sie schreien gehört. Du hast es also richtig gemacht. Wow. Ich kann nicht glauben, dass du es wirklich getan hast. Nimm das besser raus. Sonst sind deine ganzen Fingerabdrücke überall. Sie ist... Wahrscheinlich haben wir auch... Oh. Sie hat auch ein Telefon. Ich denke, das nehme ich. Geil. Oh, das ist die Klingel. Lass uns hier rausgehen. Die Pause fängt gerade an. Ähm... I don't want anyone noticed. Ich möchte nicht, dass jemand merkt, dass wir nicht beim Abend beim Essen dabei waren. Okay. Er voll mit Blut, ne? Er fällt ja gar nicht auf, ey. Pfff. Okay. Wie soll ich das jetzt überleben hier, ohne zu sterben? Ich rede mal mit ihm. Okay. Okay. It's clear, ich bin mir sicher, dass jemand bemerkt, dass der Lehrer vermisst wird. Otherwise, that old lunatic wouldn't be what I will. Sonst würde dieser, der Hausmeister uns nicht beobachten, während wir hier draußen sind. Wir müssen auf jeden Fall das Messer verstecken, bevor wir nach draußen gehen. Und wo sollen wir es verstecken? Der einzige Platz, äh, einzige Ort I'm seeing is that hole. Ah, das Loch, in dem Nugget drin ist. Das einzige Problem ist das Nugget. Das ist Nuggets Tutorial, also sein Territorial, sein Territorium. Vielleicht, maybe you could convince him to bury it for it. Ah, vielleicht kann ich ihn fragen, ob er es für mich vergräbt. Behold, das ist die Nugget-Höhle. Es ist sehr, sehr dunkel und tief. Kann ich etwas in deinem Loch verstecken? Dieser Satz funktioniert in der Disco nie. Do you want to find out? Can I hide something in the hole? Du möchtest also etwas in der Nugget-Kale verstecken. Ein Messer. Oh my. Das Messer ist aber ein schlechtes Ding. Was kann Nugget sagen? Nugget möchte es nicht in der Höhle. Was kann ich machen, um dich zu convene, dir etwas Gutes zu tun oder dich zu überreden? Only those who bear Nugget's Symbol of Friendship may ask such a favor of Nugget. Symbol of Friendship. Perhaps you would do well to be Nugget's friend before you ask favors. I'm gonna throw it anyway. Ach, Kacke, wir hätten uns mit ihm anfreunden müssen. You shouldn't do well not. Nugget will not tolerate things. Fine. Okay, das heißt, ich kann mich mit ihm gar nicht mehr anfreunden jetzt. Das heißt, wir müssen eigentlich den Nugget of Friendship holen, oder? Ich schmeiß es jetzt rein. Oh, aber... Oh nein, schmeißt er mich rein, oder? Nugget hat Nein gesagt! Ja. Ich bin tot. Ich glaube, da müssen wir nochmal den Tag neu starten. Lass mich mal kurz gucken nach Hinweisen. Da steht es wahrscheinlich drin. You need to obtain a Nugget before recess. Wir brauchen einen Nugget. Verdammt, ich hätte mir anstatt die Karte das Nugget holen sollen. Oh, wir müssen den Tag nochmal neu starten. Kann ich nochmal den Raum neu starten? Das bringt nichts, ne? Ne. Also wir müssen quasi einen Nugget nur holen. Verstehe ich das richtig? Oder? So, das heißt, im Pass. Das Schwein. Und let's go. Ja, das Game ist geil, gell? So, dann gibt mir mein Geld. So, das petzen wir. Blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla. No way! Oh nein, jetzt habe ich es angenommen, ne? Verdammt. Ich muss ein bisschen aufpassen, was man klickt. So. Nimm das Geld. Dann hat man mein Geld geklaut Nein, niemals So Dann gehen wir zu Nugget Können wir nicht Nugget einfach auch schon die Blume geben? Wäre das nicht schlau? Können wir Nugget die Blume einfach geben? Die haben wir doch eh Ich kann doch zwei Sachen mitnehmen Ich glaube, das würde Wir machen es jetzt mal Was ist mit Willi passiert? So, Willi Wir reden über Willi Ich muss es wissen und schon zum Office Ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche die Blume nicht, oder? Brauche ich die Blume? Oder muss ich einfach nur den Nugget ihm geben? Weil hier steht ja Hä, wo sind meine ganzen Hinweise hin? Ach, die sind jetzt weg Weil ich den Tag nicht gespeichert habe So, dann sage ich das mit ihr Yes Eins, zwei, drei Und dann sage ich nein So Und dann spreche ich mit Nugget Und belästige ihn mit Billy Dass ich zum Büro des Direktors geschickt werde Das mache ich jetzt einfach mal Also Was mit Billy passiert? Billy Wir haben über ihn geredet Ich muss es wissen Ab zum Rektor Sagen Sie Dass Sie den vermissen Ich soll dem Rektor sagen Ich vermisse ihn Das ist wichtig Ähm Wer hat der? Ich glaube, das habe ich Richtig Was ist es? Gibt es mir Pillen? Okay So, jetzt haben wir das Ich glaube, das soll so sein Weil ich verbrauche sonst zu viel Äpfel Wisst ihr, was ich meine? So Dann Geben Sie der Lehrerin eine Pille Entweder aus Rufitgrüten oder Güte Okay Hier ist ein Pillen Nimm das bitte schön So Okay Und dann soll ich mir das seltsame Gerät aus dem Schrank holen Und dann steht ja auch noch Schnappt ihr das Nugget aus dem Ablagefach Aber was ist denn ein Ablage? Soll ich denn das Gerät aus dem Schrank her holen? Ist hier vielleicht irgendwo eins, was rumliegt? Vielleicht bist du paranoid Guter Punkt Hier ist der Pass Okay So, ich kann mir das ja nicht holen Weil sie ist ja da Also es gibt hier ja kein Nugget aus dem Ablagefach Ich kann ja nicht zweimal distracten Wisst ihr, was ich meine? Das Gerät steht links oben Genau Ach, das kann ich mir einfach nehmen Ah, das wusste ich gar nicht Ach, das kann ich mir nehmen Weil es nicht in Sichtweite ist Oh mein Gott Das muss man aber auch erst mal wissen, ey Okay Ich möchte was kaufen Ein Jojo So Ja Dankeschön Ich möchte was kaufen Äh Hast du was zum Ablenken? Mach das bitte mal draus Yes So Ach so Oh, um Gottes Willen Okay So Dann Mein Freund Hier ist dein Jojo So Du lenkst jetzt bitte einmal ab Und ich bin Ready Ah, ich hab zu lang gewartet Schon wieder Jetzt hab ich aber schon wieder Keine Äpfel Warum nicht? Also mir reicht es nicht Von der Zeit her Tatsächlich, Leute My bad Jetzt fängt ja schon Der nächste Tag an Ich muss den Raum Nochmal neu starten Wer hat dir das erzählt? So Okay Jetzt gibt sie mir Pillen Ach so Weil ich mir die dumme Karte immer hole Oder was? So Hier Ich nehme mir die Pillen Sei mein Gast Okay Okay, jetzt kommt er Hä? Aber warum sind die Äpfel immer alle weg? Okay What are you getting at? Möchtest du sie nicht töten? Okay Ich muss sie am Inn sagen Jetzt hab ich schon mal einen Apfel verloren Okay Guter Punkt Ich hab einen Lunch Pass Okay So Dann muss ich jetzt einmal das holen Ja Warum sieht sie es jetzt? Take that device Ach so Ich kann mir das einfach holen Ah Ich kann mir die einfach nehmen Ah Okay Okay Jetzt hab ich ja alles Jetzt kann ich ihnen das nämlich Ach easy Das muss man sich aber auch einfach trauen Ne Ich möchte etwas kaufen Mach das bitte Und zwar jetzt So Jetzt aber Okay Got it Jetzt reden wir mit ihm Mit dem Jojo hätte ich nicht machen sollen Ne Okay Habe ich Yes Habe ich So Okay Dann mache ich das jetzt mal hierhin Das fällt der ja auch gar nicht auf So Und jetzt Möchte ich mit ihnen Lunch haben Und dann schiebe ich ihnen ein Messer in den Ass So We got it Danke dir Äh Ich mach das jetzt Oh shit Ah doch Ich dachte das wäre falsch Gut so Jetzt kann ich sie nämlich abschließen Dann ist sie nämlich tot Die Sache ist Ich muss mich halt auch Äh Säubern noch Vom Blut Oder Okay Ich bin so arm Na Ich werde für so eine Scheiße Einfach missbraucht So mein Freund Wo soll ich es verstecken So Kann ich es verstecken Ein Messer Hier Verinnere dich an unsere Freundschaft Du hast ein Nugget der Freundschaft Wow Ähm Vielleicht solltest du das Messer wirklich In Da rein schmeißen Okay Weg damit Sehr schön Sehr schön So ich hab es weggeschmissen Well Bist du denn los geworden Sehr gut Verdammt Ich kann nicht glauben Dass du das alles geschafft hast Dann restet dein Chill einfach noch Und was ist mit dem Handy Keine Sorge darüber Ich behalte es im Auge Okay Dann kann ich jetzt einfach chillen Ich glaub da muss ich nichts mehr machen Okay Verdammten Kinder Schwingt eure Ärsche ins Klassenzimmer Kinder Ich habe schlechte Neuigkeiten Eure Lehrer ist tot Eure Lehrerin Ich spüre mal vor bis zu dem Punkt Wo er mich jetzt arrestet So Genug Nugget Mag es wie die Lehrerin riecht Halt die Klappe Nimm deine Pillen Wie ich es dir gesagt habe Wir fangen mit dir an Du im Blut Ähm Mach deine Taschen leer Sieht aus Als hättest du nichts Okay Dann lass uns weitergehen Zu Bugs Das ist so dumm Weiß Ich bin voll im Blut gecovert Hm Er hat mir das Handy gegeben Sieht aus Als hättest du auch nichts damit zu tun Okay Sieht so aus Dass niemand hier dafür verantwortlich ist Die Lehrerin getötet zu haben Das soll heißen Ihr müsst jetzt alle nach Hause Weil eure Lehrerin ist tot Yay Furchtbar Das ist furchtbar Ja wir haben es geschafft Ich hoffe es Also hast du das Handy noch Ja Weißt du was Vielleicht kannst du es für was anderes benutzen Dankeschön Das war es Viel Spaß Geil wir haben es geschafft Tag completed Monday Der 11 So Was haben wir alles Den haben wir jetzt geschafft Yay Wir müssen jetzt nur noch ihn machen Und sie als Finale Also You need a special item from Jerome And as much money as you can carry To complete Monty's mission The janitor can lower the price On the bar of chocolate In the cafeteria If you talk to him in the bathroom A box in the janitor's closet Has five dollars in it Okay Das heißt wir müssen jetzt diesen Schlüssel damit nehmen So Und das Lunch Paket Lunch Paket Und wir brauchen Das hier Schlüsselform Und so viel Geld Wie wir tragen können So Gut Gut Okay So dann nehmen wir jetzt wieder das Geld weg Dann gehen wir zu ihm und sagen Kollege Mach mir bitte diesen Schlüssel So So How I'm Gonna get The kind of money I'm sure There's a ton of ways to do it I'm still open to selling stuff for you Also wir müssen jetzt alles verkaufen Damit wir überhaupt das Geld bekommen I want to buy something Das heißt wir kaufen jetzt den Jojo Da können wir nicht mit dem Jojo Ihm dann den Hallenpass verkaufen Der ist ja auch nochmal 3 Dollar gewesen So I want to sell something Kann ich ihnen den Lunch Pass verkaufen 3 Dollar Ja Ich glaube deswegen musste ich den mitnehmen Okay Das war's So Okay Kinder Wir müssen jetzt in jeder Runde so viel Geld sparen wie es geht Wir brauchen 20 Dollar Äh Okay Wann ich ihnen noch was verkaufen? Kann ich mit ihm irgendwie reden? Warum bist du so beschäftigt? Vielleicht Do this for Nugget before the next bell rings Okay Was soll ich tun? Vielleicht kann ich jetzt hier nochmal Das mit dem Was ist da vielleicht? Ah ich nehme mal das Geld Ich lasse mal kurz So Mensch Kann ich nicht einfach mir alles hier nehmen und verkaufen? Ach dafür brauche ich den Essensplan Ach kacke Ich hätte glaube ich den Essensplan nicht wegnehmen sollen Dann hätte ich das glaube ich alles verkaufen können Oder? Ich würde gerne nochmal den Tag restarten Ich gucke mal ob ich den Essenspass jetzt noch nicht verkaufe Kann ich das andere Zeug nicht auch alles ihm verkaufen? Oh shit Oh shit Nee nee das war nicht gut Sie sieht Sich nicht wenn sie Pillen genommen hat Ah okay 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 dann müssen wir Dann müssen wir gucken dass wir nämlich zum Rektor kommen So dann nehmen wir das mit und wir nehmen das mit und wir nehmen das Geld mit Dann müssen wir noch mit Nugget sprechen dass wir zum Rektor kommen Die Pillen bekommen Ah Oh ah interessant Das war ein ganz wichtiger Hinweis Okay So Kollege Mach mal den Key 20 Dollar Okay So Dann Verkaufen wir ihm das Weil das hat ja nichts damit zu tun So Und dann reden wir mit ihm Dann schickt er uns nämlich zum Rektor Moment So jetzt What happened to Billy? Who knows Billy Wir haben gerade über ihn geredet Ich muss es wissen So Und jetzt Kann ich Mir die Pillen holen Okay jetzt gibt sie mir die Pillen So Karte kann ich ja einfach mitnehmen So okay perfekt So und jetzt kann ich nämlich der Lehrerin die Pillen geben Und dann sieht die das nicht Alles ist super So Ich gebe hier die Pille Okay So und dann Kann ich die I want to sell something Bottle of Pills Yes Deal Und dann gucken wir mal Ob ich das jetzt alles klauen kann Ah Er ist egal was ich tue Ist halt die Frage Kann ich das Device verkaufen? Steel Money Okay Ist die Frage Was kann ich denn verkaufen? Kann ich das Messer verkaufen? Kann ich das Nugget verkaufen? Wisst ihr das? Mir geht es gut Ich hoffe euch auch Was kann ich jetzt noch verkaufen? Kann ich das Device verkaufen? Weiß ich halt leider nicht Ob ich eine dieser Sachen überhaupt noch verkaufen kann Nehme mal den Device Und dann nehme ich das Nugget Vielleicht hilft ja auch das Oder das Messer Oder das So und dann gucke ich mal Ob ich das verkaufen kann Want to sell something Nichts davon Oh dann sollte ich jetzt vielleicht Shit Vielleicht hätte ich das mit dem Jojo noch machen sollen Ach kack Ich hätte das mit dem Jojo machen sollen Ne Dann hätte ich das Jojo noch verkaufen können Oh Gott Dieses Spiel macht mich fertig So Lily is my girlfriend Oh guck mal da gibt es wieder voll die neuen Sachen Billy and I were friends It's hard to be friends with someone who is missing Okay Jetzt gibst du mir die Pillen Oh Gott I feel good Okay Jetzt habe ich die Pillen genommen Und ich kriege noch ein Device Ich glaube Aber die Pillen Ich habe keine Ahnung Ob es jetzt gut war Hier nimm die Pille So Dann lass mich mal Okay Das heißt wir holen uns jetzt einfach das Geld Und dann Verkaufe ich ihm mal den Rest I want to Buy something Ich glaube ich muss tatsächlich nochmal raus Das Jojo will ich Und dann möchte ich etwas verkaufen Und zwar die Pillen So Und dann mache ich das mit dem Jojo jetzt Yes Ich glaube das reicht schon wieder nicht Ne Weil ich habe zu viel Es wird nicht ausreichen Leute Ne Du kannst nicht gehen ohne Pass Kann ich bitte aufs Klo Bitte darf ich aufs Klo Okay geh So Dazu bekomme ich den Pass Jetzt hatte ich die Klasse gehört Ach shit Ich glaube das klappt alles nicht Du bist zurück Jetzt müssen wir ab zum Lunch Oh je Oh je Oh je Oh je Leider mein Freund Habe ich das nicht für dich Ich habe jetzt auch keinen Pass mehr Ich habe gar nichts Sell something Ne Okay shit Gar nicht so leicht Und Monty kann ich jetzt auch nicht umbringen Und ich komme jetzt auch nicht raus Ich glaube das ist wieder Ein schwieriger Selbstläufer hier Äh Ich spiele mal den Tag durch Und dann schaue ich mir Vielleicht kann ich ja hier noch irgendwas verkaufen Vielleicht kann ich diese Karte hier verkaufen Hier Sell Ne Oder hier unten Ich kann nichts verkaufen Ich verkaufe mein ganzes Geld Aber es fehlen mir jetzt eigentlich noch 4 Dollar Bevor ich den Schlüssel machen kann Wir machen trotzdem mal den Tag fertig Ich gebe ihm mal die Bombe Okay das hast du vom Principal bekommen Oh nein Oh mein Gott ich bin tot Hier eine Karte Eine Monsterkarte Nicht sehr kreativ Wer ist als nächstes dran Okay Dann haben wir wenigstens einen Tag überlebt Leute das ist gut Dann können wir jetzt mal die Hinweise anschauen Okay Kid Das ist der Ende des Tages Hast du das Geld Nein Tja Das ist scheiße Fick dich Dann werde ich das Oh nein wir haben nichts bekommen So eine Little E-Class haben wir bekommen Okay Oh Gott okay 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 Also Dann Wir brauchen einmal Lunch Pass Wir brauchen einmal den Schlüssel So Ist das der Hallenplatz Ne Ist halt jetzt die Frage Was ist denn der Hallenplatz Nehmen wir jetzt nochmal Geld mit Und dann gehen wir mal So Dann nehmen wir mein Geld Okay so Dann fragen wir ihm nach den Schlüssel How am I gonna get that kind of money Okay Dann verkaufen wir Mal das hier So Dann müssen wir einen der Äpfel verkaufen Was auch krass ist Dass man das auch nicht vergisst Und dann reden wir What happened to Billy Um zum Rektor zu kommen So Wir haben gerade über ihn geredet Ich muss es wissen Und dann gehe ich zum Rektor So Dann müssen wir die Pillen holen Und hier steht Wir müssen Miss Apple Gay Eine Pille verkaufen Aber wie verkaufen wir der denn eine So wer hat dir das erzählt I'm not sad about Billy Hast du die Konversation mit Nugget gehört Okay sorry You're giving me pills Okay thanks Take one right now Okay So ich weiß nicht ob es schlimm ist Dass ich das jetzt genommen habe Jetzt habe ich auch wieder dieses dumme Device Wir kommen zurück Ich hoffe alles okay Mehr als das Oh super Ich höre eine Stimme in deiner In deiner Thank for that Achso sie nimmt sich dann einfach Okay Moment Moment Wir müssen dann Restart Room machen Weil wir müssen dafür sorgen Dass wir die Pille nicht nehmen Sonst kann ich sie nicht verkaufen Okay So Okay so Jetzt habe ich die Pille nur genommen Und ich Das ist genau das was ich will Okay So jetzt Willkommen zurück Ich hoffe Alles war okay Alles ist gut So Hier Der Prinz Der hat mir jetzt Der Principal die Pillen gegeben Oh wunderbar Könnte ich eine nehmen Aber das sind meine Ich gebe dir einen Dollar Okay Super Guter Junge Okay sehr gut Sie hat mich jetzt bezahlt Das musste nämlich jetzt so sein So Jetzt haben wir Von unserer netten Lehrerin Eine Pille bekommen Dann müssen wir An Monty Jetzt die Pillen Verkaufen 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 So Deal Und dann müssen wir jetzt Dem einen das Jojo geben Weil wie ich es mir schon dachte Müssen wir Mit dem Jojo raus Weil da gibt es ja noch diesen Raum Vom Vom Hausmeister Wenn ihr euch erinnert Genau Der Hausmeister Das sind Pillen Damit ich quasi Mein Gedächtnis verliere Weil der Offensichtliche Rektor Ja Die Kinder getötet hat Und er will Dass wir das natürlich vergessen Und deswegen Immer wenn wir das Wort Billy sagen Hört er das Weil Also wir werden wahrscheinlich Noch rausfinden Was passiert ist Aber Ja Es ist eigentlich klar Dass er es war So Okay You can have it If I be your buddy So Alles gut Dann gehen wir raus Kann das machen Got it Distract her So Dann gehe ich raus So Jetzt bin ich draußen Und dann sollen wir nämlich In das Haus In das Zimmer Vom Hausmeister gehen Und das Geld Nehmen So Ich habe den Pass Oh shit Sweet Principals Pass Wow Go Ach kacke Oh mein Gott Leute Oh Gott Ich glaube ich hätte das Jojo Schon vorher kaufen müssen Hä Warum lässt er mich nicht Oh shit Leute Oh shit Hä Warum lässt er mich nicht gehen You can Go Do whatever As long as You have the pass I don't really care Aber wieso lässt er mich dann nicht Hä Es ist ja auch ein anderes Jandere Oh mein Gott Okay Wir müssen nämlich das Jojo Schon am Anfang kaufen Weil jetzt habe ich ja einen Apfel vergessen Und dadurch dass ich einen Apfel nur noch habe Konnte ich jetzt ja auch nicht weiterspielen Oh Gott Dieses Game macht mich so irre einfach nur Oh Ich hatte den Pass Ich verstehe es auch nicht So Der Lunch Pass Und die Schlüssel Und das Geld So Ach hier verliert Ach so Okay Okay Ich verstehe Ich verstehe Ich darf das hier schon gar nicht annehmen Ich darf hier das Geld gar nicht nehmen Leute Sonst geht das Ganze nicht auf Restart Day Ich darf das Geld hier nicht nehmen Weil sonst verliere ich einen Apfel Den ich brauche Für eine andere Sache Oh Gott Dieses Game macht mich irre Okay so Wir nehmen jetzt den Lunch Pass Wir nehmen jetzt den Schlüssel Und wir nehmen nicht das Geld So Mehr brauchen wir nicht Wir gehen jetzt raus Weil Jetzt labert er mich nicht an Jetzt kann ich direkt ihn fragen Nach dem Schlüssel So Und dann sagt er mir quasi Wie ich das Money kriege Und dann verkaufe ich ihm jetzt erstmal den Pass So Yes Drei Dollar Und dann kaufe ich das Jojo Weil das muss ich jetzt schon machen Der Jojo Deal So Jetzt habe ich das Jojo Dann kann ich einen der Äpfel benutzen Dann kann ich mit ihm reden Dann haben wir das schon mal 100% geschafft So Ähm Ich möchte wissen was mit Billy passiert ist Yes Ich will wirklich wissen was mit Billy passiert ist So Wir haben über ihn geredet Ich glaube nämlich so offensichtlich Dass der gestorben ist Ist es gar nicht Irgendwie gibt es einen Plot Twist Da bin ich mir relativ sicher So Jetzt sind wir beim Rektor So Dann hole ich mir jetzt die Pillen Habe ich Richtig Was ist das? Pillen Wie gibt es mir Pillen? Okay So Jetzt haben wir die Pillen Dann gehen wir zu Miss Applegate Heißt ja nicht Apple wegen ihren Hupen So Ich habe Pillen bekommen Und Das sind meine Okay So Dann kriege ich den Dollar Dann haben wir das auch Dann verkaufen die Pillen an Monty Hallo an alle übrigens So Ich möchte es verkaufen Und zwar das So Dann geben wir jetzt ihm das hier Yes Und dann gehen wir nämlich raus So Jetzt lenkt er die ab Und dann können wir raus So Dann müsste ich jetzt aber eigentlich gehen können Hier ist mein Pass Wow Dann kannst du machen was immer du willst So Warum hat er mich vorhin nicht gehen lassen? So Dann gehen wir hier rein Na Was ist hier drin? The note Money Wir nehmen uns das Geld Okay Oh Gott Raus 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 Okay Oh Gott Oh Gott Oh Gott Okay Hast du denn nicht die Klingel gehört? Okay Okay So Gut Puh Super Du hast es geschafft So Kinder Zeit für das Lunch So Da gehen wir jetzt hin Let's go Okay Hier drüben Hätte ich den Apfel verkaufen können? Oh das meint ihr Er hat dich vorher nicht gehen lassen Weil du keine Zeit mehr hattest Ah Okay I couldn't get it Ich konnte es nicht holen Oh Mann Okay Das ist ja lame Behalt den Pass trotzdem So Jetzt verkaufen wir ihm den Pass Ich möchte dir etwas verkaufen Das sind auch nochmal 5 Dollar Ach dann haben wir es fast Okay super So Dann Muss ich mit Cindy sprechen um Ugly Lily Okay weil ich muss mir jetzt den Kaugummi geben Okay Jetzt gucken wir mal in die Hinweise So was haben wir denn hier alles Guck mal hier fehlt ja sogar was You need a special item The janitor can lower the price on the bar of chocolate in the cafeteria Wir müssen jetzt also irgendwie raus A box in the janitor's closet Haben wir schon The lunch pass The principal pills and the chocolate bar are the most expensive items Aber hier fehlt noch irgendein Hinweis Ich weiß aber nicht welcher Okay Gibt den Ah genau stimmt Wenn ich nämlich Ist es nicht so wenn ich jetzt den Kaugummi in die Haare von ihr reingebe Wie war das nochmal Okay jetzt habe ich ja meine 20 Dollar So Und wenn ich jetzt ihr den Kaugummi reinballer Dann gibt sie mir doch auch nochmal Geld oder War das nicht so Doch genau ich kriege nochmal Geld Sehr gut So So und dann kann ich nochmal Äpfel nehmen Vielleicht klappt das jetzt Ich bin mir nicht sicher Okay dann zeige ich mal die Karte Oh bitte 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 Lass es funktionieren Please 20 Dollar brauchen wir um jetzt den Schlüssel zu bekommen Okay Kind Ich habe das Geld Wow Hast du das heute alles gesammelt Ich bin beeindruckt Wie auch immer dein Plan What you plan on doing with that key Be careful Auch also immer was du mit dem Schlüssel machen willst Sei vorsichtig Geil Wir sehen uns Yes We got a key Leute Jetzt können wir endlich aufdecken Warum Billy gestorben ist Jetzt können wir nämlich zu Lily gehen Yes Yes Wir haben alles Yes 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 So Also was gibt es denn hier für Hinweise So Blöp 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 Also You need a special item for Monty Nugget bug in order to complete Lily's mission Wir brauchen Brauchen voll viel ne Also was brauchen wir Wir brauchen You need a special item for Monty Nugget and bugs in order to complete Okay Das heißt Welche waren das denn jetzt nochmal Also von Monty Also wir brauchen auf jeden Fall das Telefon Wir brauchen den Schlüssel Und wir brauchen den Brief Okay Okay Hallo und alle Wir sehen das Geld nicht gut ist Ja aber wirklich So kann ich jetzt mit ihr reden Oh Hey ich bin Lily Ähm Du hast vielleicht schon von mir gehört Dass mein Bruder passiert ist I have Und dann muss ich ihr glaube ich den Brief geben oder Ja hab ich Was Das sieht aus wie Billys Handschrift Wo hast du das her Nugget hat es mir gegeben Ich wusste dass Nugget ist etwas von mir versteckt Okay Weißt du was es sagt Ich kann es nicht lesen Nein Okay Dann wissen wir es wahrscheinlich Monty kannst doch übersetzen oder Ich brauche dass du das Ah das musst du für mich übersetzen Natürlich I read it for you But you gonna Es kostet dich einen Bug Okay So lass mal sehen Oh mein Gott Diese Handschrift ist ja schrecklich Es sagt etwas About a hatch In the principal's office That can be opened In the code Also er sagt etwas über einen geheimen Äh über einen Hebel Den man drücken kann Und dann öffnet sich was Was ist der code Ähm That's where the handwriting Ah okay Da wird die Handschrift erst recht schrecklich Das is gonna take me In the spring Braucht mich ein bisschen Damit ich es entziffern kann Ich schreibe dir Wenn ich es rausgefunden habe Zum Lunch Okay Dann können wir noch mit ihr reden Und was sagt er Irgendetwas über einen Hedges Hebel oder Über einen geheimen Hebel So Hör zu Da wurde einer ermordet Ein geheimer Hebel Das ist möglicherweise das Äh Wo er Billy gefangen hält Okay Wir müssen da unbedingt rein Wir müssen ihn retten Okay Es muss einen Weg reingehen Okay Dann muss ich hier wahrscheinlich Jetzt das Handy geben oder Muss ich hier das Handy jetzt geben I got a plan But it requires getting a phone Hier ist das phone Niemals Du hast das Telefon Das ist ja super Und hier ist der Schlüssel Wow Du hast ja alles was man braucht Ähm Das ist so toll Ähm Ich kann dir meinen Plan jetzt sagen Wie ist der? I need you to actually get sent To the office alone Ah Ich muss jetzt in his office allein Once inside You need to find the hatch Okay Und wie werde ich da reinkommen? Dann muss ich jetzt mit Nugget reden We should get ready to deal with him Oh One more thing If the principal gives you a strange device Do not come talk to me Until you get rid of it Okay Wenn ich das komische device bekomme Darf ich mit ihr nicht reden Weil wenn wir das Wort Billy sagen Sprengt es uns beiden in die Luft Es hört uns zu Der Rektor gibt es jedem Den er seltsam findet Und er hat es mir eine Woche gegeben Wie mir sicher ist Nugget auch davon weiß Wieso ist Nugget eigentlich nicht in die Luft gejagt? Wir haben doch voll oft über Billy geredet Hm Eine Luke ist eine Hedge, ne? Nameless Cat Das schaue ich mir auf jeden Fall gerne mal an Generell auch alle Spieltipps, die ihr habt Unten in die Kommentare schreiben Ich schreibe mir da immer mal wieder was raus Und speichere mir eure Kommentare ab Damit ich die dann auch zum Spielbeginn einblenden kann künftig So, okay Jetzt muss ich einmal Mit Nugget sprechen Damit der mich Wieso spreng ich eigentlich nicht in die Luft wegen Billy? So, jetzt muss ich zum Principle Und jetzt kriege ich Ärger Okay Und da muss ich glaube ich aufpassen, dass ich nicht So Ich glaube, das habe ich Richtig Was ist das? Okay Okay, so Ist hier irgendwo eine Hedge? So, hier, da sage ich nichts dazu, ne? Look under the rug Hey Äh, du sollst hier nicht rumschnöffeln Raus aus dem Office Okay, ich habe es gefunden Geil Welcome back Wir haben es gefunden Alles ist gut Ja, ich gebe ihr mal hier die Pillen Ich will aber dafür einen Dollar haben So, dann kann ich nämlich alles weitere einfach klauen So Ist geil mit den Pillen, wenn man das alles weiß So, jetzt kann ich glaube ich Lilly davon erzählen Und hast du die Luke gesehen? Ich habe die Luke gesehen Excellent Jetzt müssen wir Ähm In die nächste Phase Wir brauchen einen Weg, um in das Office zu kommen Wir haben doch einen Schlüssel Wir müssen einen Weg bekommen Also finden, um in sein Office zu kommen Ich glaube, wir können ihn rauslocken Ich kann ihn rufen Ähm, okay Gott Monty sagt He will have the code for the hatch A lunch Right? Kommen Sie bitte Monty sagt, er hat den code Zum lunch Okay Eine Sache noch Wenn das alles schrecklich läuft Werden wir Leute We are going to need a problem A probable cause for doing what we did We need some actual evidence Also wenn es rauskommt, was wir machen Brauchen wir auf jeden Fall irgendwas Dass man einen Grund, warum wir das Ganze machen Was, woher sollen wir das herbekommen Well, there's a mess in the school Who cleans it up Ah, okay I'm guessing the janitor has something to do with all this See if he's doing anything suspicious Also das ganze Blut wegwischen halt Das macht der Hausmeister Hm, warum ist der Boden unter Nugget eigentlich so dunkel? Das ist, glaube ich, ein Teppich, oder? Oder Sand Ich glaube, das ist Sand So, lass mal jetzt den Hinweis anschauen Hier fehlt uns noch einer You need to buy cigarettes in the schoolyard Okay Nugget will send you to the office alone If you don't stop talking about Billy Haben wir jetzt auch schon gemacht Hier ist noch was You can get evidence by convincing the janitor to clean the toilet Okay, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie Ich würde jetzt, glaube ich, gerne mal Die Zigaretten kaufen Und müssen wir Wir müssen, glaube ich, jetzt auch auf die Toilette Wir brauchen den Pass Gib mal das Jojo Puh, ich glaube, das Jojo hätte ich vorhin auch wieder kaufen müssen, ne? Aber dafür ist ja auch wieder keine Zeit Shit Ich glaube, dafür ist auch wieder keine Zeit Shit Kriege ich den Pass nicht Oh no Okay, jetzt müssen wir, glaube ich Wo ist sie denn? Hat er jetzt den Code? Okay Ich habe rausbekommen I figured You'd be seeing me around now Slop is no good And I don't think anyone is brave enough to try a biscuit from a janitor Dump old man can even spare right Did you have Hast du es wiederholt? Psch, natürlich habe ich I wrote it on the back of the Hinter die Notiz geschrieben Hier Hab viel Spaß damit So, wir haben den Code Hast du irgendwas gefunden? We need some insurance before we go crazy The janitor was guarding something Yeah Okay, ich muss jetzt irgendwie raus Try making him to do his job I'm sure there is a toilet in the That needs some scrubbing or something Okay, okay, okay Wir müssen in die Toilette Wie mache ich das nochmal? Ich komme, glaube ich, nicht raus Ich kann jetzt ihn umbringen lassen Oder wie war das nochmal? Wie kann ich nochmal? Ich muss ihre Glases finden, ne? Und die Glases hat er Oder ich gebe ihr einfach Geld Kann ich ins Klo gehen? Yes, there anything else I can do Okay So, dann gehe ich jetzt Okay So, dann kann ich jetzt ins Klo Da kriegt er auf jeden Fall die Zigaretten Und der ist aber nicht da, ne? Habe ich den verpasst? Shit Okay, ich finde den nicht Hm, ich hätte das vorhin schon mit dem Jojo machen sollen, ne? Hm, Kacke Kann ich hier rein? Unlock the door Ich glaube, dann bin ich tot Was zur Hölle? Wie zur Hölle bist du hier reingekommen? Mach dir keine Sorgen Hä? Ignore the rug Wie sie nicht redet Wie sie nicht juckt Dass ich hier einfach reingekommen bin Okay Shit, das sind Hä, ist sie wieder hier? Ist doch falsch, oder? Oh, no, 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 no Du kannst nicht ohne Pass gehen Ich muss aufs Klo Hä? Das Spiel hat doch gerade einen Bug gehabt, oder? Wir waren doch gerade beim Lunch So Jetzt kann ich auf die Toilette Aber der ist immer noch nicht da Hä? Das ist ja weird Das ist aber dann ein Fehler vom Spiel Weil der Hausmeister ist ja jetzt weg 4, 8, 5, 1 Das heißt, ich muss Während ich das mit dem Jojo mache Muss ich schon aufs Klo Jetzt geht's ja nicht mehr Hm, verdammt Verdammt Ja, dann müssen wir jetzt leider den Tag vorangehen lassen Also das funktioniert so nicht Ja, ist auf jeden Fall Gefailed Das ist das Statue So, sprich mit mir Äh, so I know he did it Ich weiß, er hat's getan Ich weiß nicht, warum er hat's getan Okay Das bringt uns leider alles nix Ich muss leider nochmal den Tag neu starten Hm Ich zeig ihm mal Den Schlüssel Wow, das ist ja ein toller goldener Key Woher hast du denn den? Aber das sollte mich nicht interessieren That's a very nice thing to show for all and tell Thank you, who's next? Jetzt hat sie den Schlüssel Nee So Okay, sie juckt's mal wieder gar nicht Okay, ist aber die letzte Mission, Leute Schaffen wir jetzt Die letzte Mission Wir haben nichts erreicht Also Wichtig ist Wir müssen uns den Toilettenpass mit dem Jojo holen Wir müssen uns auch die Ding davor schon holen Also Telefon Schlüssel Und den Brief Und mehr kann ich nicht nehmen, so Dann sagen wir jetzt das mit Lilly Zeige die Notiz Und dann Bring ich den Brief Soll ich Den Brief zum Entziffern geben Für einen Dollar Und ich soll Zigaretten kaufen Aber warum soll ich jetzt schon Zigaretten kaufen? Ich möchte was kaufen Und zwar Zigaretten Muss ich da nicht auch jetzt schon das Jojo gleich kaufen? Hm Genau Trinken Ganz wichtig Genau Ganz viel Liebe an die Motz Liebe an die Motz So Sprich mit Lilly Und sag ihr, dass im Hauptbüro eine Luke ist Also soll ich jetzt gar nicht mehr mit ihr reden? Ich glaube ich muss jetzt schon alles geben, oder? 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 Was meint ihr? Something about a secret hedge in the principal's office Oh wow Ich habe ein Phone Ich habe einen Schlüssel So, dann weiß sie jetzt Bescheid Okay Jetzt muss ich quasi mit Nugget reden Und Nugget schickt mich jetzt zum Principal Und das ist glaube ich alles, was wir jetzt machen müssen Also das ist jetzt glaube ich hoffentlich korrekt So Okay Jetzt gehe ich zum Principal So Und dann soll ich sagen Habe ich Richtig Gib mir die Pillen So Und dann soll ich jetzt auf jeden Fall das überprüfen Und das sehe ich jetzt Und bin geschockt Und bin jetzt hier Und das ist glaube ich egal, ob ich ihr eine Pille gebe Ich würde auf jeden Fall ihr eine Pille geben Und ich würde sie auf jeden Fall verkaufen So Dann haben wir das schon mal gemacht Dann soll ich mit Lily sprechen Wir sagen, dass ich die Hedge gesehen habe Und jetzt muss ich irgendwie raus So Und jetzt muss ich raus Und ich weiß Ach, jetzt kann ich ja einfach gehen, oder? Weil sie juckt es ja eh nicht, oder? Doch, jetzt kann ich einfach gehen Ich möchte ins Klo Okay So Nice Stimmt, den gibt sie mir ja Und dann kann ich ihm sagen Ich habe die Hier ist mein Pass Dann gehe ich jetzt hier rein So Und dann muss ich ihn irgendwie dazu kriegen Dass er das Klo hier reinigt Dass er abgelenkt ist Wie war das nochmal? So Äh Geh auf die Toilette Prüfen sie alle drei Kapitel Sprechen sie mit dem Hausmeister So Genau Aber das haben wir eh schon gemacht Okay Äh Der Toilette da drüben braucht unbedingt eine Reinigung Ja Ja, aber dann geh doch woanders hin Naja Well Musst du sie nicht putzen? Nein, muss ich nicht Ich werde nicht um Stunden bezahlt Ich werde verstundet bezahlt Und nicht um Toilette Weil wir nutzen andere Alle anderen Sind aber besetzt Na gut Dann kümmere ich mich darum So Dummes Kind Okay Dann können wir uns doch jetzt den Finger holen Dafür war der Finger Oh oh Hey Sie sitzt sauber Die Klingel hat geläutet Du musst raus hier Okay Oh, du bist zurück Es ist Zeit für den Lunch Go to Lunch So Dann zeige ich jetzt Lady mal meinen Finger Hast du irgendwas gefunden? Ja, ich hab nen Finger Ih, das ist ja ekelhaft Oh mein Gott Ich hoffe es ist nicht Billys Finger Oh mein Gott Aber es funktioniert Es muss Muss Äh It doesn't have Es muss nicht Billys sein A serve finger is reason enough Also ein Ein Finger ist rund genug Um Panik zu bekommen Das heißt sie will quasi Wenn wir jetzt Gefunden werden Und es einen Grund dafür geben muss Warum wir das alles tun Dass wir sagen Wir haben nen Finger gefunden Deswegen haben wir uns Sorgen gemacht Okay Just get it away Bring es weg von mir Ist ja ekelhaft Okay Und was jetzt Es ist Zeit herauszufinden Wo mein Bruder ist Hast du den Code von Monty? Noch nicht Okay Dann hol ihn So Mein Freund Äh So Hast du denn die Note? Ja Die haben wir jetzt Sehr gut So Jetzt haben wir die Note Jetzt muss ich noch mal Jetzt muss ich noch mal auf die Toilette So Und für die Toilette Müssen wir halt jetzt Die Oma bezahlen Das Problem ist Ich glaube Ich kann meine Pillen Jetzt verkaufen Oder glaubt ihr Ich brauche die noch Ich muss ja jetzt Aufs Klo Ja hier ist der Code I already paid off The lunch lady Eine kleine Freundin Hier mit ins Badezimmer zu bringen Gotta wait till At least sixth grade For that Du musst auf jeden Fall Bis zur sechsten Klasse Dafür warten Ich werde es Ich werde euch beiden Dem Rektor vorführen Nein Du verstehst das nicht Es ist wichtig Du kannst es nicht aufhalten Es muss irgendwo Das sein Was wir tun können Ich weiß es nicht Vielleicht habt wir Ein paar Zigaretten Hier Oh wow Danke Okay Dafür brauchte ich die Zigaretten Puh Okay Was machen wir jetzt hier Gut mitgedacht Mit den Zigaretten Jetzt gibt mir das Telefon Ich habe eine Riecht Einen sehr wichtigen Anruf zu machen Ach Sie ruft jetzt Den Rektor an Ah Okay Hallo Herr Rektor Lilly Wirst du das Warum rufst du Von dem Telefon Der Lehrerin an Hat sie es dir gegeben Nein But if you want to Ah Wenn du ihr Leben retten willst Dann solltest du schnell Zum Klassenzimmer kommen Was Zur Hölle Meinst du damit Lilly Beantworte diese Frage Junge Lady Klick Das sollte es erstmal tun Ähm I can hear him Hätte ich kann ihn schon hören Wie er den Fluent Hörner untergeht Lass uns gehen Ist aber dumm Ihn hier jetzt Vorbeigehen zu lassen Zum Klassenzimmer Okay Dann müssen wir jetzt hier rein Oder Oh Gott Leute Das ist die Tür zum Oh Gott Leute Es ist endlich soweit Ja Oh Okay 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 Ich kann es nicht glauben Wir sind hier drin Wir haben es geschafft Wo ist der Hebel Under the rug Ah genau Wo ist die Luke Hedge's Luke Tut mir leid Ich hab die ganze Zeit Hebel gesagt I'm so sorry Okay Da in der Corner Was zur Hier gibt es keine Möglichkeit Den Code einzugeben This lock takes a key What are we gonna do Es braucht einen Schlüssel Was sollen wir tun Hm Okay muss doch irgendwo was sein Hier Hier There's a lock on the desk drawer It looks like it takes a code Ah Open the drawer Da ist ein toller Schlüssel Dann nehme ich den Schlüssel Oder Oder Ist es der falsche Warte Lass mich nochmal gucken Ne Das ist schon Oder gibt es hier noch Irgendlich Also ich vertraue dem Spiel Nicht mehr Am Ende Am Ende Ist es falsch Aber ich nehme es jetzt mal Oder gibt es hier noch Irgendeine andere Möglichkeit Ne Ich nehme es jetzt Okay So Okay Voll mit Blut Ich öffne jetzt Okay Wir öffnen jetzt Ich habe ihn gefunden Worauf wartest du noch Open So Okay Wir haben es getan Ähm Bevor wir runter gehen Möchte ich dir Danke sagen Ich werde dir das niemals vergessen Kein Problem Was auch immer da unten passiert Bleib nah an mir Wir können das schaffen Wir gehen runter Uh Was Erkennt Ich kann nicht glauben Dass das unter Ach das ist das Loch Von Ding Oder Billy Was Was haben sie mit dir getan Wir Wir müssen auf jeden Fall Eine Möglichkeit finden Ihn zu befreien Beeil dich Oh Gott Was muss ich denn jetzt tun Oh Gott Okay okay Was ist das Das sieht aus It looks like It looks like the slop From the cafeteria Looks like We figured out What is Ihhh Das kommt aus der cafeteria Ekelhaft Was ist das hier Was ist das hier für ein Loch Okay What the hell Kann ich mir das irgendwie anschauen We have to find a way To get you out Try to hit some of the buttons Okay Active tank Enter A comment Press the yellow button Press the red button Press the green button Press the blue button Woher soll ich das denn wissen Das ist eine gute Frage Gibt es hier irgendeinen Hinweis Was steht hier You can get evidence By convincing the janitor To go clean the toilet Ach da kriege ich dann Hinweise Wahrscheinlich Oder von dem Oder Ich kriege glaube ich dann die Hinweise Von dem Ähm Von dem Ah wie heißt er Von dem Verdammten Hausmeister Oder Gelb Da ist ja auch ein gelbes Licht Rechts Stimmt Du hast recht Also Dann machen wir gelb Yellow Rot Ah Ich muss die alle gelb machen Oder Okay Wir haben den neutralisiert Das ist er tot Oh Gott Aber den will ich doch jetzt nicht töten Oder Wenn ich jetzt nochmal Rot mache Ist er tot Oder blau Oder grün Rot war nicht gut Wenn ich jetzt nochmal lila mache Geht es da nochmal zurück Gelb ist wohl Switchen Rot Ist töten Was ist blau Ah okay Das hat nur den Tank aktiviert Oh mein Gott Oh mein Gott Ich bin am Arsch Okay Die müssen wir töten Oh mein Gott Okay Wir müssen die umbringen Außer ihm Restart room Okay Wir müssen die umbringen Außer ihn Okay 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 So Das haben wir jetzt vernommen Also das erste war glaube ich richtig Weil wir müssen die ja umbringen So Was war das nochmal Gelb So ist es ausgewählt Blau ist releasen Was ist grün Nichts Okay Ah Ich habe auch nur Okay Ich kann auch gar nicht Rotes umbringen Ich muss Ach okay Ich habe ja auch Äpfel Die ich verliere So Und wenn ich jetzt mal Blue mache Und dann rot Oh shit Nein Ich habe es schon wieder gemacht Oh Gott Okay Das erste stimmt Weil der erste muss sterben Vielleicht zuerst rot Weil der rechte ist ja schon gelb Oh ich probiere es mal Das wäre ja gelacht Machen wir es erstmal rot Rot So das ist gut Das ist der Tod So Und dann machen wir Yellow Und dann machen wir nochmal rot Sehr gut Und jetzt machen wir Wie hole ich denn jetzt den in der Mitte Blue Nee Oh nein Billy ist immer noch gefangen Oh Die Lichter sind aus Ich kann nichts sehen Geht weg von meinem Experiment Ich wusste es Ich wusste Dass sie hinter all dem stecken Ähm Ihr hattet meinen Bruder die ganze Zeit Ja Lilly Ich hatte ihn die ganze Zeit Ich wusste Ähm Ich hätte ihn wählen müssen Ihn wählen für was Was meinst du damit Ähm I suppose you should know What this is all about Before I Ich glaube du solltest wissen Was hier vor sich geht Bevor ich dich umbringe Ich würde es auch gern wissen Diese Kreaturen Leben ganz tief unter der Schule They give Of certain chemicals That affect the human body Ah sie ähm Sie scheiden seltsame Chemikalien aus Die den menschlichen Körper In einer interessanten Art und Weise Betreffen oder verändern Wie zum Beispiel I've been putting Ich hab's in Pillen gepackt Das sind die Pillen die wir essen It has a different effect On each person who tries Das hat einen unterschiedlichen Effekt an alle Die die Pillen benutzen Miss Abigail Sieht eher so aus To develop Ist abhängig davon geworden Was mit Nugget Es Repariert ihn Oder fixes him I don't know what's wrong with him To begin with But they seem to make him better Also die Pillen machen ihn wieder normaler Was ist mit Billy Die Kreaturen Den Tanks Neben dir Das ist daraus geworden I was looking to replicate The chemical production in humans To reduce the risk Also er wollte quasi aus denen Auch wieder Weil ihn hat es verwandelt I was looking to replicate Er wollte eine Replika Eine Kopie Von der Chemikalie machen In Menschen Um das den Risikofaktor zu senken Nugget was going to be my original Also Nugget sollte eigentlich Das Originaltestobjekt werden Aber Billy kam quasi rein Upon one of the creatures body In the janitor closet While he was dealing with a dog or something Ah der Hund wurde nämlich getötet Von den Monstern Der Tote von der Cindy Und Billy ist quasi rein Reingekommen Okay das war's also Das ist alles was ihr wissen müsst Ich muss jetzt euch leider töten Okay jetzt kann ich noch einen Knopf drücken Welchen muss ich drücken? War's nicht grün? Rot ist ja töten Gelb ist auswählen Blau ist nichts passiert Ich muss grün machen oder? Scheiße Shit Also was hatten wir? Rot So Was hatten wir noch? Gelb Und Nochmal rot Und dann mache ich gelb Und grün oder? Und jetzt mache ich gelb Und dann drücke ich grün oder? Oder glaubt ihr blau? Weil er dann den umbringt? Boah ist jetzt interessant Okay ich kann sagen Er really don't care Dann erzählt das mir glaube ich nicht Ne? Also blau Oh nein Billy ist immer noch gefangen da drin Shit Restart room Das funktioniert nicht Äh Wir probieren jetzt nochmal grün Aber ne mit grün bin ich ja auch gestorben Ne? Okay Also wir probieren jetzt mal das hier Gelb Rot Dann machen wir Gelb Und dann machen wir grün Hier Everything Mutation process on the Oh Oh jetzt ist er wieder er Ah damit mache ich die wieder zurück Aber warum ging das bei den anderen Monstern nicht? It worked Es hast ihn gefixt Ich würde gerne wissen was die anderen Monster sind Kann ich die anderen auch grün machen Um zu wissen wer die sind? Soll ich das mal probieren? Ich finde das jetzt nicht Okay So Was mache ich denn jetzt? Blau Ich mache jetzt mal rot Weil es tötet ihn Ich würde es gerne rausfinden Okay So Ich würde mal gerne gucken Ob wir die anderen auch Äh Wieder normal machen können Einfach nur um zu gucken Wer die sind So Das heißt ich drücke jetzt einfach mal Blau Okay Okay das funktioniert nicht Ah ich hätte grün drücken müssen Ne Grün war es Sorry Die anderen waren schon vorher Monster Ne Okay Ne es war schon blau Ne Ne es war grün Ich probiere jetzt mal grün So wir drücken jetzt einfach mal grün Green Ne passiert nichts Okay Dann machen wir nochmal yellow Und hier geht auch nicht wahrscheinlich Grün Ne passiert nichts Dann lassen wir uns nochmal töten von beiden Okay wir waren richtig Also er muss sich schon zurück verwandeln Und dann müssen wir wahrscheinlich nochmal grün drücken Aber wir probieren es jetzt mal Restart Okay So dann nehmen wir nochmal das hier wahr Und dann probieren wir es jetzt Also Wir hatten gelb rot gelb gemacht So Gelb Rot Rot Gelb Und dann grün So Und mit blau lassen wir ihn raus So und das machen wir jetzt Wir sagen jetzt äh Uns interessiert der Scheiß nicht Und machen blau Weil blau Sollte jetzt Oh mein Gott Nein Ach das Monster tötet ihn jetzt Ne was hast du getan Bleib weg von mir Ich glaube das war richtig Jetzt ist er tot Aber jetzt sind wir ja auch tot Oder Oh mein Gott Dieses Spiel Einen guten Lilly Wach auf Komm schon Hä Wo bin ich Was ist passiert Lilly Ihr hast dein Leben Er ist dein Leben Du hast ihn gerettet Wir haben es geschafft Yes Können wir hier raus Ich möchte nach Hause Natürlich Natürlich können wir das Du Verrückter Aber zuerst Ähm Have to go To show and tell Zuerst müssen wir zeigen Und erzählen Lass uns rausgehen Ach wie witzig Wie süß Äh Schau mal Wer hier wieder zurück ist Nuggets Freund ist zurück Billy ist frei vom Rektor Sei ruhig Du Verrückter Ich hoffe Ihr habt alle Eine Entschuldigung dafür Tut mir leid Mrs. Epical Wir haben Billy gefunden Ich war in einem Labor Unter der Schule Ich sehe Aber diese Entschuldigung Ähm Um But that's no excuse For leaving a supervised area Go to the principal's office Das ist äh Kein Grund Dass du dich hier Von diesem Grund Entfernst Du musst jetzt sofort Zum Rektorat Vom Rektor Äh Der Rektor ist explodiert Ah okay Ähm So there is no one Ah ist niemand da Der uns jetzt quasi kontrolliert Ich denke nicht Okay dann Tschüss Es ist dumm Ich glaube Dann können wir jetzt auch gehen Geil Die ist jetzt auch frei Was für ein gestörtes Game Einfach nur echt Wir haben es geschafft I don't know if I will ever be able to come up with the words to thank you Ich weiß nicht ob ich jemals dir dafür danken kann Wie ich dir dafür danken soll Ja du hast mein Leben gerettet Ähm There is nothing I can do That would be fitting Also ich kann dir nichts anderes geben Weil das ist schon so viel was du getan hast Hm Vielleicht haben wir da doch was Oh du hast recht Hier ist es Oh das ist die rare monster moon card Our dad works at a company that makes them This is the only one in existence Wir haben eine ganz besondere Karte You can also have the collector's guide It tells you where you can find monster cards Okay wir kriegen jetzt noch was Damit wir sehen wo wir die monster Karten finden können Danke für alles Wir sollten nach Hause gehen Ich bin mir sicher unsere Eltern fragen sich wo wir sind Tschüss Yeah Save Billy We did it Yeah we did it A game by Connor Boyle Econ Man Games Boah Leute was ein Game einfach nur Ja ich verstehe warum es äußerst positiv bewertet ist Aber man braucht schon sehr viel Brain Ähm Und muss an sehr viel denken Deswegen danke an alle die mir geholfen haben Es gibt noch einen Kindergarten Part 2 Falls ihr den sehen wollt Äh Will ich ganz viel Daumen nach oben sehen Und ganz viel Tipps für das nächste Game Natürlich mache ich es auch immer davon abhängig wie das Spiel ankam Aber War sehr geil Hat mir sehr gut gefallen Und äh Ich bin sehr gespannt Was ihr zu dem Game sagt Ob ihr es schon kanntet Ähm Wenn jetzt noch eine Outcard oder irgendwas kommt von dem Game Dann werdet ihr das gleich sehen Wenn die äh Credit Cards oder die Credits rum sind Ansonsten kommt direkt die Upmod Ähm Ich liebe solche Games Mir hat es mega Spaß gemacht Ich sag ja immer 2D Games sind total underrated teilweise Spielt mir 2D Games Empfehlt mir gerne 2D Games Ich hab ganz viel auf meiner Wishlist Ähm Soll zum Beispiel Coffee Talks Ganz toll sein Und äh Da bin ich schon sehr gespannt The Game Theorist Jacksepticeye Alle die es gespielt haben Gloom 8-Bit Ryan B2 Mike Das war schon ein sehr altes Game Kennt man alle Und äh Cup Scouts Wie witzig Ja Lustig Die haben es alle gespielt Ja geiles Game Mit dem Game sind einige YouTuber Auch groß geworden Deswegen äh Ich bin gespannt auf eure Meinung Und vielleicht kommt noch eine Endsequenz Ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos Das war schon ein sehr altes Game утств